Ja, heute Chilliger Stream, glaube ich. Hier ist, glaube ich, ein ganz netter Nice-I-Stream. Ey, ich weiß gar nicht, meine Stimme war vor einem Jahr hatte ich mega die geile Stimme. Ich weiß nicht, ob meine Stimme los ist. Meine Stimme ist sowas von grobkenhässig geworden. Damals die beste, heute die schlechteste Stimme. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Egal, scheiß auf. Hört mal mich, ahlo. Oh mein Gott, Alina. Wer ist Alina? Alina, als erstes am Start. Wie geht's dir? Willkommen, Stream, es geht raus. Ryloks, wie geht's dir, Bruder? Immer erster. Bei mir wirst du als Zweiter angezeigt. Brenton, schöne Grüße. Willkommen, Stream, Bruder. Auch dir schöne, liebe Grüße. Ich hoffe, alles gut bei dir. Hoffentlich schreibst du heute nicht so wie wiederum mit deinen Spam, Spam, Spam-Aktionen. Jungs, alle, die gerade im Stream sind, danke, dass ihr jedes Mal vorbeikommt. Pura, moin. Wie geht's dir, Bruder? Ich hoffe, alles gut bei dir. Ja, an diese Leute habe ich mich schon fast gewöhnt, halt, an diesen Pura, Alina. Freut mich, danke, mir geht's auch ganz gut. Alter, was geht ab? Aleikum Salam. Ich habe das Beste. Was, meine Tastatur? Was? Das war so, Uchiha Sasuki. Was geht ab, Bruder? Nix, Bruder, was geht bei dir? Oh, ich bin heute, ich war ja beim, wie nennt man das hier? Zahnreinigung, ne? Wie sehen meine Zähne aus? Strahlen die so her? Nein, ich war heute ja beim Zahnarzt, Alter. Boah, das war so schmerzhaft. Das war so krass. Oh mein Gott, das hat so wehgetan. Wächst, was geht ab? Yannick, ich bin Lukas. Was geht, Bruder? Ich hoffe, das ist gut bei dir. Yannick, eine Frage. Boah, ich arbeite auf dem Lager. Also, der Beruf heißt Fachkraft für Lagerlogistik. Hört sich gut an, aber ist halt einfach ein Lagerarbeiter. Oder sowas ähnliches. Lisa mit Doppel-S, oh mein Gott, wie geht's dir? Willkommen im Stream, auch an OG-Kenner. Hast du mich vergessen? Nein, OG-Kenner, ich hab dich nicht vergessen. Keine Angst. Genti, dir auch schöne Grüße. Kuss geht raus, dann. Ich hoffe, es geht dir ganz gut, Bruder. Hatte heute... Echt, der ist puram? Branton, Branton, Branton. Wer weiß, was für ein Headset du hast. Ich sag mal ganz ehrlich, ich war heute beim Zahnarzt. Oh Gott. Ey, das war so schmerzhaft. Jetzt kommt was Lustiges. Das Ding ist, das war so schmerzhaft und ich hab ein bisschen so von Mamas Seite ein bisschen geerbt, dass ich nicht so ein starkes Zahnfleisch hab, sag ich mal. Also, dieses Zahnfleisch entzündet sich schnell, geht immer schnell zurück und so ein Scheiß. Deswegen mach ich fast alle vier Monate, fünf Monate, mach ich eine Zahnreinigung. Das ist echt krass. Also, weiß nicht, einige von euch denken so, hä, was, alle vier Monate? Ja, alle vier Monate. Eigentlich macht man das einmal im Jahr mindestens sollte man nur machen. Aber ich mach irgendwie, keine Ahnung, ich scheiß drauf. Kostet mich jedes Mal immer so behindert viel. Andere bezahlen 40, 50, ich muss 100 bezahlen, weil jedes Mal viel zu lange für den Scheiß brauchen. Wo ist denn mein Haji-Watt? Ganz ehrlich, ich suche grad mein Haji-Watt. Da. Aber jetzt kommt das Geilste. Heute hat das so geblutet, so ernst, oh, solche Schmerzen gehabt. Und ich hab gesagt, boah, so weh getan hat das ja noch nie, ne? Dann hat die gesagt, ja, das Ding ist, die meint, unter dem Zahnfleisch ist auch noch so, haben sich so Steine und so gebildet. Und jetzt macht die ein neues Termin in zwei Wochen. Einmal zum Ausmessen und so. Und danach wird ein Antrag halt an die Versicherung. Dann machen die, oh mein Gott, ich hatte das schon einmal. Das ist so schmerzhaft. Da gehen die unter diesen, wie nennt man das? Also da wirst du betäubt, dann reinig die im Zahnfleisch. Also drum den Zahnfleisch. Also die geht richtig in den Zahnfleisch. Ey, oh mein Gott, letztes Mal selbst mit Betäubung hat das so weh getan. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß eigentlich. Aber ich muss da durch. Ich muss da durch. Was soll ich machen? Plus extra Sahne draufkommt. Oh mein Gott, wie geht's dir? Kurz geht raus. Kilo, was geht? Nichts, Bruder. Was geht bei dir? Grüß geht raus. Simi, willkommen im Stream. Vax. Was, was? Nevio, wie geht's dir? Mag uns dir auch schöne Grüße? Ich hoffe schon. Nevio. Haben wir gestern, gestern haben wir zusammen gezaugt oder nicht? Was ich noch erzählen soll, ich hab hier hinten so einen Weisheitszahn, der ist so schief. Ich wüsste, wenn der eine Zahn so ist, dann ist der andere Zahn so. Der kommt richtig schräg. Ja, jetzt ist das Problem, der ist zwar raus, ich hatte voll die Schmerzen und zu meiner Jugendheit, weil ich so Angst hatte, dass er rausgezogen wird, hatte ich immer Angst. Ich hab gesagt, scheiß drauf, ich lass den drin und so. Weil ich hab im Röntgenbild, hab ich selber gesehen, der Arzt so, der muss raus. Ich guck im Röntgenbild, aber warum? Da ist doch Platz, der kommt raus. Der Arzt gesagt, ja, auch wenn er rauskommt, er bringt dir nichts, das ist nur scheiße. Ich so, nö. Ich so, wenn er nicht raus muss, dann bleibt er drin. Aber jetzt ist das halt rausgewachsen, also das hat kein anderes gestört. Nur das Ding ist, der ist mega schief. Und zweitens hab ich das Problem, ich komm da nicht ran zum Putzen. Also hätte ich mal auf den Arzt gehört. Weil jetzt ist das Problem, jetzt sagt auch die komische Mitarbeiterin und so, die sagt so, ja, also die Ärztin, die sagt so, mhm, an deiner Stelle würde ich das auf jeden Fall wegmachen, weil sonst, irgendwann mal kann es sein, weil du da nicht gut putzen kannst, kommt da Karies und so ein Scheiß und wenn das mit Karies befallen ist und so und danach, keine Ahnung, entweder hat die mir Angst gemacht oder dann so scheiße gelaufen. Meinte zumindest, das könnte ganz krass, ähm, schmerzhaft später werden. Oh mein Gott, die Jungs alle, die gerade im Stream sind, neu angekommen sind, bitte nicht vergessen zu liken, auf Ehre. Nicht vergessen. Dominik, Lioam, was geht ab, Bruder? Willkommen im Stream. Hoffen, du siehst, wie Kira, was für Skins? Was sind denn MC-Skins? Smackskins oder was? Jungs, ähm, bitte nicht vergessen, wir machen heute ein bisschen, ähm, random Duos, vielleicht spiele ich mit Abozocken und so mit den Leuten hier. Ich weiß. Hallo? Ich weiß, hallo. Achso? Ja, du auch? Okay. Was geht, Bruder? Äh, was geht? Nichts. War arbeiten, bin nach Hause gekommen, hab geduscht und dann, was gegessen, und jetzt Fortnite. Was geht bei dir? Ja, nicht. Wie alt bist du halt nicht, du hörst dich jung an. Ja, ich bin zwölf, und wie alt bist du? Wie alt bist du? Zwölf. Zwölf? Ja. Boah. Zwölf, Junge, Alter, das ist ein krasses Alter. Ja, und wie alt bist du? Ey, ich bin dreißig. Dreißig? Jawohl. Ich bin doppelt so älter wie du. Verdammte Scheiße, Mann, hör auf. 18 Jahre. Gott. Ja, ja, ich bin halt 18 Jahre alt. Das ist krass, Mann, das ist so, als ob ich gerade mit einem Nulljährigen, wenn ich 18 bin, ein Nulljähriger. Oh Gott. so ein Unterschied ist da. Das ist krass, ne, wo ich 18 war, dann, aber wo ich, wo ich mich, wo ich mich zum ersten Mal in ein Auto reingesetzt habe, BÄM, das erste Vibe abgeschleppt habe, warst du noch in deine Windel am scheißen. Das ist ja eine Tatsache jetzt. Nein, alles gut, wie geht's dir sonst so? Schule läuft. Ne, ich mach noch ganz viel los. Wie dumm hast du? So online sprechen. Achso, ja, aber ich meine allgemein. So, läuft geht so. Läuft nicht so. Läuft mal, ja, läuft. Was hast du? Playstation 5 oder was sagst du da? Ne, also ich hab Playstation 5. Was hast du? Playstation Pro. Ach, Pro. Ah, ich hab die auch, aber ich bin auf PC unterwegs. Oha, ich werde angeschossen. Komm mal. Ist das ein Bot, Alter, der hat mich übelst getroffen. Achso, ein Bot. Die Bots sind frech geworden, kann das sein? Ja. Die Bots sind mega frech. Ey, guck mal, hier ist was, aber ich kann da nichts machen. Hab ich schon fertig oder? Was? Wallah, da kommt einer. Olem, was schießen die so hässlich? Tschüss, der läuft genau neben mir. Warte, was hast du gemacht? Was ist bei dir? Ja, du bist ja hier. Oha. Die haben Splashies. Bro. Bro. Was ist denn passiert bei dir? Hast du die gar nicht gehittet? Achso, okay. Okay, kurz geht raus, Bruder. War eine behinderte Runde? Oh mein Gott, scheiß drauf. Okay. Ciao. Hau rein. Trotzdem, bist du sympathisch. Da sieht man wieder qualifordnix. Oh mein Gott, Julian, was geht? Ey Jungs, alle, die gerade zum Stream sind, ich nicht begrüßt, aber es tut mir wirklich leid. Lisa, wie laufen die Tage? Wie läuft dein Schlafrücken? Ich hoffe alles bestens. Grinch, dir auch schöne Grüße. Summit, wie geht's dir? Das ist schön. Ja, der Hund macht der bei mir auch. Oh mein Gott, Alex, wie geht's? Like ist da, schreibt der. Alex, jetzt geht raus, ganz ehrlich, Kuss geht raus. Wünsche ich echt, ich weiß nicht, ihr kommt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Linus, dir auch schöne Grüße. Linus, gestern warst du gar nicht im Stream, kann das sein? Vati, reagierst du heute auf mein Video? Kannst du da noch? Ja, letztens hat mir jemand im Stream gesagt, er hat eine Copyright Musik an. Ich habe mir das so 15 Sekunden angehört, da war so ein bisschen Rap mäßig so und dann dachte ich mir so, ey, das hört sich gar nicht so Copyright mäßig an, Alter. Hab ausgemacht und so, egal, am nächsten Tag bekomme ich so E-Mail. Er so, ja, du bist ein kleiner YouTube Freak. Also von YouTube aus kam so eine Mail. Piro, Bruder, wie geht's dir? Willkommen, stream ich auch. Was für verbleibend 113 Stunden. Voll die Reinscheißer. Ja, geht so, wach immer 6 Uhr auf, das ist voll komisch. Ist doch gut, Lisa, oder nicht? Wann gehst du schlafen? Jetzt. Und dann bis 6 Uhr. Und was machst du dann 6 Uhr morgens? Fortnite. Oder was machst du? Achso, auf den Boden muss ich mit Spitzhacke draufhauen. Was kommt da raus, Puram? Ist das so eine Aufgabe, OG-Kenner? Muss schlafen gegen Schule. Alles gut, OG-Kenner. Kuss geht raus an dich, Bruder. Kilowar, wir gucken später. Aber machst du heute? Ja, wir schauen mal gleich, okay? Später gucken wir später. Weil ich, 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 oh, scheiße. Ich mache ja heute ein bisschen, einfach so random Duo. Und, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ähm, genug Zuschauer habe. Wir warten extra ab, wenn ich so ungefähr 40, 50 Zuschauer habe, Kilowar, oder 100, dann gucke ich da ein Video, okay? Dann kommt das sympathischer rüber. Okay. Okay. Was geht, Corvette? Lass mal hier nach Holy. Bruh. Er soll lass nach Lazy. Wie geht's, Bruder? Was? Hallo. Hallo. Bist du Deutscher? Where are you from? Papa Francais, fräule. Ach, Französe. Ähm, Englisch. Francais. Yeah, aber ein bisschen, ein bisschen Englisch, you can speak this. No, French. Yeah, I'm German, ich meine, ich meine, can you speak Englisch a little bit with me? Mad. Bleh. Yeah, yeah, it's, yeah, you are a little bit of 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 a little bit Yeah, ja, seh ich auch so. Grüß mal deinem Vater. Oi, come to you now. Der ist rausgegangen, der Geil, aber wie kann er weiterreden? Verstehe den ganzen Sinn nicht. Furkan, allekünselam, was geht ab, Bruder? Ich hoffe, alles gut bei dir. Baguette, was ist ein Baguette, Alter? Franzosen. Was für ein Mensch, ne? Warum? Franzosen sind eigentlich ganz cool, oder nicht? Denke ich. Oder nicht? Ich weiß nicht, eigentlich kenne ich keinen Franzosen. Ich war mal in Frankreich, so ein Wochenende, das war nicht schlecht, Alter, das war so ein, aber da war ich noch mega jung, da war ich 14 oder so. Da waren wir mit meinem Fußballverein, waren wir da, mit meinem, also in dem Fußballverein, wo ich gespielt habe, da waren wir so im Wochenende-Cup, also so ein Turnier oder so, voll hässlich. Da sind wir, haben die von hier aus geklärt und so, da waren dann so ein Partnerverein drüben, irgendwas mit Bordeaux oder keine Ahnung, wie die Stadt hieß, ganz komisch. Ja, die Leute waren, ich muss, eins mal ganz krass, ich fand, die Franzosen hatten irgendwie alle, also in dem alten Jahrgang, 13, 14, die hatten so viele Pickeln, alle, die Mädchen, voll mit Pickeln und die Jungs auch, voll mit Pickeln, die Leute, voll die Pickelface. Ich wüsste in Frankreich, ich weiß nicht, ob das, oh mein Gott, Sammy, wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut bei dir, kurz geht raus, Abdullah, dir auch schöne Grüße, ich hoffe, alles bestens bei dir. Was ist da nicht schon heute, oder Kimi drinnen? Kimi gestern, meinte dir, oh mein Gott, Janko, was geht? Nichts, Pyro, was geht bei dir, Bruder? Heute bisschen ruhiger weg, heute bisschen random Duos, so, werden wahrscheinlich nicht so viele Leute am Start sein, aber was willst du machen, ne? Ich kann ja nicht immer dieses All-You-Can-Eat, äh, Turniere machen, ne? Wo die Leute das feiern und sagen, äh, hast du dich gesehen, da geh ich rein bei dir, ne? Ich hab schon wahrscheinlich die, ähm, Zuschauer verloren, die sonst immer so kommen, ne? Aha. Ein YouTuber. Lisa! Hallo? Hallo? Machst du YouTube? Äh, nein, ich, ich, ähm, ich war ein Fan, kann man sagen, Zuschauer. Nochmal. Ähm, ich bin ein Zuschauer. Achso, du bist ein Zuschauer von diesem Aryan. Ja. Ist das ein YouTuber? Ja. Hallah, warte, ich guck mal, was ist das für ein YouTuber? Wie viele Abonnenten hat der Geier? 800.000 oder so. Tschüss! Jo, Alter, 806.000. Bist du lazy? Du bist ein richtiger Fan davon, oder? Aber schwul bist du nicht, ne? Nein, nein, nein. Wo landen wir? Lazy? Nein, komm ey, ich verreck da immer direkt. Lass doch lieber Misty, hört sich doch interessanter an. Ja, okay, mach. Komm, besser ist es halt. Nein, nein. Ey, da kommen aber welche, ne? Mhm. Und richtiger so, wann streamt der Typ denn immer? Nie, doch nie. Machst du, macht der nur, ähm, nicht mal auf Twitch oder so? Nein, gar nicht. Nun macht der nur Videos? Ja. Was für Videos macht der? Fortnite. Ja, moin, das sehe ich voll, aber ich meine so. Ernst? Oh nein, ey, du hast mich direkt auf den Typen hingeschickt. Mann, ich habe keine, ich habe nichts. Das war es komplett. Wollte ich adden? Komm, eine Runde, ja komm, scheiße, add mal. Das war eine ohne Sinn Runde. Aber Match, müssen wir verlassen, oder muss ich das jetzt akzeptieren und dann geht es weiter? Äh, nein, ich glaube, wir müssen akzeptieren und dann, äh, muss ich Lobby einladen. Okay, okay, lad mich mal ein, Heidel. Okay, halt. Was für ein Mensch, Junge. Gplay, was? Ob ich heute bis drei mache? Ja, heute bin ich auf jeden Fall bis drei. Vielleicht auch bis vier. Ey, ich hatte, ich, es war krass, ohne Spaß, ne Jungs, ähm, all die gerade neu dabei sind, ich hoffe, es geht euch ganz gut. Das ist ganz krass, ne, gestern, bin ich so spät schlafen gegangen, aber, wieso lädt der Typ mich nicht ein jetzt? Ähm, ich bin heute Morgen aufgestanden, um 7.50 Uhr und ich dachte, was ist los? Als ob ich perfekt geschlafen habe. Elias, wie geht's dir, Bruder? Moin. Willkommen im Stream, ich hoffe, alles gut bei dir. Nur Fortnite. Nur Fortnite. Ja, manchmal was anderes, Grinch. Irgendwie, Among Us. Hallo? Hallo? Okay. Was geht? Hast du, welches, es ist dieses Spiel, hast du OG Skins und so, warum nimmst du mal Aura? Stehst du auf dem? Hä? Soll ich auch einen anderen Skin nehmen? Äh, ich kann, ich kann dich nicht so verstehen. Lass gleiche Skin-Kombo nehmen, damit wir als Duo-Team-Mate gut aussehen. Äh, welches Skin hast du so? Keine Ahnung. Äh, warte. Warte, ich schau gerade. Hast du diese? Oh, nee. Was hast du denn? Nein, weißt du wie, okay, komm, scheiß auf, ich nehm auch Aura. Ich nehm die andere, ähm, Form von Aura. Ach so, ja. Obwohl, deine hat, bessere Arsch. Aber, egal, warte. Ähm, hast du ne Freundin? Nein. Tschüss, warte mal, hast du ne, was hast du als, ähm, Backbling? Äh, gar nicht. Ich kann auch, äh, hast du Sonnenspruss? Yo, Alter, warte, das ist, da hab ich. Dann nimm du Sonnenspruss und ich nehm diese festliche Feuerhydrant. Aber das hat irgendwie nichts miteinander zu tun, oder? Scheiße, ich nehm auch Sonnenspruss, komm. Okay. Okay, lass bereit rücken. Jetzt kommt aber der Wind. Ey, ich mal bauchfrei, du hast bauchfrei. Ich bin gut fürs Winter ausgerüstet, guck mal, du. Ja, ja. Die hat sogar bei mir ein Loch zusammengenäht. Ja, stimmt. Was? Warte mal ganz kurz. Ähm, komischer Typ. Warte mal, es gibt es alles. Nein, Semi gibt's nicht. Nichts, Mike, was geht bei dir, Bruder? Puran, was los? Ey, ich bin eben mal im Stream, ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. Auf YouTube? Äh, ja. Wie heißt du? Scheiß drauf. Ich hab eh nur ein paar Zuschauer. Was geht bei dir so? Erzähl mal, Arjan und so, richtiger Fanboy oder was? Nein, nicht so sehr. Aber warum? Das hast du grad gesagt, Alter. Wie alt bist du denn nochmal? Wie alt bist du? Also in deiner Schule und so, ist der gehypt oder was? Ja, ja. Komm, lass mal nach Holy, oder? Nochmal. Äh, fast alle finden, glaube ich auch. Keine Ahnung. Boah, wieso kenn ich den nicht? Voll hässlich. Komm. Wo landest du drin? Lass mal, nimm mal einen aus, wo wir zusammen landen können. Tschüss. Guck mal, wie viele, wo wollen wir hin? Äh, lass mal blaue Haus hier. Wie blaue Haus ist zu 50% immer Hartz-IV-Haus. Ich, warte, ich komm mit heute, okay. Geh rein. Hier, Holz. Geil. Oh, MP. Ich werd sterben, du weißt, ne? Stein. Das war's. Ich hab dir gesagt, Hartz-IV-Haus, Mann. Guck mal, der oben hat nicht mal eine Kiste aufgemacht. Tut mir auch ganz leid. Komm, pickaxe den. Okay, komm. Wo ist der denn? Der ist selber abgehauen, hier gibt's keine Waffe oben. Ich schwör's dir, hier gab's keine Waffe. Oh mein Gott. Ey, ich hab dir gesagt, Hartz-IV-Haus. Hier, da drüben, P-P-Langstrumpf raus. Was machst du da? Ja, ich hab, ich hab, ja, ja. Ey, hier, hier, Ja, aber komm mal, von hinten kommen auch welche. Wir müssen sofort reinlaufen. Komm, lauf da rein einfach. Wir haben reingefahren. Ja, komm, einmal noch, wir hatten ein dreckiges Haus, Mann. Letzte Runde, okay, Bruder? Weil, ich mach so random Duos, weißt du? Nur, ich wollte nämlich noch ein bisschen mit dir unterhalten, auf jeden Fall. Das ist auch meine erste Runde mit dir. Okay, war gelogen. Ich war davor mit einem Franzosen. Tyler, nein, Alter. Oh mein Gott, Tinker, wie geht's dir? Guten Abend, ich hoffe alles bestens. Ah, Kron, mach. Machst du heute Duo Customs auf Ehre, bitte? Boah, mir egal, wenn ihr wollt, können wir Customs machen, aber, es geht dann um nichts, ne? Ich hatte das versprochen. Nihat, was geht ab, Bruder? Ich hoffe alles gut. Plus geht raus, Handig. Oh mein Gott, nein. Tinker, Bruder, warum? Besser gesagt, Schwester. Dankeschön, oh mein Gott, mach mal bitte alle ein Herz rein. Jetzt geht raus, Dankeschön, echt, echt, vielen lieben Dank. Nein, nein, ja, sonst nicht. UNK, wie geht's dir, Bruder? Willkommen im Stream. Ey, mein Chat ist gerade zerstört. Hä? Was hält mein Chat jetzt los? Warum ist das jetzt so? Ich sehe mein Chat nicht mehr. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Ich habe gerade so einen Stocker gerade. Ich hasse es, um diese Uhrzeit abends, habe ich immer gefährlich bei mir. Geht immer manchmal Internet einfach weg. Okay, lass mal irgendwo gut landen. Karma, Kopierkatze, wie geht's dir? Willkommen im StreamCast, geht raus an dich? Ich hoffe alles bestens. Nochmal, Tinker, echt, echt, vielen lieben Dank. Ich muss, ich muss, ich muss das aufschreiben, warte mal, ganz kurz. Ich muss nachher diese Spendeliste, muss ich, ähm, umändern. Nicht, dass ich das später vergesse, ne? Musst du gut mit achten, Tinker. So, Craigie, komm, Craigie. Gott, Alter. Ja, komm, aus dem Loch kommt ein Zwerg. Aus welchem Loch kommt ein Zwerg? Ach so, weil Pleasant war. Oder wollen wir nach Pleasant? Komm. Gott. Komm, komm, lass mal nach Pleasant. Da waren diese komischen Hügeln, einer sagt, man soll da mit Spitzsack draufhauen. Dann kommt da so ein Zwerg raus. Bin mal gespannt. Oh mein Gott, Lishi, weiß ich Bescheid. Kurz geht raus. Lishi, wie geht's dir? Ich hoffe, alles besser. Ey, da kommt wieder tausend Leute. Und wir sind voll weit oben. UNK. Oh mein Gott, den brauchst du nicht, Bruder. Aber trotzdem, jetzt geht raus, falls du machst. Liebe ich dich dafür. Wo landest du? Da unter dir ist doch schon einer. Ja, Ja, egal, ich gehe direkt in den... Wir haben wieder verschissen. Das ist... Oh, ich habe so ein Problem. Ich habe gerade so ein Problem. Ich bin viel zu langsam. Ich weiß nicht warum. Mein, ähm, Charakter, ähm... Mein Charakter dreht sich... Was hast du denn gemacht jetzt? Ich habe es da draußen, ich glaube. Geh weg. Ja! Aber nur einer. Komm, ey, 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 hier, komm, get it. Oh mein Gott, UNK, Bruder. Kurz geht raus. Hier, hier, der fühlt sich. Oh mein Gott, wo ist er jetzt? Ich habe den anderen gesehen. Nein. Boah, die haben einfach 200 Leben, Alter. Oh mein Gott, nein! Hä? Tinker, bist du verrückt? Warum? Ey, ey, hier, anders geil. Geh mal weg. Die sind hier. Die haben... Ja! Das ist, äh, ein bisschen ohne Sinn, weil... Die haben... Tinker, Herz, Geh... Jungs, alle, die gerade zum Stream sind, der hat kein Herz macht, der hat kein Herz. Der hat kein Herz macht, der hat kein Herz. Ohne Spaß. Leute, spät mal, spät mal den Chat voll mit Herz. Ohne Spaß. Danke, Tinker. Einfach so ein Zehner raushauen, auf Ehre. Oh mein Gott, danke, Mann. Da Frau. Danke, echt, ähm, iss mal diese Koh... Kohlenköpfe da. Es kommen welche. Psst. Wann bin ich doof. Ehre, Alter, Ehre. Kurz geht raus an dich. Okay, was machen wir jetzt? Wow. Warte, warte, ey, oh mein Gott, ich seh schon, da kommt ein Biggie raus. Da kommt ein Biggie raus. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass ein Biggie rauskommt. Ich hab schon gesehen, wie die Kiste mich da, weißt du, von hier aus geguckt und die... Wisst ihr, was ich meine? Manchmal sieht man so, das ist das, das ist die Kiste, das ist die Kiste. Und ich wusste, da kommt ein Biggie raus. Haben wir schon durchgespielt, das Spiel. Komm, da hinten sind die am kämpfen, wir müssen die einfach ablooten da, abaimen. Was denn, Fulkant, wie meinst du das, Bruder? Was wolltest du seit gestern? Unk, ich hab mich... Nein! Ich hab mich bei Unk bedankt, der hat einen Euro gespendet, das hab ich gesehen, einen Euro und zwei Cent. Ich hab doch gesagt, kurz geht raus, Tinker, bist du verrückt? Boah, Tinker ohne Spaß. Ne. Ne. Gestern hat die 40, 50 Zuschauer, da machst du so einen Scheiß nicht und heute kommst du rein und machst sowas, jetzt geht raus. Echt vielen, vielen lieben Dank, Clouds, was geht ab, Bruder? Willkommen im Stream, danke, dass du vorbeikommst. Cypix, die auch schöne Grüße. Arjan, lebst du noch? Wallah, er ist rausgegangen. Er ist wirklich rausgegangen, was für ein Arsch. Dein Ernst jetzt? Oder ist sein... Ich glaub, Mama kam vorbei. Es könnte gut sein, dass Mama vorbeikam. Ich hab gar nichts getroffen, aber ist auch scheißegal, eigentlich. Bin ich jetzt alleine mit dem Typen? Wo ist der Typ jetzt hin? Er kann wieder hochbauen und runterspringen. Aber ich denke, sein, ähm, ja, sein Game ist gecrashed. Er hat ja nicht verlassen, sein Game ist, glaub ich, gecrashed. Oder, ne, ist gar nicht. Das Arsch hat alles weggedoppt und chillt hier noch. Arjan. Raus. Aris, danke, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Ich glaub, er, er dachte, ich verarsch den, glaub ich, ne? Kann auch gut sein. Schade eigentlich. Tinker, du hast 15 Euro rausgespendet. Ich glaub, oh mein Gott, Alter. Ich werd verrückt. Nee. Ey, ich sag grad 15 Euro, ich werd verrückt. Die haut noch ein 2 Euro. Tinker, äh, warum, warum? Reicht doch, reicht doch ehrlich, 5er. Vielleicht jeden Tag 5er. Die, die kann's gar nicht mehr aushalten. Soll ich meine Handynummer schicken, oder was? 17 Euro auf Ehre. Ach du Scheiße, ich hör's dir, ey, Tinker, ohne Spaß, ne? Du hast gestern das Turnier finanziert. Ähm, Hetz geht raus, ehrlich. Da hau ich einen 10er raus und da kommt ein 10er wieder rein. Boah, ich muss echt mich viel, viel lieb von dir bedanken für diesen Einsatz. Besser gesagt. Sneaks, wie geht's dir? Danke, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Emi, wie geht's dir? Willkommen im Stream, es geht raus, bei dem Grillhaus in der Mitte, in der Richtung. Ach ja, das stimmt, die Zwerge hätte ich noch zu Ende machen können. Äh, Pump FN 200er, wie geht's dir, dass du meine Map anschaust? Ach so, die Map. Die schauen wir nachher an, nach dem Shop, Bruder. Furka. Bitte sein nicht, diese 2 Cent mussten einfach sein. Aber ey, ohne Spaß, ne, UNK. Ich hab mal eine Frage, manchmal macht man 1 Euro, wie kann man 1 Euro und 2 Cent spenden? Also, warum wird das so angezeigt? Warum? Ich mach, glaube ich, Amazing, was geht ab, machst du heute 1, Skinkontest oder 1, Nein, Amazing, also, ich, Jungs alle, die gerade vielleicht im Stream dabei sind und sich fragen so, hä, wo bin ich gelandet und so, ich dachte, der Typ haut die ganze Zeit 10er und 10er raus und macht Weebucks und Weebucks. Ähm, diese Leute gehen immer raus, wenn ich rede, Cessly. Danke, Aris, was läuft bei dir? Erzähl mal so. Johanna, schöne Grüße, kurz geht raus. Okay, mach ich gleich, okay. Wir machen nach dem Shop, werde ich ein bisschen Abo zocken machen, also, ich werde ein bisschen mit den Leuten im Stream dann auch ein bisschen spielen, okay, auf Ehre. Gut, YouTube, wie geht's dir, Bruder? Moin, willkommen im Stream. Ich hoffe, als Bestes, was machst du heute wieder? Ja, Gplay, Gplay, ey, ich hab dir glaube ich zweimal geantwortet, wenn ich nicht lüge, zweimal. Bro, bin Fortnite, ey, oh mein Gott, ey, Pixel Gun, ich war ja heute, ich hab mega schlecht geschlafen, ich hab gestern, diesen Stream ja beendet, es war glaube ich 4.30 Uhr oder so, ich hab mich schlafen, ich bin um 8 Uhr aufgestanden, aber, ich war top fit, ich war mega fit, ich war anders fit, dieses fitte fit, ich bin so aufgestanden, ich hatte gestern voll die Gedanken, ich dachte mir so, wenn ich aufstehe morgen, werde ich wahrscheinlich so aussehen, als ob mich jemand verprügelt hat, als ob ich die ganze Zeit, oh mein Gott, Tinker, ey, mach dir eine runde Summe auf 20, Alter, krass, vielen lieben Dank, vielen, echt, oh mein Gott, 20, ey Tinker, ey ganz ehrlich, ich bin der größte ehrenloseste Mensch auf dieser Welt, falls ich vergessen sollte, dich nachher in der Spendenliste zu aktualisieren, ich hab's aufgeschrieben, ich hoffe ich mach's noch, falls ich es nicht machen sollte, müsst ihr mich bitte dran erinnern, dass ich ihn da aktualisieren tue, okay, macht aber einmal bitte zum Schluss noch, bitte einmal Herz für den lieben Tinker, ich wüsste mega Ehre, Bruder kannst du reden, bitte stirb mir jetzt nicht, ich sterb selber, 100.000 Leute, oh mein Gott, die ist eine Elite-Kiste, oh mein Gott, oh mein Gott, komm zu mir Bruder, Bro, Bro, can you speak, can you hear me, Bro, can you speak, or can you hear me, come on, I have splashy for you, I have splashy for you, oh der spielt wieder, komm 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 komm, little bit blue life, wenn du deutscher bist, wenn du deutscher bist, dann spring mal bitte, spring mal, wenn du deutscher bist, hörst du mich, verstehst du mich, spring mal, wenn du deutscher bist, no, hey, ist das ein Bot, Alter, can you dance, when you hear me, can you dance, please, Bro, Wollah, er aimt ab, Alter, er kommt aber von hier, Bruder, geh nicht raus, ne, was passiert, Bro, can you speak, please, please, Ja, kannst du behalten, Bruder, dieses scheiß, Krautsalat da, little fish, Bro, can you hear me, can you dance, when you hear me, dance, please, when you hear me, are you speak English, dance, when you speak English, dance, when you speak German, dance, when you hear me, Wollah, Spaß. Ey, Jungs, beruhigt euch mal. Wir haben jetzt, glaube ich, 23 Euro Spende rausbekommen. Ey, echt vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich weiß, das wird nicht zu schätzen. Das heißt, es gibt bald wieder ein Turnier. Ich glaube, das heißt wieder, es gibt bald ein Turnier. Ich glaube, am Wochenende können wir in Ruhe ähm, nein, was für 32 Euro. 20 Euro plus 2 machen 22. 23 Euro mal. Ja gut, davon wird fast Hälfte abgezogen. Aber trotzdem, jetzt geht raus. Oh mein Gott, ich weiß, es ist wirklich viel zu schätzen. Bruder, ich werde angriffen. Help me, help me! Er will mir was sagen, ich weiß nicht was. Er will mir was andeuten, ich weiß nicht was. Help me! Agaric, help me! Okay, wait, Wait here. Wait, wait, wait. Dance a little bit. Boah, stell vor dir, sechs Jahre alt. Oh mein Gott! Ja, mach mal ein bisschen Pickaxe. Nein, ich hab, ich hatte keine Munition mehr. Oh, wie behindert. Wie behindert. Ey, wieso stirbt überhaupt mein Freund so schnell? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, fünf Schuss hatte ich. Ich hab's voll vergessen. Ich hatte doch nur fünf Schuss. Fulkan, kurz geht raus. Danke, ey. Äh, danke, Niek. Ich hab dich gegrüßt, Bruder. Danke, danke, danke. Kurs geht raus an dich. Stani, schöne Grüße an dich. Wie geht's dir? Immer noch kein Hallo. Stani nach. Stani, Bruder. Ich wüsste, ich hab die Anfang des Streams, hab ich dir gesagt, falls ich Stani seine Nachrichten übersehen habe, schöne Grüße an ihn. Heute die Gönnerwache. Ey, oh mein Gott. Ich hab ohne... Ey, ich hoffe, jetzt bekomm ich jemanden, der spricht. Wenn jetzt jemand reinkommt, der nicht spricht, ich geh wieder raus. Ich hab keine Lust da drauf, glaub ich. Ich glaube, ich geh dann direkt wieder raus. Ich hab Tatsache heute, 23 Euro, einfach so direkt gespendet bekommen. Ey, wie lange ist Tinker? Ganz ehrlich, weiß ich nicht zu schätzen. Ich muss das sofort jetzt eintragen. Ich guck mal ganz kurz. Ich hasse das mitten im Stream, dieses Eintragen, ist immer manchmal ein bisschen aufhaltsam. Hier, Tinker, wo ist sie? Oh, 23, hier 20. Oha. Dann macht das schon 31? Ne. Vulkan? Ey, wollt ihr mich verarschen oder was? Habt ihr irgendwie miteinander geredet und gesagt, komm, lass mal heute Fatih ein bisschen verarschen? War da was? Tinker mit 1, 32? Ohne, ne. So, einfliegen. Ausschneiden. Mich wundert's, wo ist eigentlich unser ABL-Star, ne? Unser, unser schöner alter ABL-Star, denn ey, Vulkan, vielen, vielen Dank, Bruder. Ich versteh grad nicht, ähm, warum hast du das jetzt gemacht, Alter? In den letzten Tagen, ich hab wieder kein Team mehr. Ich würd direkt wieder rausgehen. In den letzten Tagen, Bruder, hast du wirklich ohne, oh mein Gott, warte, den Typ muss ich auch noch eintragen, so oft in den Chat reingeschrieben, ey, schau mal ein Video an, schau mal ein Video an. Ich hab ein Video von dir angeschaut, die anderen hab ich wirklich nicht angeschaut. Ich hoffe, ähm, dass du nicht sauer auf mich bist, nur manchmal kann ich nicht immer das machen, was alle wollen. Es ist zwar nicht beabsichtigt, aber es ist halt ein bisschen schwer, ne, es ist halt ein bisschen schwer. So, ich speichere die ganze Scheiße mal hier ab. Ehre, kurz geht raus. Ähm, mach mal alle ein Herz im Chat, Leute, die vielleicht hier noch dabei sind und zuhören oder so. Match wird erst mal verlassen. Ich, ach, mega hässlich. Wieso bekomme ich kein Teammate mehr? Guck mal, Jungs, ist euch oft, ach so, streamt ja oft, okay, Malon. mach mal Faysack-Clan. Was für ein Clan? Faysack-Clan. Wie hört sich das denn an? Das hört sich so an als, ähm, das hört sich nicht gut an. Ich, ich hab, ich hab so andere Fantasien. Ich hab so, ich, ich nenn mal, Clan nenn ich die Boons-Clan. Das ist, das ist Noob, rückwärts ausgesprochen und mit einem S am Hinten. Für Mehrzahl. Die Boons. B-O-B-Z. Die Bo-Clan. Weißt du? B-O. Ja, die Boons sind am Start, Bruder. Aber wir haben die geboons. Nein, so eh, mach, sagt der geiler Name. Ähm, ja, ich hab mal so eine Fantasie gehabt, so nachts, wenn ich nicht schlafen kann, ne, wenn, äh, wenn komische Leute über meinen Kopf so, ähm, hin und her hüpfen, dann denk ich mir so, was mach ich? Fati Abi, lass zocken, dann hast du dein, ja, ähm, Jungs, bitte, ähm, bitte die Ferse. Ich glaube, ich lade mir mal wieder Fortnite, unser Spiel mal mit. Ehrlich jetzt, UNK? Kannst du machen, würde mir auf jeden Fall eine Random. Machst du auch beim Cup mit Fati, das ist in Teams und im Solo. Wie spät ist das denn? Ich muss ja arbeiten. Das ist ein bisschen problematisch. Ich arbeite da, was erzählst du da? Sorry. Moin, wie geht's? Was geht, Digga? Nächstes Digga, was geht bei dir? Hab ich dich leid, weil eigentlich nicht leid oder was? Was? Ja. Irgendwie bist du ein bisschen leise, Hörst du mich? Ja, jetzt perfekt. Ja? Okay. Ja, weil abends bist du, ähm, ich bin nebenbei im Stream, ne, ich hoffe, das stört dich nicht. Aber gar kein Problem. Okay, gut, das Problem. Nein, was laberst du? Du kannst ruhig rülpsen und furzen, wenn du malst. Kannst auch ruhig beleidigen. Aber nicht nervig sein. Ach, nein, nein. Solange nicht nervig bist, ist alles gut, Bruder. Wo wollen wir landen? Ey, komm, lass mal ein bisschen flexen. Ich hatte bis jetzt mega die ekligen Runden. Also, sagst du, ich auch, ich hab noch nicht, kein Mädchen gehört. Ich hoffe alles. Nee, ist schwer bei mir genau so. Wie alt bist du halt nicht? Du hörst dich irgendwie voll, so, ein bisschen älter an. du hast dieses, das Leben hab ich schon durchgespielt, ich hab keinen Bock mehr, weißt du so. Mich kann nichts mehr flashen. Ich hab schon durchgespielt, äh, ich spiele jetzt schon her, aber ich bin 21 Jahre alt. Wie alt? 21? Ja, ja. Oh, 21 und total beliebt, ne? Ähm, du bist ganz jung, ne? Schönes, knackiges Alter, so. 21 Jahre alt. Du warst 21, oder soll ich dir sagen? Lockt. Es stoppt nicht mehr, ne? Es stoppt nicht mehr. Äh, man denkt sich, Bruder, okay, das reicht aber. Ich wollt älter sein, aber nicht viel älter. Ey, wohin, wo wollen wir älter sein? Ey, Bruder, komm, land mal hier rein, oder so, direkt hier rein. So von, von dieser großen Öffnung hier. Bro, ich bin richtig am Arsch, einer hat mich angeschossen, einer ist hinter mir. Ich hab einen Angel. Nein, ich hab verkackt, Alter. Leg meine Hand ins Feuer, das ist schwulig. Wie du, oha. Okay, alles gut, ich hab einen Sniper. Scheiße, wieso kommt ein Sniper dann raus? Ey, ich wüsste genau, wenn man irgendwas nicht braucht, Alter, kommt da als erste Waffe das raus. Ich hab mich schon gefreut, hier war eine Kiste. Ich denke mir so, okay, mein Arsch ist gerettet. Was passiert? Sniper. Bitte komm schon, Bruder. Was passiert hier schon? Oh, Was bist du für ein Mann, Mann? Deutsch, hör auf. Doch, doch. Original Deutsch. Original. 100% 100% 100% Schwein. Nein, 100% Kartoffel. Nein, was denn? Echt? Ich wüsste, ich hätte jetzt gedacht, du bist so, so ein Assi-Türke. Assi-Türke, er hätte wirklich so wissen. Ach, ich bin sagen, immer groß geworden, sehr viel, sehr viel. Mit Ausgeigen. Also mit Türken. Man merkt sofort, am Akzent. Oha, nein. Tschüss, der übertreibt. Oh mein Gott, Tinker. Willkommen bei, Tinker. Hä? Ich verstehe das, hast du ein Update gemacht? Oh mein Gott, hinter mir. Warte, ich verstehe die Lage eigentlich mehr. Warte. Tinker, ey, viel, viel. Oh nein. Nein, hilf mal. Ich bin gerade raus. Hab einen. Hast du einen? Ich komme, ich habe nicht mal einen Schuss abgefeuert. Ich bin gerade voll beschäftigt. Ich komme, alles gut, ich habe dir alle sicher. Haben die einen guten Luft oder so? Ja, sowas brauche ich. Geil. Die scheiß Angel, Alter, jedes Mal kommt die. Ey, Tinker, ich verstehe. Wartest du nicht Mitglied? Ist das jetzt eine Stufe höher oder was? Danke. Oh mein Gott, aber warum, Tinker? Tinker reicht doch, ey. Herz geht raus an dich. Ey, du hast heute so viel. Hier, nimm mal. Tinker doch. Welches Bundesland kommst du? Kommst du bis zum Nordrhein-Westfalen, so um die Ecke? Oder bist du Berliner? Ja, Dortmunder. Dortmunder, wusste ich ganz genau so. Ah. Ich war mal Dortmund, ja? Und? Gab's, äh, war, ja, nix, damals, Silvester-Partys, gab's immer Turker. Ah. Kennst du nicht, ne? Ich weiß. Dortmunder ist Quark City, Bro. Ey, Baller, hier sind welche. Crack City? Und da war ich noch bei so einem Einkaufsladen. Wie heißt dieser Einkaufsladen? So ein großer. Sieht außen wie ein Schloss aus. Tiergalerie. Ja, ja, Tiergalerie, genau, genau. Da war ich auch, Mann. Vielleicht gehe ich da irgendwann mal wieder hin, ja? Mann! Wo war der überhaupt geworfen? Wo war der Hässlinger? Iiih, der ist ja da. Voll der Hässlinger. Ich check die Lage gerade gar nicht, ne? Ich bin gerade sowas von raus aus der Geschichte. Der ist unten irgendwo. Also er denkt, sie sagt nicht. Er ist weiter weggerannt. Ich glaube, hast du ihn ein paar Mal angehittet? Auf jeden Fall, ja. Der heilt sich hier ein bisschen, oder? Nein, haltet. Ey, ich gehe hier ein bisschen duschen, ja? Scheiß drauf. Ja, ja, gehen wir hier mal ein bisschen Leben sammeln. Tiergalerie. Aber da gibt, in Dortmund gibt es doch auch irgendwo so ein bisschen so reichen Straßen, ne? So, wo die reichen, so ein bisschen. Wie heißt die Straße nochmal? Ich weiß nicht. Da haben es auch so, ähm, Markenklamotten und so einen Scheiß. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Doch nicht. Aber es sind noch mehr Gegner. Aber Tiergalerie ist nicht schlecht, ja? Ist schön. Oh, äh, äh, hielt ihn. Warte, ey, ich bin gerade am duschen. Was ist denn, Mensch, Junge? Ich bin eben wild, schreibt Tinker. Nein, echt, das ist ein See. Ich versuche jetzt zu pennen, aber lass es eben durchlaufen. UNK, Bruder, Herz geht raus an dich, danke. Ey, irgendwie bist du voll der Fortnite-Gamer, ne? Boah, ich suche gerne Fortnite, das Spiel hat mich ein bisschen gepackt, muss ich einfach sagen. Was? Auch wenn viele haten, auch wenn viele haten, dieses Spiel hat mich ein bisschen gepackt. Boah, lass mal so run. Mann, ich hab nicht mal einen Metz, Junge. Lass mal so run. Gib mal ein bisschen Metz, du hast alle getötet. Ich hab 103, äh, Stahl. Gib mal Hälfte. Ey, wie viel Geld zahst du? Vier oder was? Drei, drei, 100. Mach kaputt diese. Okay, Ehre. Wir können ja eigentlich zum Sägewerk, oh ne, die Zone kommt ja. Ja, ja, dann scheiß drauf, lass abhauen. Hier ist noch eine schöne Kiste, den nehm ich noch mit. Lass durch Wald, äh, irgendwie, ähm, spazieren gehen. Ich versuch am Wasser entlang mit Angeln, vielleicht ging mir Rissfisch. Okay, okay, okay. Seit welcher Season spielst du denn? Äh, Ruby, Mois, wie geht's dir? Ey, wenn ich nebenbei mit streamen und so, Ilias, Bruder, wie geht's? Da kein Problem. Oh mein Gott, ey, ehren Mann. Ich hatte gerade jemanden, der ist reingekommen, hab ein bisschen geredet, hab geflexet und so, da ging ich voll ab, hab ein paar Runden gewonnen und so, und der ist einfach rausgegangen. Er hat seine Sachen gedroppt und ist rausgegangen. Er wusste sogar, dass ich streame. Aber, ich glaube, ich hab ihn abgefuckt. Aber wär ja kein Problem, wenn er gesagt hätte, dass ich ihn abfuckte. Ey, die Zone hat uns erwischt, ich hab nix zum Heilen, weißt du das? Ja, lauf, ja, lauf, ist der willig da. Ja, irgendwie, ich, oha, wer war das? Uäh, wenn du jetzt stirbst, dann hasse ich dich. Bruder, ich komme wieder, halt. Wie ein, wo ist denn der Freund? Der Freund ist nicht da, scheiße. Ich hau ab. Ja, lauf, lauf, lauf. Ja, jetzt unnötig Leben weg. Ja, du spielst gut, glaub ich, ne? Hast du Irrnix und so? Irrnix, nein, mei. Und so Punkte, die ist das? Und in New York warst du auch noch nicht. Hä? Also hast du gar nichts so? Ey, wenn du zu mir schaffst, ich, oder scheiß drauf, ich mach hier mal kurz, ähm, Dings an. Hier sind Lagerfeuer, zwei Stück. Bei mir. Und da ist noch eine Kiste, ich geh mal auf gut Glück gleich drauf. Vielleicht, wenn ich Glück habe, kommt da was Schönes bei raus. Warte, Abi, ich warte bis... Okay, okay, weiß ich Bescheid. Ich werd, ich werd deine Map anschauen, aber ich werd die später anschauen. Ey, brauch unbedingt irgendwo einen Kit oder so. Ey, sonst hat man immer drei, vier Kits, überall nur Kits, ne? Und wenn man jetzt braucht, findet man nirgends wo welche. Ah, da, einer. Hier. Geil. Jetzt hab ich alles, was ich will. Bruder, du redest nicht mehr. Was passiert? Wallah, er ist auch rausgegangen. Wallah, äh, äh, na, ich glaube nicht. Ich glaube, sein Internet ist abgefuckt. Ich glaube, sein Internet ist abgefuckt. Diesmal glaube ich, sein Internet ist abgefuckt. Weil er meinte, das wäre ihm egal. Mann! Ich denk mir schon, warum ist die Stimme auf einmal weg? Vax, die hassen mich alle. Oh mein Gott, Zayce, wie geht's? Willkommen im Stream. Klausino! Dir auch schöne Grüße, willkommen. Ich hab was besser, du bist voll sympathisch. Danke, äh, freut mich, Rubi meins. In Randalos liest du fast nie meine, beziehungsweise gar meine Nachrichten. Ja, Stani, ähm, das stimmt allerdings. Weil das Ding ist, ähm, ja, guck mal, wenn, das Ding ist, wenn, wenn die Leute wissen, dass ich zum Beispiel streame, ähm, merkt ihr das nicht? Die, ähm, haben keine Lust da drauf. Im, im Sinne von, worauf haben die keine Lust? Die haben keine Lust, die denken sich so, oh, ich blamiere mich oder ich labere zu viel und so. Irgendwie kriegen die Leute ein bisschen so, ähm, Platz, nicht Platzangst, aber, verstehst du das, wie ich meine? Nichts, Yannick, was geht bei dir, Bruder? Damian, wie geht's? Ganz, ganz gut. Wie steht's bei dir? Ich hoffe, alles bestens. Wie wählt man Mod? Boah, für Mod, Puram, musst du richtig aktiv sein. Ohne Spaß. Äh, willkommen zurück, Nebio. 9.35 Uhr hast du online unterrichtet. Ja, megageil. Mann, kannst du gut ausschlafen. Oder nicht? Bin ganze Zeit da, aber hast mich vorhin ignoriert. Ey, Jungs, Alter, ich weiß nicht, wieso versteht ihr das? Manchmal denke ich so, wenn neue Leute im Stream reinkommen und die sagen, öh, wieso ignorierst du und wieso siehst du nicht? Ich meine, hallo? Das ist dann so eine Sache, so denke ich mir, ja gut, was willst du machen? So, die sind neu, die kennen mich nicht. Aber, ihr wisst doch, wie ich bin. Wenn ich mit einem Fight bin, ich bin nicht dieser chillige Typ, der nebenbei so, ähm, tötet und nebenbei, ähm, wenn ich im Kampf drinne bin, dann denke ich, es geht um Leben und Tod, ohne Spaß. Machen wir. Ich mach erstmal ein bisschen, ähm, random Duos, weil, ähm, einige Leute natürlich sauer auf mich waren, dass ich die ganze Zeit Turniere starte und 500 Libas und Custom Games mache. Deswegen hab ich gesagt, mach ich so. Ah, ich bin mit einem aus dem Stream drinne. Neji, bist du im Stream überhaupt drinne, oder? So sieht's aus, Piro. Ich wollte es nicht aussprechen, aber, hätte es auch für dich behalten können, du Arsch. Du hast wie ein Mann. Äh, Mohamed, wie geht's dir? Moin, schreibt der. Willkommen im Stream, Bruder. Ich hoffe, alles gut. Was geht, Neji, hä? Schießkinn? Kannst nicht reden? Du hast immer diesen Fehler, ne? Ist das dir aufgefallen? Neji, ist dir aufgefallen, dass du immer diesen komischen Fehler hast? Das, guck mal, bei mir wird wieder dein, ähm, das kann ich angezeigt. Lass mal bitte nach Pleasant, und zwar auf dieses Haus, weil da im Garten ist auf jeden Fall, glaub ich, so ein Zwerg nochmal. Den Zwerg können ich mir, red mal, sonst geh ich raus, was ist das? Also nein, ich hab dennoch keine Stimmbruch gehabt, und wenn ich jetzt anfange, zu reden, ich hab mich im Chat immer als den starken Typen präsentiert, wenn ich das jetzt, wenn ich anfange zu reden, und jeder hört meine Pieps Sprinne, dann ist es nicht so. Wie spricht man deinen YouTube-Namen aus? Meinen YouTube-Namen, wie du willst, Fahrzeug, Fadjack, Faysack, Farsack, äh, was hatten wir noch so? Ey, wir hatten noch so, jemand hat nochmal, ey, Nishi, oha, ich geh unten rein, ich geh unten rein, scheiß drauf. Ey, ich schüsse immer an dieses Unglück, was passiert? Nix, nix, Bruder, da oben ist doch mal jemand. Da kommt einer schon dritt mit Pistole, ja, schießt, schießt, warum denn nicht? Ja, er kommt mit Dings, voll der Übertreiber, Junge. Guck jetzt. Aha, lass ich dir. Genau, Faysack, Faysack, hatten wir auch schon, ne? Fettsack, Fettsack gibt's auch noch. Nein, eigentlich wird's Faysack ausgesprochen, ähm, Paluten. Also, Faysack eigentlich. Also, hatte ich systematisch vor, dass es Faysack ausgesprochen hat. Äh, äh, Marvin, mir geht's gut. Wie geht's dir, äh, dieser Threat, Marvin? Und ich hoffe alles bestens. Ey, ich verstehe das nicht, dieses KXS, ne? Ähm, das haben gefühlt, ähm, ich verstehe das nicht. Einer muss mir mal erzählen, was ein Clan ist. Weil, es kann doch nicht sein, dass in einem Clan 30 Leute drin sind. Geht das? Okay, Felix, Ehre, Kuss geht raus. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Und danke, dass du damals, ähm, beim Raid dabei warst, Felix. Ehrenmensch. Na, ich spiel jetzt du. Ey, Jungs, ohne Spaß, Alter, mh, geh mal ein bisschen, ähm, Arena zocken oder so. Ähm, ich weiß, dass das von Kronos ist. Ist ein Community Clan. Wie geht's, Mauro? Ich hoffe alles gut. Mauro, ich hab dich schon grad eben begrüßt, Alter, was für ein Arschloch, ne? Er, voll das Tier. Ich begrüße, vor allem, du bist voll unmenschlich geworden, finde ich persönlich. Du kommst nur noch mit einem Hai rein. Äh, geht nicht mehr, Mauro. Früher warst du die ganze Zeit da, ey, kannst du mir was schenken? Kannst du mir das holen? Jetzt siehst du die 700 V-Bucks? Das war's, ne? Aber Freitag werde ich auf jeden Fall wieder welche aufladen. Ich hab nicht mal geschaut, Alter, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Ich weiß gar nicht. Wie vielen haben wir heute? Ach, den 12. Ne, heute ist noch zu früh. Ne! Es kommt wieder, ey Jungs, was macht ihr jetzt? Scheiß nicht auf meine Random-Dos-Runden. Wenn du nicht redest, geh ich raus. Na, jetzt redet er. Ey, wie schaffst du es zweimal in meine Lobby reinzukommen? War das jetzt Lack oder hast du da nen Trick? Manche sagen, es gibt's Tricks. Ähm, ein paar Looten, ich werde wahrscheinlich so bis 3 Uhr streamen oder 4 mal schauen. Je nachdem. Wie ist mir so ein bisschen Spaß? Klar, Maki ist eh nicht live. Hab ich mal gedacht, schau ich mal bei dir vorbei. Aber man hat eh Reflex. Warum streamt der heute denn nicht? Ganz komisch, ne? Maki gestern gestreamt, davor den Tag nicht gestreamt, heute nicht gestreamt. Streamt irgendwie nur noch alle zwei Tage. Geht ihm die Lust weg oder so? Oder vielleicht weißt du ja was. Deswegen, weil ich bin nicht 24-7 in seinen Streams, Felix. Und dachte, vielleicht weißt du was. Deswegen einfach so. Ich dachte, man kann sich unterhalten. Marlon schreibt genug Geld. Geld kann man nie genug haben, Marlon. Das ist eine Weisheit hier. Das ist das Erste, was die Eltern eigentlich jemandem beibringen. Äh, etwas beibringen. Immer so. Habe ich bei meinem Sohn auch gemacht. Ich gebe ihm Geld und sage, mein Sohn, weißt du was das ist? Und er weiß schon, das ist Geld. Das ist etwas, was man nie von genug bekommt. Dann schnüffle ich da dran, jetzt macht er das auch immer so. Damit er das schon mal, ähm, weiß, dass er, dass man, also Geld, schlimmer wie Drogen ist. Ja, oder nicht? Komm, Nisi. Wieso landen wir hier? Nein, ey, ich bin hier schon mal gelandet, da ist nix. Oh, hier sind Bots, ja, wir sind tot. Ey, warte mal. Ey, das ist ein Haar. Was bedeutet das Haar jetzt? Ist das das, so ein Haus, oder was? Da unten ist nix, ne? Das ist wirklich das, so ein Haus. Weil da ist nie, letztens war ich auch hier, ich dachte, ich bekomme ein bisschen, da war nix. Das ist irgendwie so ein komisches Haus, hier mit einem Haar, das ist, ey, Fortnite gönnt sich immer ein paar Späßchen. Hier draußen ist so eine komische Waffe. Und da ist sogar ne Kiste. Lande, die haben mich gesehen. Impact. Lande. Ja, na klar, ich hab nicht mal so viel. Munition. War leid, Munition zu Ende. Lande, die treffen voll gut. Wo bist du? Hast du gut gemacht. Hier ist noch ne Kiste, ich hoffe, da kommt ein Biggie raus. Eh, retten bin ich am Start. Jetzt haben wir genug, lass mal abhauen, wieso sind wir überhaupt hier gelandet? Als ob wir grad Arena zocken. Scheiß auf das Haus, komm lass mal dorthin. Ey Junge, als ob wir Arena spielen oder so, oder einen Cup spielen oder so. Mann. Warum sagst du nicht mal was? Willst du doch sagen, ne. Wer weiß, wo die Streamsniper jetzt sind. Das sind bestimmt alle da. Komm, was dahin. Komm, ich hab ein Mini. Auf Ehre. Ich muss was kotzen. Das ist ein, das HS aus. Als Mod kannst du werden, wenn du die meisten Diamanten hast. Nein, Mod, ganz kurz Jungs, alle die grad neu im Stream sind und irgendwie versuchen jetzt irgendwie Mod zu bekommen oder so. Erstens, ähm, war ich nicht zu schätzen, an die Leute, die irgendwie Mod sein wollen und so und mich lieben, dass die sich denken so, oh mein Gott, der Typ ist einfach so krass. Ich mag den so tiefgründig, dass ich unbedingt bei ihm im Stream Mod sein will. Aber das Ding ist, ich hab eigentlich, ähm, zur Zeit, denke ich, meinerseits aus, genug Mods. Oh mein Gott, wer schießt denn da? Und wieso trifft er so hässlich? Ja, verpiss dich doch. Hast du ihn? Nein, es gibt halt beide. Warte, ich komm sofort. Hast du beide oder was? Ja, ja. Was ist eigentlich mit Waze und so? Ich dachte, ihr seid immer so beste Freunde und so. Habt ihr gar nichts mit seiner, was? Naja, ich hab keine Ahnung, was mit dem ist. Der ist ganz aggressiv geworden, weißt du da? Ja, ich zahle mal Schutzgeld annehmen. Was? Ich zahle mal Schutzgeld annehmen. Wie, mehr Schutzgeld annehmen? Ja, ja. Ich weiß, dass du mich auch hast. Echt jetzt? Natürlich. Na, wieso lachst du so? Ist das voll der Lappen oder was? Hä? Ja, ist gut, ja. Nein, ich hab nicht gesagt, ich hab Angst, ich hab gesagt, der ist voll, ja, im Sinne von, ähm, der ist voll krass geworden, so voll aggressiv und so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich weiß schon. Aber warum? Ist das der Cousin von dem anderen? Kann sein, ja. du weißt, wen ich meine, ne? Ja, ja, ich weiß so. Wie heißt der nochmal? Sasuke. Wie hieß der nochmal? Erzähl mal, wie hieß der? Mein Exister. Genau, genau, genau. Ja, ja. Oh, Reaper, wie geht's dir? Wir kommen streamen. Das ist doch auch dein Freund, oder nicht? Nein, nein. Der hat das PC bekommen, der ist gut geworden. Das war ja doch vorher schon. Ja, ja. Was ist das? Zu Weihnachten hat der PC bekommen, Ja, ja. Oh mein Gott, Homa, wie geht's dir? Ey, Homa, letzter Zeit so unsympathisch. Wieso heulst du immer, Bruder? Ich dachte, du bist ein richtiger Mann. Der kommt immer heulend in den Stream rein. Ey, Nevio, tschüss. Wie oft habe ich dich gegrüßt? Voll der Übertreiber. Nächstes Mal mache ich auch, Alter, wenn ich mit Freunden irgendwie Wettbüro reingehe und wenn die mich grüßen, sage ich nach einer halben Stunde, ey, grüß mich mal. Wala, die gucken mich ein bisschen behinderbar. Die denken so, was erzählt der Typ? Ey, ich wüsste, ey Jungs, ich werde wahrscheinlich doch die ganze Zeit immer Spätschicht streamen können. Ich habe da ein bisschen Faxen bei Arbeit gemacht. Es könnte wirklich sein, dass ich gar keine Frühschicht haben werde. Oh mein Gott, hier sind Minis. Kannst du eigentlich stacken, oder was? Ja, ich kann bitte. Es kann sein, dass ich die nächsten sechs, sieben, acht Monate doch durch streamen. Let's go, Fatih, so lobe ich mir. Was für ein Typ, Junge. Nein, es geht jetzt, also ich werde trotzdem acht Stunden arbeiten, ne, also so ist es ja nicht. Aber bin mal gespannt, wie das wird. Ob ich, ähm, das wäre nicht schlecht, ne? Ah, Mauro, Mauro ist mit Freunden unter, die sind, wallah, die sind ausgestiegen, ich haue ab. Oha, tschüss. Was ist das, da wie Hollywood? hast du gesehen, was mit Auto passiert ist? Was machst du da? Warte doch mal. Warum musst du das mal so machen? Ich komme, ey. Okay, ich habe die getötet. War der alleine? Hier sind Minis, ne? Und die Zone, Ich laufe weiter, ich laufe weiter. Nein, bin da mal weg, bye Leute. Tinker, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend, echt. Ich hoffe, du, du weißt, ich werde es nicht vergessen, ich werde es nicht vergessen. Echt vielen, vielen lieben Dank für die Spende. Die Spende kommt bestimmt gut an und die wird, ist auch in guten Händen. Ich werde dafür wahrscheinlich wieder irgendwelche Giveaways machen, also irgendwelche Turnieren oder sowas starten und deswegen echt vielen, vielen Dank, dass du mir, dass du mir Glocki ging nicht raus. Ach so, oh mein Gott, Thomas, alles gut, oder? Ey, schreib mal im, ey, soll ich wirklich mal so einen Face-Eck-Clan machen? Ich würde es ja gerne machen, aber die Community ist halt, viel zu streitig. Wenn die Community nicht so am streiten wäre, ich würde das sowas von gerne machen. Ist halt schade. Ich finde, es ist echt schade, dass die Community immer so streitet. Sonst, ich glaube, wir würden so eine geile Community sein. Wir hätten so viel erreicht zusammen, glaube ich, denke ich. Aber egal, wenn es so ist, dann ist es halt so. Ey, hinter mir ist einer. Schieß mal oder so. Was haben die? Ich habe keine Ahnung. Ah, da. Oha. Ich verstehe nicht, wie die treffen. Oha, ich bin tot. Bruder, mach mal was. Er ist weg aus der Zone. Ja, er kommt unbedingt finishen. Er ist da. Pass auf, pass auf, von oben über mir kommt der. Ey, er will unbedingt finishen. Er war meine Schuld, ohne Spaß. Nein, ey, wenn du so einen Trick hast, hasse ich dich. Bis gleich. Okay, warte, Stunny, gönn dir einfach das Geld, schon viel Geld für uns ausgegeben. Ey, nein, hast du was lasst, oder? Summit, wie geht es eigentlich nicht? Ich hoffe, alles bestens. Ich muss kurz leben, was Stunny gesagt hat. Erfahrt dich zum Chef. Kann ich Nachtschicht machen, da ich privat im Stream seit einer Woche viel Geld gelang. Nein, Stunny Quatsch. Es ist, ich werde das irgendwann mal im Stream sagen. Es ist ganz was anderes, ne? Es ist ganz was anderes. Aber, ich mag, dass heute endlich mal seit langem ein geiler Shop kommt. Ich denke nicht, dass heute wieder ein geiler, ich finde, der Shop ist nicht mal schlecht, finde ich, ne? Also, immerhin gibt es so drei Skins, was eigentlich relativ okay sind. Die geht auch noch, aber 4500, V-Bucks. Ich denke mir immer so, warum? Ich, ich verstehe auch nicht, nach was entscheiden die, weißt du? Nach was entscheiden die? So wie, guck mal, Sakira, 2K, okay. Und die zum Beispiel 1500, obwohl die noch so ein Immort in sich hat, ne? Ich meine, wo ist denn der Unterschied so? So eine gesamte 800 und rote Jade, das sind auch so Skins zum Beispiel, es gibt viele Skins, die sind so identisch und haben 1200 Kosten, die, ich verstehe gar nicht, würfeln die bestimmt so? Ah, wir haben Skin, Bruder, oder die machen bestimmt Dart spielen so. Ja, so, ja, ich habe Skin erfunden, ja, also wie, 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 warte, Bruder, schmeißt so, und dann, wenn er irgendwie 800 oder 2K, irgendwo trifft er, ja, Bruder, okay, drehen wir noch eine Runde. Ey, ich würde das mal gerne sehen. Manchmal, man sieht ja immer die Leute, wie die immer so arbeiten, diese Leute, die, ähm, so einen Scheiß produzieren und so Spiele produzieren und so diese Entwickler halt, ne? Ich kann, ich kann mir, ja, 100%, 100%, da sind die Leute, die, die buffen sich bestimmt eins nach dem anderen. Wie willst du denn auf so eine Scheiße kommen? Man muss doch auf irgendwelchen Scheiß kommen. Weißt du, irgendwie, die schmeißen sich irgendwelche Pillen, dann kommen die auf irgendwelche Aktionen. Die denken sich auch bestimmt, genauso wie mit dem Marvel-Scheiß, da hat sich doch bestimmt jemand einen Pilz gegeben und sich gedacht, dann kam bestimmt dieser, ähm, wie heißt dieser, dieser Endgegner, der beim Dings dabei war? Der hat bestimmt davon geträumt, so ein großes Ding, dass er auf ihn draufkommt und so hat er sich gedacht, oh mein Gott, okay, wir machen so. Oh, wir haben einen, hallo? Hallo? Kannst du reden? Can you speak? Hallo? Hallo? Beautiful man. Kannst du reden? Kannst du reden? Nein? Ich geh raus da, ne? Tschüss. Can you speak with me? Oh, er hat markiert. Wenn du deutscher bist, mach mal die Markierung weg. Mach weg. Tschüss. Oh mein Gott, Finchiboy, was geht, Bruder? Ich hoffe, alles bestens bei dir. Fatih, Abi, kannst du jemanden, der vielleicht einen Fortnite-Account haben wollen würde? Willst du deinen Fortnite-Account verkaufen oder was? Lass dir doch so eine Verlosung machen. Damian, nein, Jungs, ich hatte, ich hatte mal damals, ähm, ich hatte damals, hatte ich, wenn man 2000 Diamanten hatte, hab ich gesagt, komm, kriegst du einen Mod. Aber das, das, das hat sich alles geändert, teilweise. Ähm, ich hab das rausgemacht. Ich hab gesagt, komm, scheiß drauf, wenn wir das immer so beibehalten, ne, mit diesem, ihr wisst, ähm, was ich meine. Mit diesem, ähm, 2000 Diamanten. Ich hab gesagt, für paar Monate hatte ich mich entschieden und dann hab ich das weggemacht. Weil das wär ein bisschen scheiße, ähm, dann hätte ich nur noch Mods hier rumlaufen. Wisst ihr, was ich meine? Das wär ein bisschen scheiße, deswegen hab ich das, äh, weggelassen. 7K-Dias. Ich, ich, ich werd die Dias mal irgendwann auf 0 machen. Damit wir mal gucken, wer wieder, ähm, aktiver dabei sind, ne. Es sind wirklich, oh, nee, Niji schon wieder. Junge, wie schaffst du das, Bruder? Ohne Spaß, das ist doch krank. Wie schaffst du das? Hä? Du, du machst was. Echt? Du machst wirklich was. Ich war eben auch in deiner Runde, bevor du geläftet bist, ne? Ja, aber egal, Runde ist noch schlimm, aber das ist schlimmer. Du hast dreimal geschafft, in die Runde, äh, im Lobby reinzukommen. Wie machst du das? Hä? Keine Ahnung, Glück. Na, das ist doch nicht Glück, Bruder. Das ist, mit irgendwas, mit irgendwas schaffst du das. Das ist krass. Ich find das schon ein bisschen krank. Krass, Was soll man machen? Du machst da was, Wir hatten doch bei Hasan, Jan hatte auch immer so, der hatte immer gesagt, ja, so und so mach ich das. Der meinte, der hat auch immer so einen Trick. Komm, lass mal nach Misty landen. Aber warte, ich setz mich mal ein bisschen gerade hin. ich spiel mal ernst mit Misty, Alter. Johanna, wir haben keinen Code. Ja, Puram, komm, auf Ehre. Ich gönne dir den Spaß. Oh nein. Nein. Nachricht wurde angepinnt. Ey, TTV, okay, ich nehm gleich deine Freundschaftsanfrage an. Weißt du, was das Geilste ist, Damian? Ich, ich hab dir doch eine Freundschaftsanfrage geschickt. On Stream hab ich die eine geschickt. Warte, Stani, ich lese sofort. Egal, können wir auch von mir aus machen. Wir können auch One Ones machen. Soll ich schreiben? One On Ones? Stani, 7k Diaz, das hab ich doch gelesen, Bruder. Ich werde da Nummer 1 sein, wenn du mir das, ach so. Ja, aber dann muss ich was mit dem Diaz machen. Wenn ich Diaz mache, dann muss das schon irgendwie so einen Sinn haben. Ich muss da irgendwie so, keine Ahnung, so ein System reinbringen, denke ich so. Ey, ich bin mal komplett scheiße gelandet, ne, wenn es okay ist. Ja, ich hab was Arz da geholt. Arda ist so lächerlich. Warum ist der Typ so? Reigns kommt gar nicht mehr in den Streams. Was geht's heute da? Heute stehe ich endlich mal ohne Mods fast da, ne? Nur Arda, der Ehrentyp, ist unterwegs. Brr. Wieder die Drecks Gewehr hier. Boah, die sind aufmerksam auf euch geworden. Niji. Okay, die schießen gleich. Aha, jetzt bist du am Arsch. Ich treffe keine Bots, Alter. Ich, ich verstehe das nicht. Ich treffe nie Bots. Nein. Stream Sniper am Start. Nein. Wer war das denn? Kann ich gar nicht. Viri Tief? Nimm die Minis, nimm die Minis. Nimm mal gleich, genau, nimm mal ne Tag für mich mit auf Eber. Samet haust du ab, oder was? Achso, er hat mit dir durchgemacht. Okay, weiß ich Bescheid. Vance schläft auch? Hä, sag, wann haben die so einen Schlafrhythmus, ne? Ist ganz komisch. Wann steht denn Vance, man hat, also, wann geht der denn schlafen, und wann steht der auf? Also, was für einen Schlafrhythmus hat der? Ja gut, ich gucke jetzt, TTV 1896. Ich verstehe auch nicht, weißt du noch, wo ich Solo gespielt hatte, was für eine Runde ich hatte? Hast du mal gesehen, wo ich 16 Kills hatte? Ne. Alter, die Lobby war so bothaft, ich dachte, das ist meine erste Runde in Fortnite. Der eine heißt einfach 144 Messerstiche. Was für ein Typ. Ich habe, ich habe keine Freundschaftsanfrage von dir bekommen. Soll ich mal eben alle ablehnen, damit ich weiß, falls welche wieder reinkommen, wer das ist? Guck mal, Marquis Ray-Type hat vor langem angehalten, ne? Bin mal gespannt, wie lange das anhalten wird. Jungs, ihr könnt mir, falls ich jemanden hier die Anfrage löschen sollte, der hier im Stream dabei ist, nochmal kannst du mir reinschicken, kein Problem. Warte, ey. Atme doch. Stunny, ich dachte, Kimi wollte aktiver dabei sein. Wollte gar nicht mal im Stream. Oh mein Gott, atme doch. Jungs, wieso holst du mich? Der Typ schießt doch vor. Der ist oben auf dem Dach, wo bist du? Ich habe nur ne... 22! Der hat ein Blue-Live mal. Okay, zweimal 21. Der ist über uns. ein Crack, was bringt dir das? Wo ist denn sein Freund jetzt? Sein Freund kommt... Nein, 24 und 80. Bitte, lass mich nie finischen. Ja, sein Freund kommt auch von hier, der springt genauso. Ja. Guck mal im Stream, was ich mit den beiden angestellt habe, dann können wir weiterreden. Okay, Damian, wir machen das später, okay? Wir machen das später auf Ehre. Kannst du meine Nachricht anbinden, die ich jetzt reinschreibe, werde, nachdem du diese Nachricht gelesen hast. Welche Nachricht, Mann? Lass gerne ein Abo da und liken. Nicht vergessen, damit es so... Ah, lass er mal... Wir gönnen das erst mal Pura mit Stani. Lass das mal gleich machen. Ja gut, mach ich. Nach der Runde, nach der Runde hau ich raus. Schmeißt du mir? Schmeißt du mir? Was? Ich nehme dir. Ne, ne, ne. Tschüss, da muss ich rauslaufen. Warte, hier ist eine Kiste noch. Ich mach die mal eben auch. Was? Wie kommst du jetzt auf Fortnite jetzt? Nicht? Ja, sonst bist du auch Valorant. Süchtig oder nicht? Nein, ich bin die ganze Zeit. Und bockt sich Valorant noch? Wieso zockst du nicht das andere? Warzone. Wenn ich Account verlasse, mache ich 1000 Euro plus Verlust. Warum, Nihal? Was für ein Account hast du denn, Bruder? Also 1000 Euro äh, minus. Was hast du da für Skins drin, ey? Danny, was schreibt Danny überhaupt da? Ennis schießt auf Enemies, keine Ahnung. Season 2 bis 14? Was für Skins hast du denn drinne von Season 2? Bruder, du spielst doch nicht mal Fortnite hast du gesagt. Hadi Allah, ich geb dir 5 Euro. Wer bietet mehr hier für den? Kevira, nix, Bruder. Was geht bei dir? Ey, die Zone kommt. Wieso sagst du nichts? Ich bin ich. Geh mal auch was. Warte, Biggie. Scheiß drauf. Einfach Biggie gelassen, du weißt du, du weißt du, du weißt du. Voll Ehrenlos. Mohan, fahr doch weiter. Ey. Komm. Komm. Komm mal hoch. Ey, Treibstoff. Ja, Mann, das war's. Einfach, ich biete 1,25. Ich hab doch schon 5 Euro rausgeboten. Season 3 hab ich ganze Battle Pass. Ja, Battle Pass hab ich auch. 34, 50 Euro beziebt. Wie viel ist der denn wert eigentlich? Sag mal einen ernsten Preis, für was der gehandelt wird, wenn du Battle Pass von Season 3 hast. 90 Euro? 99 Euro? Ey, ohne Spaß, ne, dass man alleine dafür schon Geld bekommt, ist schon krass. Ich meine, guck mal, wenn ich, stell vor, meinen Account verkaufe ich für so ein 100 Euro weg, ich würde mir denken, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Auch wenn ich fast 1000 Euro drin haben sollte, denke ich, 100 Euro wieder zurückbekommen, ist auch nicht schlecht. Ich meine, ich hab das ja aus Spielspaß ausgegeben, nicht als eine Anlage, ne? Stell dir so einen Anlagenwert, so stell vor, stell dir das mal vor, Alter, stell vor, Haji, was kommt nie wieder und auf der Weltweit, die machen so eine Veröffentlichung, weltweit gibt's den Skin nur 10 Leute haben den verkauft und dann kommt so ein reicher Typ und bietet mir so 20, 30.000 auf, das wäre ein bisschen krank, wo bist du, ich hab wieder mega die geilen Hoffnung, ich hab wieder mega die geilen Hoffnung, ich hab wieder mega die geilen Hoffnung, oh hier ist ein Bonsai Baum, Bonsai? Ja, okay, guck, bruh, wieso machst du kaputt? Ich war so hässlich, ja, ist okay, ey, find dich auch hässlich, soll ich dich auch kaputt machen, oder? Ey, oh mein Gott, ach, hier ist doch die komische Mädchen, lass mal weitermachen, oha, spielt man gerade überhaupt noch Fortnite? Ja, ja, der hat jetzt von der Woche wieder angefangen, äh, Videos zu machen. Was hat der vorher gespielt? Geld ist wieder, Alu oder was? Was für ein Mensch. Oh mein Gott, Bravel Pro YouTube, wie geht's, ich bin neu, scheint's mir sympathisch. Oh, irre Bravel, äh, Pro YouTube, kurz geht raus, danke, dass du mich sympathisch findest, ich hoffe, es geht dir ganz gut, willkommen im Stream, auf jeden Fall. Ich will mir, ähm, ich will mir in so einem neuen FIFA-Vow-Bugs. Was, Alter? Äh, ich wüsste, Niat labbert nur scheiße. Ich bin schon am gehen, Alter. Niat, du hast doch letztens im Stream geschrieben, dass du nicht mal eine Playsee oder so hast, dass du nicht zocken kannst. Machen wir, Jungs, ähm, ihr könnt ja versuchen, wie dieser Geier hier in meine Lobby reinzukommen, ich weiß gar nicht, wie oft er reinkommt. Nächstes Mal gehen wir raus bei ihm, Niji, Junge. Lass doch gleich, äh, feste Duo-Mate, äh, lass doch gleich so einen Titel reintun, Niji plus ich. Ihr guckt zu, wir spielen. Magst du so Country, Niji? Ja, ja. Magst du so? Magst du sowas? So Lucky Luke und so, hast du gerne geschaut, oder? So den wilden Western und so. Alles geschaut, zehnmal durchgeguckt. Würdest du mal, was ist das denn? Hä? Wieso hast du Hunger? Nein, aber, ich sehe das zum Ersten. Was ist das? Oha. Seine Freund kommt. 33 auf den Freund! Übertreibst du. Ja, ist doch scheißegal. Lass mich töten, ey! Endlich. Da bist du. Warte, ich muss guck mir, ich muss dir das Schild anschauen. Was hat eigentlich dieses, äh, dieses Auto? Was ist denn mit dem eigentlich? Vielleicht gibt der extra Metz. Oh mein Gott, der gibt wirklich extra Metz. Dann gibt der doch nicht. 40. 40 Eisen. Für ein Auto ist okay, ne? Ja, ja. Klar. Warte mal, schau es doch, warte, was ist denn mit dem Schild? Ach so. Ach so, deswegen, diese Muffin scheiße da. Nein, wie heißen die nochmal? Craps. Warte, darf man dieses Schild nicht angucken? Ist der verflucht, oder? 37, der andere ist weiß. Nein, lass mich töten. Wallah, wenn du Klaus bist, du hast. Okay, okay, dann ist der, komm, hol den, hol den. Nicht den, den anderen, wo ist der? Den hab ich schon, den hab ich schon. Wo ist denn der andere bauen? Ich geb ihm einen Hit, so, damit er nur... Oha, der ist voll gut. Guck mal, wie er baut, Junge. Nein, ey, mach nichts, mach nichts. Ich schieß den einfach runter. Warte, er soll wieder bauen, volle Hässliche. Lass ihn bauen, ich schieß den wieder runter, warte. Damit der checkt. ist gut, aber der will mich abschießen. Nein, nein, der ist hoch. Ich hoffe nicht. Was hast du gemacht jetzt? Du hast voll genervt, merkst du, ne? Du solltest doch ganz hinten sein. Er ist doch nicht gesprungen, er ist doch nicht gesprungen, ja. Ja, wärst du mal ganz hinten geblieben. Ich wollte gucken, der hat das gar nicht gecheckt, ne? Er hat ein bisschen komisch gespielt. Ich hab ein Problem, mein Skin bewegt sich voll langsam. Was ist da mit der Kiste los? Chillt die Kiste jetzt da oben. Warte, kann ich jetzt auch noch einen Auftrag annehmen? Ja. Ja, warte. Ja, ja, komm. Die holen wir auch auf die Eber nochmal. Keks? Das sind doch Pancakes, ne? Pancakes sind das. Genau. Was sind diese Pancakes? Magst du sowas? Mit Schokolade und so. Nein, aber mit Honig, ey. Mit Honig? Ja, ja. Hab ich noch nie gegessen. Ich esse mit Schokolade. Magst du nicht mit Nutella und so? Siehst du rein? schon mal. Aber sonst immer Honig. Ja, klar. Hab ich noch nie gegessen. Schmeckt das gut oder was? Ja, ist okay, ne? Boah, wenn wir über Nutella reden, hab ich schon Zahnschmerzen. Ey, hier wird angezeigt, dass die Typen hier sind, aber irgendwie hier ist keiner. Ja, ja, die sind da hinten. Ich hab irgendwie gesehen. Wo denn ganz genau? Ähm, ich glaube, die sind das hier. Okay, Sasuki, wir gucken gleich. Wallah, hab Hunger, kein Bock zu kochen, Musa. Was kochst du denn, Niyad? Oha. Guck mal, wie groß dieser Kreis geworden ist auf einmal. Na klar, Das ist richtig groß jetzt. Hier sind doch einige, oder nicht? Guck dir den Scheiß mal an. Abgejagt, abgejagt, hier. Komm, komm, komm. Ich komm mal, ich komm mal. Sind das die drinnen? Das die Depot, ne? Ist es wiedergekommen? Irgendwie war das, irgendwie hat das keiner angesprochen, oder? So richtig gefeiert wurde das nicht, oder? Ja. Die dachten wahrscheinlich, komm, wir tun einfach mal das die rein, Junge, die werden ausschlippen. Gefühlt aber, keiner hat das interessiert. Hilf mir, ey. Wo ist der jetzt hin? Der hat sich weggezaubert. Hä? Oh mein Gott, warte mal. Die Zone. Wo ist der Typ hin, hier? Hier ist einer, ne? Bitte schön. Wo ist der jetzt? Hier ist einer, ne? Ich bin wieder so langsam. Ich muss gleich niesen. Oh mein Gott. Von wo? Wo ist der? Da oben, ne? Da, da, drinnen ist der. Oha. Was machst du da? Da, da, da. Warte, warte, warte. Wann, die Zone? Der eine ist immer noch oben, ne? Guck, 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 guck. Ganz, ganz oben sind die aber. Die müssen da eh runter. Naja, da ist er. Oha. Ih, sein Freund ist hässlich geworden. Was? Ich gerne mal noch mal. Mann. Verwind doch. Ich hab ihn mal gefinished. Scheiß drauf. Äh, wo ist der jetzt? Ist der ganz oben bei dir? Ja, ja. Ich schieße euch runter. Soll ich machen? Ja, ja, mach. Ich weiß aber nicht wie. Irgendwie machst du schon. Na, wie denn, Junge? Du hast hier alles verbunden, Alter, beim Bauen. Der Typ, Alter, voller Krasse. Und, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ja, komm. Warte, ich geb den gleichen Sniper. Kommt gar nicht mehr raus, der. Gaber, komm rein. Die Zone ist schon gekommen, Bruder. Na ja, mein Mann, komm, Junge. Warte. Voll der Reinscheißer. So, ich hab nur noch 13 Leben. Ich, äh, töte mich fast schon selbst. Du machst das schon. Ich bin, ich bin, ich guck mal hier bisschen. Weiß nicht. Oh mein Gott, er hat so warm-schotten on this. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Wo ist der? Er hat mir warm-pump gegeben. Wo ist der? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Die ist ganz, ganz oben. Ja, der ist warm-pump. Voll der hässliche. Er soll denken, ähm, ich. GG. Kuss geht raus. GG, du bist nächste Runde, ja? Das war der wichtigste Kill, ne? Da weißt du es auch. Kimi, wie geht's dir? Willkommen im Stream. David Douglas. Wie geht's dir, David Douglas? Was schreibt der rein? Warum die Keywords? Warum die Keywords? Ich weiß nicht mal, was Keywords sind. Was heißt das, Douglas, Bruder? Was, was, was die Keywords meint da, was? Was geht ab, Megamax? Willkommen im Stream, kurz geht raus an dich. Ey, Megamax, bist du jetzt Mad Max, oder? Wer bist du? Dominik, ich werde bis 3 Uhr streamen wahrscheinlich. Warte, ey, guck mal. Jungs, merkt ihr eigentlich, dass ich gerade mitten im Endfight war? Und, äh. Ach so, okay, okay, ich mach das gleich, ich mach das gleich, ich mach das gleich. Ich muss ganz kurz was lesen. Ey, jetzt ist er blockiert, ne, schade, er kann gar nichts mehr. Was heißt die Keywords, Junge? Was meint der damit? Er freut mich, Kimi, danke, mir geht's auch ganz gut. Er schreibt, warum die Tastatur, warum die Tastatur? Und was soll das heißen? Ist das irgendwie so eine, ähm, ist das so eine, ähm, eine Masche, neues, ähm, neues Wort irgendwie so? Warum, ähm, hat das irgendein YouTuber so gemacht, oder was? Irgendwie, warum die Tastatur, warum die Tastatur so? Ostani, ich hör's dir, gönn, gönn's den Pippen doch. Gut, ich hab's gemacht. Ehre, kurz geht raus. Da hast du auf jeden Fall root 2000, was, root 200 Likes? Ey, nein, Mann, das ist, wenn ich bei einem YouTuber drinne und der hat das sowas angepinnt, dass da steht root 200 Likes, ich würde aus Prinzip nicht liken. Okay, Nihat, warte. Ey, ich hoffe, ich komm random, Alter. Oh, Markus geht raus an dich. Äh, danke, Simi, danke, weiß ich zu schätzen. Du warst auf Laptop online heute? Oh, Elden, wie geht's dir? Okay, was meinst du denn, Elden? Welches Wort ist das denn? Warte mal, wieso die Keywords? Ich will das mal wissen. Lass mal diesen Elden kurz. Welches Wort meinst du denn, Bruder? Vielleicht nimm das weg. Dr. Johnny, wie geht's dir? Willkommen im Stream, kurz geht raus an dich. Okay. Ehre, Stani, Ehre. Äh, Lenny, wie geht's? Guck dir dein Bio an, Digga. Achso, die ganzen Tags meinst du? Ey, das hat doch jeder. Oha, Lenny, Junge. Hey, 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 hey. Hey. Was geht? Hast du geröbst? Bist du Deutscher? Kann auch rülpsen. Red doch mal. Ich bin voll überträumt. Wolltest du Jumanji schreiben und hast Jaminji geschrieben? Bro, can you speak? Hallo? Hallo, my baby. Why are you not speaking? Spanisch, please. No, English, I'm German. Spanisch, Spanisch. Okay. Little bit English? A bit, a bit. Da Vinci? Da Vinci, no. Da Vinci code. Da Vinci... Die werden sowas von verkacken. Die werden sowas von verkacken mit denen. Help me, give me, give me, give me a, give me a, waffe, waffe auf Englisch. Ich... There we go. I don't have anything. Give me a, Bom, Bom. Man, was heißt nochmal Waffe, Junge? Pistole. Okay. I have a pocket, friend. Oh, they are aggro. ich sehe die ich habe ein Problem oh mein Gott Amigo Bruder Kuss geht raus an dich Alter der Typ ist älter wie ich kann gar kein Englisch Alter Gun oh mein Gott Junge Alter mitten wenn man Englisch redet dann kommt dieses eine Wort was man ey ich schwöss dich Junge du bist sowieso mega süchtig und danach habe ich dich als Stream Sniper das geht ja gar nicht Chris Dato wie geht es dir? Willkommen im Stream Kurs geht raus das ist nicht sehr cool Herr Elden warum? Elden wie alt bist du? weißt du das ist immer so ganz lustig ne ähm Trittfestin hallo ey ich schwöss dich in der Arda und Impact Junge tschüss übertreib mal nicht gönnt doch mal den Spaß übertreib voll wallah ey du kommst voll aggressiv rein du siehst doch ich habe nur 30 Leben hallo hallo was geht ravi hä ravi wie geht es dir? hallo 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 du bist doch ein deutscher Trittfest hallo dein Name wie what wie what German German you fucking German Bruder hör auf tschüss dein Name tritt fest er geht schon raus fucking German fuck you fucking German fuck you wie du du lädst das Video auf YouTube jetzt hoch ich zeig das direkt an der heißt trittfest der hat es nicht gecheckt der ist 10 Jahre alt wollte wahrscheinlich YouTube Video machen er das er heißt einfach trittfest und ist aber fuck German Lenny fort oh Lenny Junge oh Junge willst du jetzt machen willst du die Polizei anrufen wollen wir uns irgendwo treffen oder was ist denn jetzt deine Aufgabe hast du einen Auftrag von deinen Eltern bekommen Lenny Bruder geh mal raus bei YouTubern Streamern schauen was wir Taxi drin haben und ähm schreib mal sowas rein oder bist du auf Ehrenpolizist oder so wo bist du beauftragt hier ähm 2021 war so ehren äh 20 war so ehrenlos und 21 soll ehrenvoll laufen jetzt läufst du hier durch die Straßen durch TikTok und so und ähm versuchst die Leute in die richtige Bahn zu schicken oder was Niat Warteabend und wenn du nicht glaubst das nein Niat alles gut Bruder tschüss hab noch nicht mal was gesagt gute Nacht Puram Kuss geht raus hallo 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 oh endlich jemand redet bist du Deutsche ja hallo wo wollen wir landen mega holy sweat eh zu spät dann lass nach Retail komm ganz hinten geschmeidig okay okay ich weiß du hast mich jetzt lazy oder site erwartet ich land ich land da ungern lass einfach Retail Retail ist cool ich bin nebenbei im Stream ich hoffe dass dir nicht ähm das ist hoffentlich dir nicht so schlimm äh wie geht's dir Skill ich hoffe alles gut bei dir wallah du klatzt 500 Wörter hin ich schwör's dir ne ich soll's so ehrenlos Junge die das hab ich doch einfach kopiert von einem anderen YouTuber tschüss voller hässige Janne wie geht's willkommen im Stream es geht raus auch schöne Grüße an Chris Dato ey Bruder Milo und bitte bleibt drinnen geh nicht raus ich störe ich dich scheiße ich rede nicht mehr mit diesem Mann da sind welche im Stream drinnen die facken mich mega ab weißt du ich hab so Tags benutzt so ähm dass ich angeblich ein Mädchen bin dass ich 18 Jahre alt bin keinen Freund habe und nur dass ich Jungfrau wäre und so ne solche Sachen hab ich reingeschrieben als Tag so damit die Leute kommen und sich meine YouTube Kanal anschauen so weißt du wie ich meine ja muss ja auch mal sein jetzt ist da einer und meint immer so öh wieso benutzt du solche Tags und so ich sag zu ihnen ja das hab ich nur benutzt damit ich auch mal irgendwie Erfolg hab er meint das ist jetzt uncool und dann hab ich gesagt was ist denn cool wenn ich auf TikTok meinen Arsch zeige oder was das ist cool ich verstehe nicht was die wollen ey Bruder hilf mir mal scheiße warte warte ich komm zu rei was ist los Kiloa ja ich wird schon angehittet ja ich hab nur ne scheiß AR und kein Bluelive ja die kommen pushen was denn ich hab alles gut ich hab diese Handkammer hatten scheiße ich hab ihn nicht getroffen er hat Bluelive mann ich bin weg ja da kommt ein anderes Team ja kann man boah ich dachte schon das Ding machen äh CloudsFN kannst du bitte auf meine ja Alter Kiloa hat schon richtig reingeschissen was ist los Kiloa oh ne Alter du riechst so scheiße ne da kommt auch nur Drecks raus oh wenigstens immer aber kein Bluelive Alter das ist echt mies na die kommen schon ist da unten einer ist das ein Bot ne das ist ein Bot da die Sachen na gut ja ja boah ich hab noch 10.000 ey meine Karte Bruder oh bitte nicht alles gut wer bist du eigentlich 14 warum nur so ohne äh da war nicht frag tut mir leid ja doch alle Herren nur weil die so die Wechseln da raus und das ach so ne 14 kommt schon hin ja ich dachte vielleicht so ich hab schon kurz auf 16 getippt aber 14 ja kommt ja auch so 14 16 ist fast dasselbe halt nicht da rechts ist einer rechts ist einer ja pass auf ein bisschen links hinter diesen Gittern da diese Gitter diese Drahtzaun hä rechts ist dieser Drahtzaun da da siehst du mich ne jetzt Digga jetzt macht er wieder Crack ja ja au 52 er hat Angst Bruder ja Digga hä er gibt ich hab nicht mal Blue Life ok das weißt du ja nicht aber trotzdem Digga du wirst gefühlt keine Ahnung der Wicht der am Anfang ganz kurz immer gedacht hat ist 16 wenn du das also Digga du du beboomst deine Beschreibung mehr als Stukas Frankreich boah Elden Junge ich denke Elden hat keinen Zuhörer in seinem Leben deswegen kommt er hier rein ey der hat mich auch rumgebracht wer ist das das ist Twitch Runner ist das das ist ein Streamer glaube ich ne scheiße man was geht raus ne klaut's gar nicht bäbisch er regelt schon auf mein Video kommt das oha die reden so bäbisch mäbisch euer ernst jetzt oder was wer wer hat über eine Million Abos achso ok jetzt verstehe ich ja Gplay mal schauen ne ich denke heute wird das sowieso nichts aber mal schauen zeig deinen Spinn soll ich mal meinen Spinn zeigen komm ich zeig mal ein bisschen Spinn ich weiß gar nicht Niji bist du gerade noch ich hab wallah TikTok Seekers haben nichts wie zu tun ah wann Lenny Lenny denkt sich so ich krieg Ausraster gleich ah wird nicht sein ähm ok ich ich zeig mal ein bisschen meinen Spinn ganz ehrlich ich finde ich hab so viele Fehlkäufe gemacht ich weiß nicht warum also den hab ich eigentlich wegen dem Rücken hast du zwar geholt wegen diesem Engel ähm diesen gefallenen wie heißt dieser ach du scheiße ist ja eigentlich selten war der mal ein zweites Mal das war so ein Paket ne war der schon mal im Shop wieder drin nö Kilo alles gut kannst du machen wie du willst ich bin nicht Fame Kilo wie meinst du warum bin ich so Fame wie meinst du ich bin gar nicht so hab ich diese Inferna das bereue ich ne ich weiß ich weiß auch nicht da hab ich so kindisch gehandelt ne da dachte ich mir oh mein Gott OG Skin ja aber verbrannte Version verbrannte Version Deadpool ist ja auch ein Battle Pass ich guck mal die die ich gekauft habe eigentlich ne oh mein Gott ich schüsse ich weiß auch nicht immer noch da draußen sind so viele Leute die die beschmutzen immer wieder diesen Skin ne die sagen immer oh ich hab den voll hässlich gemacht viele haben den mit diesen dicken Helmen und so und ich hab immer gesagt guck mal wenn ich mit diesem Skin laufe da denken sie schon welche bestimmt so wer ist das was für ein Skin ist das weil das ist dieses Maya Skin und viele haben wirklich nur mit diesem Kopfbedeckung ne und ich hab mir das einfach weggelassen aber naja egal scheiß drauf ein Spindvideo und dann hab ich noch also ich hab ja extra hier pinken Hals genommen ich finde das ist der geilste Skin also ich finde es wirklich bei mir geil schreib mal eine 1 bitte im Chat rein der wirklich findet das sieht gut aus viele mochten diese Haarsituation nicht aber jetzt mal ohne Spaß komm jetzt könnt ihr nicht sagen das mit dem Helm sieht geiler aus 9 Clouds findet es scheiße 2 ist scheiße oder was alle sagen scheiße schade wenigstens die Gplay find's gut das war ein Paket ne so ein 20 Euro Paket oh mein Gott das ist guck mal das ist der Skin ich weiß könnt ihr euch noch dran erinnern wo ich das ist ja vom Battle Pass war das die 4te oder was war das wo steht das denn nochmal wenn man drauf geht ne wo stand das denn aber hier unten Season 6 war das tschüss ähm Season 6 wo der zum ersten Mal rauskommt wisst ihr noch da hat sich bei jedem ähm bei jedem Tanz hat sich die ähm haben sich die Möpse haben sich bewegt wisst ihr das noch das kam doch in die Nachrichten und so dann wurde doch sofort ähm weggemacht aber da gibt es ja noch diesen einen einen Tanz gab es da noch ne letztens war doch dieser eine Typ da hat sich die Titten haben sich dann immer noch bewegt gehabt in Stufe 1 das ist doch Stufe 1 oder nicht achso das hier meinst du achso mit dem Ausschnitt ja das geilste ich hab diesen im Ort nicht ne wenn du mit diesen von Dirtpool auf das Auto steigen tust wenn du von Dirtpool auf dieses Auto einsteigen tust da sieht das krass aus ne ey ich schwör's dir warte mal ganz kurz gibst du da einen im Ort Alter so na hier guck dir erstmal wenn ey ich schwör's nicht ich weiß nicht der wurde bestimmt rausgekündigt ne der Typ der hat doch der ist doch so sexy dass er sowas macht der hat sich doch bestimmt mal bei Epic Games an alle Weiber rangemacht die haben sich so bestimmt gedacht scheiß doch okay wir kicken den Typen raus Alter Gönnen schreibt dir was denn Cloud ich weiß nicht ob der äh Faysack Fan Forever wie geht's dir Bruder nichts Bruder was geht bei dir wir gucken kurz den Splinter auch ein ganz nicer Skin ich finde guck mal merkt ihr was die Battle Pass Skins sind so hässlich geworden guck mal jetzt ohne Flux ne hier zum Beispiel von Chapter 1 waren ich hab wirklich die Battle Pass Skins ich hab die mega gefeiert ne die war richtig also die hab ich ganz anders gefeiert gehabt Blingerilla ich hab auch immer gesagt ich glaub ich spiel auch gleich mit ihr genauso wie hier die auch das ist die nicht mal Level 100 gewesen auch mega nice auch Carbide war auch mega nice du konntest diese Aufrüstung tun und so mittlerweile ist das die sehen ja auch nicht schlecht aus finde ich ne finde ich persönlich jetzt genauso wie diesen dieser Skin hier okay Besucher und so das war sowieso Schrott der Gefangene ey ich schwör's dir wieso gibt's jetzt nicht mehr solche ähm so ein Special Skin ne sowas wie jetzt das hier zum Beispiel ne das hat ja so sein ähm wie nennt man das so ein klein ähm so eine kleine Geschichte ne mit dem Feuer und so mit dem Tanz und so das hat auch voll Spaß gemacht ne mit diesem so ein Geheimnis ähm Skin so ein Geheimnis Skin war schon anders geil fand ich ey ich schwör's dir mein PC seit drei Tagen ich weiß nicht warum wackelt der wie an keine Ahnung was das fackt mich voll ab den hab ich gar nicht so gefeiert ganz ehrlich gesagt jetzt feiert den natürlich jeder weil jeder denkt oh mein Gott OG und so aber ich dachte immer so oh geil toll die ganze Zeit gibt's immer mega die geilen Skins und Level 100 dann einfach so John weg voll ohne Sinn ich schwör's dir ohne Spaß äh was denkst du was in den Shop kommt weiß ich nicht Basibur wie geht's dir willkommen im Stream der Wissenschaftler der hat mich auch mega abgefuckt der war glaube ich welche Season kam der ist auch so ein Geheimnis Skin gewesen ich dachte mir toll jetzt haben wir Besucher und dann kriegen wir den noch Season X Season X der stand da und dann Season X jeder ich glaube mal jeder hat gedacht Season X jetzt wird ein krasser geheimer Skin kommen der beste vom besten auf einmal kommt der guck mal was für Fett sagt Tschüss du stehst fetter als andere fette Skins ne denke ich oder das war der Besucher nachdem er auf die Erde kam und sich McDonalds gegönnt hat weißt du jeder Besucher so kam er auf die Erde dann hat der glaube ich McDonalds entdeckt und dann wurde der so BÄM auch ein ganz geiler Skin ne Drift Skin Drift Skin ist ich das ist glaube ich ich glaube sogar meine Nummer 1 männliche Skin ist Drift Skin oder wer wird jetzt sagen das Nummer 1 männliche Skin oder was würde ich sagen Fatih schaust du mein Video nach Shop oder davor ich guck mal Kilo oh mein Gott Mad Max Max wie geht es dir wie kommt ein Stream nein mein liebendes Skin männlicher Skin als Nummer 1 würde ich sagen Astronaut Skin geht feiere ich nicht so unbedingt aber ist nice geht den hab ich mir gekauft hier den armen Wonderskin umgewandelt nur auf Ehre hier aber Eisbiss war doch auch noch einmal drin Eisbiss war zweimal drin oder Christato wie geht es wir kommen Stream Eisbiss war zweimal oder mach jetzt ne Runde das dauert zu lange hör auf ich guck mir das ich guck mir das jetzt an oh Gott Eiskönig ich hab Eiskönig so geil gefeiert ohne Spaß ich hab den so geil gefeiert aber später hat man ich glaub Eiskönig ist das erste dickste Skin oder das erste dicke Skin war glaub ich Eiskönig oder den hat doch glaub ich jeder gefeiert und später hat jeder nur gemerkt wie fett der ist und hat keiner mehr mit dem gespielt glaube ich der Skin geht da fangen wir an ne äh Chapter 2 oder nicht hier Kapitel 2 Season 3 auch so ein Skin muss nicht sein genauso wie Fusion hä guck dir das mal an was für Skins man vorher bekommen hat und jetzt das ist doch vor allem der sieht doch genauso aus wie dieser eine Krokodil mit der Ninja Maske Tarnung ne das ist echt ohne Sinn hast du Neo Versa ja Neo Versa hab ich glaube ich Timo wie geht's dir willkommen stream warte ich guck mal gleich Galaxia die wird auf jeden Fall OG sein jetzt geil nach 10 Jahren kann ich sagen ey ich hab ich hab den ersten Fortnite Crew Paket geholt hat sogar grüne Augen Glow hab ich durch meinen Bruder erworben ich bin kein Samsung Fan ich bin eigentlich Apple Fan ist halt so schade gar kein Apple Skin ne gar kein Apple Skin verstehe ich nicht ne verstehe ich ehrlich warum hat der Apple nicht mit durchgezogen hier den meine ich doch Hybrid ich finde guck mal Hybrid war fast identisch immer so wie dieser Fusion ne ohne Sinn Hybrid 1000 mal geiler und dann gibt's noch den Inferno der kam auch glaube ich 2 bis 3 mal ne das ist auch ein Paket gewesen oder wenn ich mich irre Liebes Ranger geholt und nie gespielt nur für den netten geilen ich glaube das ist der erste Skin was was jeder gehasst hat das war doch wer wer mit weißen Rücken also mit diesem Engels Flügel durchgelaufen ist das waren Tryharder oder die Flügel wenn man gesehen hat jemand ist mit diesen Flügeln unterwegs da hat man glaube ich ein bisschen Abstand genommen oder ein bisschen weggelaufen später kam das irgendwann mal in den Shop natürlich hat sie glaube ich jeder gekauft ich will gar nicht wissen wie viele Leute sich den gekauft haben an dem Ort aber ja das war das war die erste Shitwelle das hat sie jeden irgendwie abgefuckt denke ich das waren die Schwitzer das war wirklich Schwitzer also ich mit meinen Freunden wir haben schon geguckt oh mein Gott Engel weg weg abhauen weg direkt weg da da gab es ja diese Strömungen rein oh mein Gott Lux ich schwörs dir ohne Spaß guck mal wie geil die Skins damals waren ich finde Lux einer der geilsten Skins überhaupt ever mega geil so viel Liebe drin allein allein so ihre ihre Form so wie die steht und so so ein Skin gibt es nicht das ist okay es stimmt auch guck mal den Arsch die hat voll übertrieben aber vor allem in Farben weißt du so schwarz guck mal wie geil dieses Skin ist ohne Spaß die sieht sogar in allen Varianten so mega geil aus ich finde sogar die erste Variante feiere ich sogar mega oder nicht jetzt mal ehrlich die erste Variante nicht in der Farbe aber so in schwarz oder rot ich spiel oft in rot mega geil der geilste Skin überhaupt ich finde auch diese Fresse könnten die auch mal öfters benutzen ich persönlich warte mal wie sieht das dann hier aus wieso dreht sich jemand das Arsch irgendwann kam dieser Schwanz das haben die später hinzugefügt diesen Schwanz weil eine Katze ohne Schwanz und dann haben die glaube ich später mal diesen Schwanz mit eingefügt na gut mit dem Schwanz das stört voll hin und her na geil Midas genau weiß ich nicht habe ich auch nicht so direkt gefeiert es ging eigentlich also okay Midas darf ich jetzt nicht schlecht reden Omega Omega ist mega geil also ich glaube Omega ist eins der geilsten Bette also Stufe 10 Skins oder würde ich jetzt persönlich sagen guck mal wie krass der aussieht damals hat damals hat den keiner gefeiert aber ich ich habe den mega gefeiert der Kopf sieht so krass aus na gut man kann auch so spielen geht auch breh der wird ja immer dünner von der Lauch so hey Junge hey komm hierher nicht weg ey wer wollt ihr eigentlich und dann hey Junge hey Junge wo wo ist meine Kleidung Junge wo wollt ihr fälliger Egal scheiße Omen Fehlkauf hoch 6 habe ich schon glaube ich genau gesagt Rattenhau ich glaube Stufe 100 allgemein Stufe 100 Skins sind scheiße Kontrares Gottdeutsch weiß ich nicht Abelash wir lassen uns mal ein bisschen auf Ehre glaube ich bewundern ob der kommt oder nicht kommt ich weiß gar nicht mehr wie der aussah ich muss mal ein paar Versionen zurückgehen ne scheiße ne auch scheiße er sieht sogar im ersten ich denke wenn er im ersten Variante die Frisur hätte würde er oh mein Gott mit dem Bart und dem Frisur in der ersten Variante wäre er glaube ich sogar nice ne ich glaube den würde ich sogar spielen der sieht sogar nice aus der Skin jetzt finde ich so aber nun der Bart Fakt anders ab ne wenn er jetzt genau diese Frisur im ersten hätte ich glaube dann würde ich den sogar öfter zocken da haben wir Rox Rox habe ich so gefeiert oh mein Gott was ist denn jetzt passiert raus Rox habe ich so gefeiert Anfang an aber ich weiß nicht was später hatte ich gar keine Sympathie für die weißt du ich dachte mir oh mein Gott was für geiles Skins und so ja und dann war das nicht so meins irgendwie keine Ahnung die steht als ob die ein X-Bein hätte so so wie ein billiges Stück an der Straßenecke so so Anhalterstopp nicht Peace Zeichen noch ein Anhalterstopp und dann passt das das geilste hier auf dem Bild steht die ganz gerade ich weiß gar nicht warum die solche Faxen machen da weiß ich die Skin ist zwar nice aber muss nicht sein ich glaube wo ist der Unterschied jetzt achso die Farbe was ist hier der Unterschied achso die Zweitfarbe hier leuchtet die komplett geht eigentlich warte mal ne ne ist nicht meins oh mein Gott Ruin ich finde das fand ich traurig das war glaube ich das erste welche Season war das jetzt welche Season war das jetzt Season 8 und warte mal der andere war wo ist der andere hier da ist der Season 7 das habe ich nicht verstanden ne genau zwei Seasons hintereinander erst kam der Gefangene da habe ich ja mega gefeiert alleine mit diesem der kam ja aus dem Eisberg hey aus dem Eisberg sozusagen raus der war ja gefangen dann Eisberg raus und so dann Feuer ich habe mir mal so Bilder gemacht oh mein Gott er wird wahrscheinlich diesen Eisberg schmelzen lassen dann kam ja irgendwann mal den Eisberg hat ja sozusagen dieses eine Monster hat mal ganz kurz was kaputt gemacht glaube ich da war doch dieses Auge drin dann ist doch dieses Monster da rausgekommen bei diesem Eisberg ich dachte da wird das zerstören und später kam einfach Ruin weißt du kein Steal kein nix habe ich nicht gefeiert das ist dieser Skin der gerade im Shop ist habe ich auch nicht gefeiert das war das umsonst ja ne ich glaube schon ich guck mal gleich ich hab Neoverse sollte ich glaube ich haben ja Shop kommt eh gleich in sieben Minuten das halten wir aus glaube ich Arif wie geht's dir willkommen im Stream das geilste ist dieses Season war glaube ich umsonst da kam doch Apex raus Apex hatte doch irgendwie so ein Rekord gebrochen das Spiel was am meisten innerhalb von einer bestimmten Zeit gedownloadet wurde hatten die glaube ich ich weiß nicht die Epic Mitarbeiter die haben sich mega abgefallen die haben direkt nächstes Season umsonst zwei Wochen weil zwei Wochen hat noch Season gedauert und die haben gesagt zwei Wochen und danach wenn du in zwei Wochen diese Aufgaben erledigst hast du Season was war das sieben oder was sieben na acht acht aber richtig scheiße der Skin Sentinel auch gar nicht gefeiert neun die Skins werden immer schlimmer wenn man so merkt okay das ist das war nicht schlecht aber mit dem Fortbytes war es immer so eine krasse Geschichte später gab es ja immer diese diese Skins noch dazu Anfang an gab es das gar nicht später haben die die glaube ich mit eingefügt weil glaube ich die meisten gar nicht Fortbyte gemacht hatten sieht schon ein bisschen losty aus aber ich feiere die eigentlich ne ich glaube die hat auch nicht die jeder glaube ich in der Season geholt weil man brauchte ja 100 Fortbytes wer hat denn alles schreibt mal bitte eins kurz im Chat rein wer den alles gemacht hat Sorana okay Sorana ist nice ist glaube ich schon in jetzigen Season Kapitel 2 Season 1 Sorana es geht Stani hat den Clouds hast den Reeks hast den auch okay jeder hat den ach du scheiße okay 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 ich hab nichts gesagt Alter ah Season 4 Vaylor also wenn man so überlegt hatten die schon damals so ein bisschen glaube ich so im Handel so mit diesen ganzen Marvel und DC und Sachen zu tun ey die hatten auch einen Ausschnitt Junge was sagst du dazu Stani fuck oh Vantetta guck mal wie hässlich ey ich verstehe das ne und das war nur ein Level 100 Skin ey was machst du jetzt zurück Shop kommt in 4 Minuten Stil bearbeiten was ich schau mal ganz gut wie sieht der dann überhaupt normal aus ohne die Maske wir gucken ob ich den feiere ohne Maske ja okay die Schultern fucken schon ab ich merke schon okay warte erste ja okay das kann man das kann man sich geben das kann man sich geben aber die Farben sind nicht so nice ne finde ich jetzt okay das sieht nice aus muss ich später die nächsten Varianten sehen scheiß auch ja danach wird er nur noch hässlich vor allem die Varianten sind ohne Sinn als ob ich den jetzt mit Handschuh spiele oder ohne Handschuh spiele wo ist der Unterschied gibt es keinen Verwüstung da war auch ein geiler Rückenassessor ne also die mit dem Spitzen ja aber ganz was anderes deswegen hatte ich auch wegen dem Rückenassessor hatte ich die geholt nie fast gespielt die kommt aber auch lange nicht mehr im Shop gewesen ne also die war öfters drin ich weiß aber lange nicht mehr gewesen 3 Minuten noch bis zum Vollstrecker auch so ein Geheimskin was hässlich war weil ähm die hatten ja schon so ein Geheimskin der so ähnlich aussah glaube ich wie dieser Vollstrecker ich weiß auch nicht warum ich die geholt habe auch ein Fehlkauf Omen ähm hier Omen Fehlkauf und die die Walküre Fehlkauf die habe ich wegen dem Rückenassessor geholt aber später wo ich mal mit ihr gespielt habe hat mir diese Haarfrisur die fackt so anders ab von vorne geht ja noch ne aber von hinten du denkst dir was das tschüss allein diese Krone wie hält das überhaupt da fest ja schade halt nicht der Wolfskin ist kann man sich geben also warum nicht kann man sich geben muss nicht unbedingt sein aber kann man sich geben ich finde der Wolfskin ist so ein Teamskin ne wenn man so alle Teams also ähm ich finde das ist geil wenn alle vier Wolf nehmen aber in allen anderen Farben alle vier haben verschiedene Farbe und wenn man Team zockt ich finde das sieht geil aus weißt du oh mein Gott Wolfrudel kommt am Start weg da so ähnlich hab ich auch gehasst den Geheimskin Ziel da war schon ein Roboter wir hatten schon war das Sentinel ich weiß gar nicht mehr und danach kam noch hier dieser Ziel und dann gab es glaube ich noch ein zwei Minuten bis zum Shop Junge äh Lichy was geht ab Zenith auch ganz hästiger Skin leider Gottes war auch nicht so meins Aquaman Junge der hat uns glaube ich zerstört oder Aquaman hat uns zerstört der eifrige oh mein Gott hä ich hab den nicht mal in der äh in dieser Gay Phase drin äh guck mal so das ist doch die Season wo ich nicht mal Battle Pass 100 geschafft hab oder warte wer war das jetzt ja Season 3 hab ich nicht geschafft hab ich nicht gemacht oh mein Gott Catwoman wie geht's dir hab ich damals im Shop Dreck gekauft einfach so aus Prinzip warum ich sag's ganz ehrlich ich dachte mir so die hat Lederanzug und ihr Arsch war mal breiter die haben das abbearbeitet ich dachte mir so ja warum meine Frau sagt auch immer so wieso kaufst du mal Frauen Skins ich sag ja was soll ich machen wenn ich so einen Berg hochlaufe bei Fortnite äh hab ich keine Lust auf Männerärsche zu gucken dann guck ich lieber auf irgendwelche Frauen ist halt so scheiß doch ähm das Skin geht auch klar finde ich ne also das ist ja von diesem jetzigen Fortnite Crew ha Harley Quinn was geht Harley äh einer der geilsten Skins finde ich einer der geilsten Skins vor allem dass die in zwei Varianten drin ist ist auch schon ist mit viel Liebe bearbeitet Finster Bomberin auch einer der geilsten Skins finde ich das ist noch so schlicht im OG Variante so ne so eine OG Variante sag ich mal so wenn die mal wieder in den Shop reinkommt da bekommt man immer diese Variante allein diese Farbtönung so ein bisschen das hat nicht so viel Glanz man sieht ja ein bisschen den Unterschied zum Beispiel wenn ich bei den Green Arrow reingehe man sieht schon die Bearbeitung ne bei Finster ne man sieht schon so dieses okay das ist ein alter Skin das sind so neuere Skins ne das ist ein alter Skin Shop ist da oder was oh Gott Jungs 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 okay okay tut mir leid ich sabbel zu viel einfach nein Viktoria wieder drin hab ich mir Dreck gekauft Viktoria hab ich mir Dreck gekauft ähm ist geil find ich nice die sieht auch voll echt aus so ne da sieht man dass es wieder ein so neuer Skin ist ne von von dieser Bearbeitung von der Darstellung her äh hä was hast du geholt Alter OG Zukunft Remy wo wir von OG reden oder was da ich hör's nicht nämlich OG äh in Zukunft ja sie hört sich nicht schlecht an oh mein Gott Vicky wollte ich erst kaufen und danach später hab ich gesagt was ist das für ne Brille überhaupt äh ich finde den Skin hätten die ähm hätten die besser machen können ne und wie die sich verwandelt ist ist ein nicer Skin aber ähm ich weiß die hätten ein bisschen ein bisschen anders machen können die hätten die ein bisschen geiler darstellen können allein diese graue Haare die da vorne so einmal raus gucken und diese Kopfe und so keine Ahnung ich versteh das boah was ist das für ne Spitzhackle die ist ja wieso kenn ich die nicht wieso seh ich die jetzt zum ersten nicht schlecht auch so so ein bisschen Ton hat die ne ok ok interessant wer feiert denn irgendwie jetzt ist der gut oder scheiße jetzt was haben wir noch Oblivion ist drinne seit wann hat die dann einen Steve Vorschau ne da hätten die auch wenigstens rot oder sowas machen können oder so ein so in rot einfach in rot so ein dunkelrot oder so was ist das denn jetzt ein glatt gelb sag mal kennt das jemand ist das jetzt neu oder so ist das jetzt grad neu Jungs die grad im Stream sind ist das grad neu also ich check das grad nicht Jemand bottet SU Army ja lass doch botten Jungs alle die grad im Stream sind gebt mal auf Ehre ein Like damit wir wissen ob wir gebottet werden oder nicht gebottet werden aber doch wir werden gebottet alles gut ok scheiß drauf aber ey sag mal gibt's die Variante sie ist ja ganz neu ne Lizzie sagt ist älter aber ich hab den noch nie gesehen noch nie bei jemandem also in random Runden oder so sieht so hat der auch wenigstens einen ne das das ist jetzt verarscht oder wenn man so denkt ist ja dieselbe Scheiße eigentlich nur hier hast du noch einen Steve Vorschau da hätten die auch mit einfügen können naja egal wenn die es meinen dann ist das so Bachi ist drin nein geil die Pakete sind raus ich bedanke mich aber warum ist dieser guck mal Jungs guck mal hier steht der letzte Lacher Paket ist am Start ne das heißt eigentlich es wird nie wieder diesen also diesen Lacher Paket wird es nicht mehr geben keiner bottet alles alle wegen Shop da Koray wie geht's dir Kuss geht raus ähm alle wegen Shop da Ehre Kuss geht raus ähm letzter Lacher Paket ich finde der sollte weggehen ich hab jetzt aus Prinzip das nicht geholt weil ich dachte mir okay ähm der wird wahrscheinlich nie wieder kommen aber dann hab ich Pech gehabt aber guck mal der ist immer noch drin seit letztem Season ist er noch drin das ist echt krass ey ich schüsse ja ich muss glaube ich morgen mal V-Bucks aufladen ich weiß nicht soll ich mir Bachi holen ich weiß nicht ob ich die holen soll Zünderkünstlerin äh Künstlerin hab ich auch geholt damals das geilste ich hab die damals geholt damals hab ich alles geholt damals hab ich echt ich dachte mir oh mein Gott ich will einen OG Skin haben deswegen hab ich mir alle Skins geholt alle Skins ohne Spaß ne Schuhe Angst ja die ist einhändig oder ich weiß nicht ich glaub ich ich kauf mir den glaub ich soll ich mir den kaufen schreib mal bitte eine 1 rein ich feier das grad irgendwie ich bin auch irgendwie auf diese Spitzhacke geil geworden ich weiß nicht warum ich spiel so oft mit ähm weiblichen Skins und ich denke das passt irgendwie 1 wenn ich holen soll sind viele am 1 machen ich glaub ich hol mir die scheiß drauf 800 Wiebert ich kauf mir die kaufen scheiß drauf bäh Tret mal ausrüsten aber muss die Variante ändern muss die Variante ändern ey ich früher hab ich immer gesagt ich werd mir das ist hier doppeltendig ja ich feier ich nicht so Flock und Stalker ist nicht so mein Zeitlich ja wir haben 3 Tänze noch drin Hüftpfeffer der Tanz ist so abhartig also den Tanz den geb ich mir nicht es sind glaub ich nur abhartige voll ablachen genauso ich hab das zwar damals geholt ich hab den auch so ein nerviger Tanz ne also ich kann den selber nicht mal machen es gibt so Ufuk wie gehts dir wir kommen stream offiziellen Datum von Travis Scott ne weiß ich nicht Christ soll ich ne Runde starten und gucken oder was ich weiß nicht ob ich das machen soll ich muss gucken ich weiß es nicht warte soll ich mal ok starte komm ich starte der Skin kommt auch bestimmt in den Shop rein warte ich muss aber Skin ändern genau darauf wollte ich hinaus ich hab damals alles im Shop gekauft damit ich mal wirklich einen OG Skin habe was passiert ich hatte wirklich einen bei einem hatte ich Glück und das war ja hier dieser Haji wo ich Glück hatte wo ich hier ein bisschen Glück hatte und den sozusagen als OG Variante bekommen habe und der Tanz ist ja auch ein OG Tanz ne ja komm ich starte mal ne Runde und dann gucke ich mal die Pickaxe an ok feier und warte ich bleib noch im Shop dran auf Ehre wer von euch hat Vicky geholt sagt mal ehrlich schreibt mal rein wer Vicky geholt hat feier ich null ey ich find's schade ne wer hat sich den ich glaub Vains hat sich nicht Arda hast du den geholt oder so das hast du gut gemacht Medusa Kuss geht raus also Viktoria hab ich mir auch damals geholt die ist geil die ist anders geil vor allem ich liebe wenn Skins irgendwie ein bisschen Liebe haben ne ohne Spaß zum Beispiel diese Flasche so diese kleine Flasche und dann so mit Waffen an der Nähe dann diese ganzen diese Goldstacheln was man sozusagen werfen kann sie ist ja sozusagen so ne wie nennt man das so ne Vampirjägerin ne ist ja ne Vampirjägerin und ich finde wenn du die nimmst ne jetzt ohne Rücken hast du es oder guck mal wenn du die Mütze sogar das war ja auch ein Grund ne mit Mütze finde ich die nicht so geil finde ich jetzt persönlich wenn ohne Mütze mit ohne Mütze anders geil anders geil ohne Mütze finde ich jetzt persönlich also ich finde wirklich da steckt schon viel Liebe schon viel Liebe Jona können wir machen Lizzy wie geht's dir willkommen im Stream x442 dir auch schöne Grüße Vains hat dir hat die vorher ja ne Vains hat den genau Vains hat diesen Wiki hat Vains geholt weil da war ich wirklich am Stacheln ich so wo der zum ersten Mal im Shop drin war ich so soll ich mir den kaufen oder soll ich mir den nicht kaufen soll ich mir den kaufen oder nicht kaufen und ich hab mich dagegen entschieden ich hab mich dagegen entschieden weil ich weiß ich hab die halt nicht so gefeiert ich glaub dieser Schwanz das ist glaub ich dieser Schwanz was mich immer noch so stört wenn dieser Schwanz nicht da wär hätte vielleicht sogar meine Meinung geändert hätte wirklich ohne Spaß meine Meinung dran geändert wenn dieser Schwanz nicht da wär das könnte gut sein Lila jetzt sieht die nicht mal schlecht aus ne dieser Schwanz stört aber sonst ja dieser Schwanz stört sonst mega geil allein die Schuhe und so eigentlich einfach nur Schwanz einfach dieser Schwanz der immer hin und her wehlt dieser Schwanz den hätten die wegmachen können ich würd mir die sogar holen glaub ich dann schade eigentlich so gönn ich mir die auf jeden Fall nicht manchmal ne wenn so alte Sachen reinkommen guck mal der war ja Season 4 drin ey was haben die uns abgezogen Alter Nick ich weiß nicht werd wahrscheinlich gebottet oder so Jungs alle die grad im Stream dabei sind nur so aus reiner Interesse ich würd mich echt freuen wenn ihr kurz ein Like da lassen würdet um zu wissen ob ihr echt seid oder nicht echt sind ich weiß dass 40 bis also 50 bis 60 Zuschauer sind echt 60 Zuschauer glaub ich sind echt aber ich weiß nicht ob diese 175 echt sind das weiß ich nicht das ähm ich bin bis 3-4 Uhr weißt du doch ja warte ich geh in die Runde 1200 wie war's also das war's zum Shop Jungs ähm ich werd gleich wieder zu meinen ähm Spind gehen ich mach gleich beim Spind weiter warte mal wo war ich aufgehört wo hab ich aufgehört ich mach mal gleich beim Spind weiter weil ist ja noch genug zum erzählen eigentlich vom Spind her beim Wolf war ich schon vorbei ich glaub wir sind bei Astrojack gelandet ne Astrojack da sind wir glaub ich hängen geblieben die kostet 1200 glaub ich zum blauer Skin ich mag Bäume bei Rafi mit nem anderen Code was für nem Code meinst du denn Bruder morgen gibts wieder erstmal 80 ähm wen hab ich denn als Code drin das ist ein Maki ich hab Maki als Shop ähm als Code drin weil er hat mich geradet und ich wusste nicht wie ich mich bedanken sollte und ich hatte irgendwie 7k irgendwie 7000 vivax oder so ich hab gesagt komm scheiß drauf ähm ich tu das an genau ja der hat mich geradet und äh Raffi ich hab gedacht komm auf Ehre echt jetzt Paddy wie geht's dir Paddy schöne Grüße an dich egal ich starte mal kurz die eine Runde für den Typ wegen der Spitzsacke er will ähm er will die Spitzsacke führen komm ich mach mal kurz ich werd danach ähm ich geh aber direkt wieder raus okay ich ähm werd sofort wieder ins Spind reingehen ich will mein Spind weiter zeigen äh freut mich Paddy danke mir geht's auch ganz gut ich zeig danach den ähm Dings weiter Shop gleich äh mein Skin weiter also mein ähm wie heißt das ja Spind 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 zeig ich dann weiter also ich mach kurz die Runde und danach landen wir direkt in Spind 1 gegen 1 gegen Zuschauer das können wir irgendwann machen aber nicht Fatih bitte sei leise du Kek äh wer ist dieser Canalito haha woher kennt er meinen Namen Junge wer war das was denn Mensch man kannst du runter scrollen äh Gamer Masi ich geh gleich wieder in den Spind rein ich will für den einen Typen hier die Spitzsacke die ich geholt hab kurz ähm guck mal kurz auf den Effekt an wie der aussieht mach ich Thiago wartet ganz kurz oh Veins wie geht's dir willkommen im Stream kurz geht raus was hast du mit deinem Schlafrhythmus gemacht Nico ähm ich hab zur Zeit 0 V-Bucks ich muss mir Freitag wieder welche aufladen und ja Kawa warte mal das Crew Paket ist immer drin ne Crew Paket ist auch immer drin nur der ändert sich ne ist nicht einhändig ist also die hält äh ja der macht das nicht mit einer Hand ne also die andere macht der ist mit Doppel ja es geht jetzt ne jetzt ähm ich bin aber raus hier Match verlassen Gott äh du bist so Maschine bist jetzt einfach immer noch nein danke Linus ja ja warte warte kurz ich muss erstmal den Steve Vorschau ändern in Rot ja das ist schade ne aber es geht trotzdem also ich finde der ist immer noch nicht schlecht ne der hat so den glittesten Flau aber gut okay ähm meiner wird ich denke mal meiner wird für immer der Leviathan Axt das glaube ich kann gar nichts mehr toppen das werde ich sowieso hä wann habe ich den denn geholt äh wann habe ich den denn geholt äh Fabian wie geht's dir willkommen im Stream wo ist meine Leviathan Axt da beste Axt überhaupt ich glaube das wird forever meins sein das wird forever meins sein das werde ich niemals im Leben glaube ich ändern den lasse ich auch so warte ich gehe mal kurz zum Sprint wieder ich muss ganz kurz mal gucken ach den Shop wollte ich für den einen Typen der war doch mal oh mein Gott Leila wie geht's dir willkommen im Stream lange nichts von dir gehört ähm Fortnite Trainer deutsch dir auch schöne Grüße willkommen im Stream Jungs alle die gerade neu im Stream sind wenn ihr wollt ist keine Pflicht oder so wenn ihr wollt könnt ihr ein Like und ein Abo da setzen müsst ihr natürlich nicht müsst ihr natürlich für euch entscheiden hier nochmal der Shop für den einen gewissen Typen der hier im Stream geschrieben hatte auf Ehre hier nochmal Shop ist es geht ich habe mir jetzt diesen Schnurrax geholt auf 800 V-Bucks schade ne aber trotzdem ich finde es immer noch nicht schlecht ich finde es immer noch es ist ganz okay hier das ist mein bevorzugster Skin denke ich mal im Shop bis jetzt da würde ich auch mit bleiben gibt es nichts besseres aber ich wollte im Spind weitermachen kurz im Spind ich will meinen Spind einmal durchgehen das habe ich glaube ich noch nie gemacht und wir hatten das wirklich mal angesprochen dass ich den ganzen Spind mal zeige genau Finsterbomber man sieht direkt hier OG Variante allein diese blasse Farbe und so ich finde es ist nice schade dass Fortnite nicht damals so geblieben ist dass es alles so realistischer aussieht wie dieser Fortnite Cooper geht der Anfang Astrojack na klar hole ich mir den ihr wartet doch alle auf den oder nicht spiel ich auch gleich mal ich weiß gar nicht was ist denn jetzt los ich weiß gar nicht warum ich mir die Lose Freed ich habe mir diesen Skin geholt ohne Spaß ich bin ganz ehrlich ich bin ganz ehrlich einfach der Hintern und die ganzen Farbkombo wenn du von hinten guckst mega geil ich glaube ich habe ich habe so ein Skin noch nie gesehen die wirklich so viel mit Liebe so diese Farbvariante die sieht schon mega geil aus nur was ohne Sinn ist natürlich ihre Nase die Nase ist und dieses Mund irgendwie diese Nase ist glaube ich ganz komisch aber sonst ist alles ist ein geiler Skin Standard Skill wurde gehackt nein in Fortnite sein Account oder was aber kein die ist halt nicht ganz nice aber ja habe ich Marshmallow oh Gott ich weiß nicht ich glaube Marshmallow ist für mich ohne Spaß manche sagen so Travis Scott der Event war mega geil ich fand Marshmallow sein Event das glaube bleibt bei mir im Herzen ich werde das auch niemals vergessen ich bin morgens weil da hatte ich abends ich werde das niemals ich war mit Frau und so waren wir beim Besuch und ich habe zu ihr gesagt ich so ey um 8 Uhr da fängt dieses scheiß Event an wir fahren um 6 Uhr los und um 8 Uhr bin ich zu Hause damit ich mir dieses scheiß Event anschauen kann was passiert um 6 Uhr 30 genau wo wir aufstehen wollen kommt einfach Oma Opa noch zu Besuch das ist dann scheiße dann kann man nicht verlassen dann muss man da bleiben ey wir waren zu Hause um 22 also um 22 nachts war ich zu Hause ich habe kein Wort mit meiner Frau mehr geredet ich habe nicht mal Fortnite angemacht bin wirklich weggegangen und dann hat ein Kollege geschrieben ey Bruder da ist ein neuer Countdown um 20 also um 8 Uhr morgens nein nicht mal um 6 Uhr morgens um 6 Uhr morgens war nochmal in Deutschland war um 6 Uhr morgens nochmal der Marshmallow Event ich habe er extra ich habe mir extra ohne Flachs habe ich mir direkt Wecker und so eingestellt und habe mir das morgen durchgezogen direkt aufgenommen eins der geilsten Event was ich je in meinem Leben gesehen habe ich hatte wirklich so wo ich diesen Live Event wo man so am hüpfen war wo die Bälle kamen und danach wo alles so hochkam wo alles so getanzt hat und so ich hatte wirklich ohne Spaß ne manche denken vielleicht ich verarsche ich hatte wirklich bisschen so so Herzrasen ich war voll in diesem scheiß Ding drin Ninja Skin habe ich ohne Überlegung direkt gekauft danach nie wieder mit gezockt das haben die meisten wahrscheinlich gemacht ne irgendwie man kauft den das ist der erste Skin der reinkommt man denkt so vielleicht kommt der nie wieder rein und man hat den direkt geholt aber ich habe ne Travis Scott ja gut ok habe ich auch geholt und beim Live Event glaube ich war ich mit dem mal unterwegs dann war es das auch Black Widow letztens war ja mal Black Widow wieder im Shop drin diese in dieser komischen anderen Variante aber das ist das ist OG oder nicht ne der der ist doch oh der kam nie wieder oder das ist der alte ja OG das ist der alte Black Widow Outfit habe ich mir damals geholt das geilste ist ich habe das zwei Freunden noch verschenkt damals ich war noch nicht am Stream da habe ich Samtex Melvin alle die gerade einen Code nachfragen Jungs kurz geht raus an euch wir spielen gerade kein das ist OG ja das ist ein Black Widow in einer anderen Variante Avengers West dann wurde gehackt auf YouTube Nein fährt Chris Flex on Minecraft wo habt ihr denn die Neuigkeit her dass Stunny gehackt worden ist das war so dieser neue Paket Cable ja wir können ja gleich gucken äh Dr. Doom gut okay ja gut ich feiere nicht alles damals hier ein Paket mit Domino ich glaube Domino war drin Cable war drin ich war nur richtig verarscht später hat mich das abgefuckt Domino ist auch ganz geil also den Paket habe ich nur wegen Domino geholt ich finde die ganz neil ah dieses Skins verspielt diesen Skins das sind doch Bots wenn ich draußen sehe jemand läuft mit Good Skin rum dann denke ich mir okay das ist ein Bot Jennifer oh mein Gott Jennifer ich weiß nicht für die Leute die bisschen älter sind kennt ihr Jennifer Lopez die hat genau den gleichen Style wie Jennifer Lopez und das ist ein geiler Skin Kuschelpool auch ganz nice würde ich jetzt behaupten habe ich mir auch da bei dem Paket war es glaube ich dabei na Kuschelpool habe ich die Kuschelpool geholt wegen dem Rückenaccessoire ich glaube ich habe mir wegen dem Rückenaccessoire geholt gehabt Mystic Geil Pissoloke ist auch ganz okay Ravenpool ach das war das Paket Kuschelpool Ravenpool und ich glaube da war noch was drin mein Englisch ist sowieso am Arsch Markus warte chill atme mal das ist doch auch OG oder nicht der war doch auch nicht dabei ich glaube dieser Starlord Outfit und Black Widow Outfit die waren beide beim ersten Mal drin ich habe mir beide geholt oh mein Gott Maggi machen wir Johanna ich lade dich gleich ein Sturm okay das sind alles Battle Pass Skins Tony Stark oh mein Gott ey Kylo einfach so wurde gehackt ich guck mir das jetzt geschieht ihm recht ich schau jetzt Standardskill nein 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 der wurde doch nicht gehackt ach du kacke ey dann ernst oder was krank exchange Junge ey niemals ich schwör's hier hundertprozentig ohne Spaß ne ich kann mir so okay komm ich zeig noch mal den Shop für Price Salz und für den Rest ey ich mach gleich beim Spind weiter ey der kann nicht gehackt werden wie soll der denn gehackt werden alter das ist krass ja normal kenne ich das ain't you mama ähm und spiel den soll ich Travis spielen nein kein Wort nochmal hier den Shop für den einen ehrentypen hier ein Priese Salz oder so ähm Victoria Sand ist drin die einzige was ich halt nicht so im Shop halt nicht so feiere Rest bei Oblivion ich weiß nicht ich hoffe für dich ne ich wusste es nicht da gibt es eine zweite Variante von in komplett gelb nenn dich dass du dich irgendwann mal später irgendwie auch so schockieren lässt wie ich und hier die täglichen und die Pakete sind alle weg außer hier der letzte Lacherpaket ey ich schwirrste ich lache diesen letzter Lacherpaket ab ich hab das Gefühl dieser letzte Lacherpaket ist wird glaube ich Rest des Lebens dort schön und jeder wird denken das ist so eine Kaufstrategie die denken sich so das ist der letzte Lacherpaket weißt du der letzte die Leute denken sich oh mein Gott der wird nie wieder reinkommen den kaufe ich mir so gefühlt ich weiß nicht ich glaube nicht dass er gehackt wurde ich glaube nicht ich denke ich hab so ein Gefühl gerade ähm ich hab so ein Gefühl gerade ähm ja wie soll ich sagen kann ja mal kurz wieder drauf gehen wo war das denn hier ich guck mal ganz kurz hier boah aber wie viele disliken jetzt ne boah ich würde mal gerne jetzt ähm Standards es geht sein ah es ist weg es ist weg es ist weg ne es geht weiter Kryptowährung Update technische Chartanalyse Bitcoin es ist warte ganz kurz ich geh mal kurz rüber das ist von Standardskill äh das ist gerade Standardskill ne nein das ist der nicht ah dann geh mal zurück hier ist der hier ist der Typ aber wir werden rausgekickt ich werd rausgekickt ich werd weitergeladen ich mach zurück äh ist der raus oder was jetzt hier guck mal ich geh bei ihm rein ah es geht 5 Minuten es ist so ein Video drin ne es ist raus es ist raus es ist schon raus vor 6 Minuten ein Livestream der Livestream wurde schon beendet ich glaub Standardskill macht sich gerade die Host oder so ich weiß nicht was da passiert ist ne es ist echt unglaublich ey da waren gerade 14.000 Zuschauer drin hat 939 Livestream aber das Ding ist ja immer noch ähm der wurde ja komplett gehackt also das ist echt krass also das ist das ist krass das ist boah stellt euch vor er hat ein Deal mit denen boah stellt ihr vor er hat ein Deal mit diesen Leuten dass er sagt komm ich geb euch mein Dings Kanal ihr tut so als ob ich gehackt worden bin ähm so und so ich weiß es nicht das ist jetzt weit herausgeholt ähm will mich gar nicht drauf fest angehen sag ich mal hoffen wir natürlich nicht dass er ich hoffe es nicht ganz ehrlich ich bin zwar kein Fan ähm richtiger Fan von Standardskill aber ich hoffe es nicht ich hoffe nicht dass er irgendwie ähm weil da steckt doch so viel Liebe und so viel Zeit drin ich würde das niemals nicht mal irgendwie meinen größten Feind wünschen dass der irgendwie gehackt wird das ist so eine traurige Situation würde ich jetzt behaupten wenn das wirklich so ist wenn sowas passieren sollte oder nicht ich weiß es andere sind bestimmt da ein bisschen anders drauf ja ich hab geguckt das ist echt seine Korn aber warte wie machen wir wo haben wir stehen geblieben äh mit den Skins hier der 8 Ball also ich muss echt sagen der ich fand den gar nicht also ich fand die Season schon scheiße mit dem 8 Ball und so also allein der Skin war schon eigentlich ein bisschen schlecht aber später wo diese schwarze Variante kam hier da dachte man das ist ein Bug und ähm und dann haben die das halt nicht gut gemacht ich weiß gar nicht ob das wirklich ein Bug war und danach später dass die sich gedacht haben wisst ihr was wir machen den trotzdem aber man sieht schon zum Beispiel ich hab leider nicht den vollen Level erreicht hatte schon fast einen ich weiß gar nicht was war der volle Level 200 oder 250 Ilias ändert seinen Namen okay das geht auch ja hab ich gesehen ich hab gesehen das ist alles gelöscht und alles geändert Kilo wir schauen den gleich an äh Abtrünniger Agent 5 Euro ich geh erstmal meinen Spind sofort auf Schnelle durch 5 Euro geholt ähm später kam der in den Shop rein 1500 V-Bucks aus Versehen für ein das war nicht mal ein Tag ne das war glaube ich ein halber Tag dann wurde der wieder rausgeholt das war echt krass ACE auch ähm 5 Euro Paket auch ein Skin was eigentlich mehr oder weniger ähm geil ist würde ich jetzt sagen und ähm was haben wir denn noch Advents Agitator haben wir auch noch hier am Start ähm jeder dachte der wird nicht reinkommen ne jeder hat erwartet dass eine OG Variante davon kam ich find's auch schade dass wirklich keine kam schade dass es ich das finde ich wirklich schade ne dass hier diese abgebrannte Version einfach diese abgebrannte Version nicht bei den OGs geblieben ist dass die so dass die das hatten das haben die das haben die schlecht gemacht ne Bananenskin scheiß drauf aufgesattelt hässlichster Skin was geht Blauer Razor Brutus ist auch nicht so mein Ding Bunker Jonnessy ne Bunker Jonnessy echt ja moin alter Bunker Jonnessy hat einen neuen Stil bekommen und ich check das nicht da hat ja jemand wirklich langweiliger ich seh das zum ersten wer wusste von euch dass Bunker Jonnessy ein Ding hat nein Stani sag ich nicht die hören mir sowieso zu Jan YouTube wie geht's dir kannst du Shop zeigen mach ich gerne Bruder Katrina am Start die hab ich auch zu Halloween Dreck geholt Stefan das Paket wie zu oder so kommt hier zeig ich dir den Shop kurz Victorias Sint Vicky ich hab mir jetzt Schnurrachs geholt ne ich schwörs dir ist zwar nice aber ist doppeltendig ne doppeltendig bisschen scheiße hat negativ wieder so plus minus ist 50% nur noch gut bei mir hier gibt's ein neues Musik hier OG Zukunft Remix hat mir schön alter geschenkt nicht schlecht Bachi ist drin ne das ist glaube ich das ist ein Skin was man auch sich vielleicht überlegen sollte überlegen nicht unbedingt Dreck kaufen aber überlegen könnte so wo sind wir stehen geblieben wieder aber kurz zack der war auch lange nicht mehr im Shop oder dieser Shadow Clocked Shadow schade ich werde es irgendwann mal feiern wenn diese Hörner weggehen ohne die Hörner ich glaube dann feiere ich das noch mehr schade dass überhaupt Klatsch und Dings das andere reinkommen hier Nike Jordan Skins die waren ja letztens im Shop mal drinnen und ich hatte es gefeiert ich habe schon gesagt oh mein Gott die kommen nie wieder und dann kamen die doch in den Shop rein das fand ich echt traurig aber auch einer der geilsten Skins einer der geilsten Skins kann man nichts dagegen sagen Kobalt einer der hästlichsten Skins 5 Euro Skins glaube ich ich weiß auch nicht jeder hat die geholt guck mal allein die Schuhe da hatten die gar keinen Bock mehr irgendwie weiter zu designen die haben gesagt komm das sieht so hässlich aus an den Schuhen da schenken wir keine Liebe mehr scheiß doch ja Leon der wurde wirklich gehackt wir waren gerade eben da wir haben uns moin Meister was geht ab oder Jungs alle willkommen im Stream wir haben es gesehen irgendwas mit Kryptowährung echt ich hoffe er bekommt sein ich hoffe er bekommt es wieder ich hoffe es einfach dass er es wieder bekommt seinen schönen Kanal das kann ja nicht sein ich glaube ich bin zwar kein riesen Fan von ihm aber ich würde weinen ich würde weinen stellt euch mal das vor Alter jetzt gibt es keine Inhalte mehr gar keine Inhalte mehr ich habe den Typen sogar abonniert Alter Standard Skill krass der der ich weiß gar nicht was denkt ihr was Standard Skill gerade macht jeder hat ihn auch bestimmt angerufen jeder jeder größere Typ jeder hat ihn bestimmt irgendeinen Text oder so du wurdest gehackt du wurdest gehackt der ist bestimmt reingegangen er denkt sich was ist passiert Standard Skill wurde gehackt voll die ganz ehrlich der pennt nein der pennt nicht Bruder der pennt nicht glaub mir ich glaube mal der hat sofort gerade schon ein bisschen reagiert er hat schon reagiert weil dieser Livestream direkt beendet worden ist der Livestream wurde direkt beendet ich denke der hat sofort drauf reagiert das ist echt ein bisschen krass oh mein Gott DJ Yonder den habe ich gefeiert den Skin habe ich anders gefeiert gehabt Doppelagent des Chaos habe ich mir diesen Paket in Gold gekauft warum nicht ich glaube in Gold sieht der sogar ganz frisch aus war ja auch günstiger zu erwerben sieht nicht schlecht aus da war ja hier dieses Doppelagent Wildcard dabei und Dings Doppelagenten was hat nochmal der gekostet 2000 V-Bucks oder so er hat einen Zweitkanal ja ich weiß dass er einen Zweitkanal hat sein Zweitkanal ist doch dieses Bob Schrott oder irgendwie sowas SM49 Tristan ich weiß ich hab's gesehen Julian Fischer schöne Grüße an dich hat der Abi muss aufhaben alles gut Kuss geht raus an dich oh mein Gott was geht ab das Duo schöne Grüße an dich naja Jungs Alter komm ihr könnt so sauer sein oder keine Ahnung was hier aber das wünscht doch keiner keinem oder das wünscht doch keiner keinem dass irgendwie sein Kanal gehackt wird ich meine wer weiß wie ich jetzt reagieren würde vor allem fast 3 Millionen boah darüber wollen wir gar nicht reden ne was ist das das 100 millionsfachste von mir ganz anders geil oh mein Gott Elite Agente ich finde so ohne die Kopfbedeckung sieht die scheiße aus die Kopfbedeckung das ist schon so richtig OG das muss auf jeden Fall da sein Ember auch ein nicer Skin hab ich auch richtig geil gefeiert zu den Zeitpunkten das Skin ist auch ganz nice das sind alles Season X Skins die waren ich fand Season X Skins alle geil ne das war so eine Weiterentwicklung von den alten Skins alles was von jedem Season haben die eins genommen das war so zum Beispiel so wegen wie heißt das hier wegen diesen ganzen Weltallgeschichten da haben die ja glaube ich diesen Skin hier mit reingebracht und eigentlich Finsterlicht Finsterlicht hat einen Stil noch achso ja irgendein Stil wo man nicht mal checkt was sich hier ändert was ändert sich da Schimmer Standard kein Schimmer ich sehe da keinen Unterschied aber ok wenn Fortnite meint da gibt es einen Unterschied dann gibt es einen Unterschied einer meiner Lieblings Skins Flügelmann feiere ich richtig anders geil ich weiß nicht das ist der zweite 5 Euro Paket glaube ich der Stream wurde gelöscht ich hab es gesehen Kava war schon drin meinst du Pixel Gun er weiß es nicht gebe mal im YouTube Kratenexchange der hat jetzt sag nicht der hat alles alles warte ich getript das jetzt wurden alle gehackt oder was wir wurden viele gehackt oh ja alter Tatsache oh junge alter kann ja meiner auch gehackt werden nein nein vor drei nein warte mal vor drei Jahren vor zehn Monaten vor drei Jahren vor neun Monaten naja wir hoffen natürlich er soll einfach seinen Kanal wieder bekommen ohne Spaß wenn er neu anfangen sollte dann Tristen woher weißt du das Bruder dass er schläft bei mir wurde er auch schon gelöscht Kava ich hab schon grad versucht zu gucken ich hab das Gefühl ich hab das Gefühl dass bei Standardskill ähm ich denke mal ich denke mal er hat reagiert 7HDX wurde auch warte ich schau jetzt warte was nein hä da ist doch nix bei dem ist auch nix boah Kava sollen wir wissen wie der Hacker heißt ich denke mal das war so ein beauftragter Hacker es geht ja um Bitcoin Kryptowährung das war irgendwas mit Kryptowährung ich denke mal ähm der der Typ das irgendein Hacker muss ja irgendwie was von ihm bekommen haben aber wisst ihr was noch geiler ist um zu hacken um zu hacken muss eigentlich Standardskill irgendwas annehmen bei mir nicht bei mir ist alles neu alles ok bei mir also zeigt ja nicht dass jemand gehackt worden ist Funkelmeisterin ich hab Season 2 angefangen zu zocken hab leider die Season 2 Battle Pass nicht damals geholt ne Ghoul Trooper ist leider auch keine OG Variante dabei was eigentlich auch schade ist schade schade Marmelade 5 Euro Paket Grintier Air Force Air Force sag ich schon die Jordan Skin auch eigentlich ganz nice ich feier die das sind die geilsten Skins überhaupt Gruppmann Führer was geht ab Bruder ist ein langweiliger Skin ich finde das ist ein langweiliger Skin da kommt mein OG oh mein Gott jeder denkt so ok Fatih wir haben es verstanden das so ich werde das so oft erwähnen und so geil erwähnen bis der irgendwann mal wirklich in den Shop kommt und der zerstört wird das sind zwei Männer aus England zwei Männer aus England haben ihn danke Asak Dix mir geht's gut wie geht's dir willkommen im Stream kurz geht raus schreib mal kranken ich gehe auf Bilder nur auf Kanäle ok Stani ich schau mir das mal an es kann sein dass Youtube schon gegen diese Hacker reagiert hat dass man das nicht ganz sehen kann wer weiß stell vor gleich werde ich gehackt oder vielleicht hatte ich das Glück ich kann nicht gehackt werden weil ich gerade live bin ja die Hacker da wird schon glaube ich jetzt reagiert drauf ich meine bei Standardskill der ist ja nicht umsonst offline gegangen wenn man hackt hackt man nicht für 5 Minuten Bruder das sollte eigentlich länger gehen ich denke mal irgendwas ist schon passiert Bliron wie geht's Bliron hey kann ich den Account kaufen was willst du bezahlen Bliron was willst du für den Account bezahlen Klapperschlange Knackerella auch ein geiler Skin das ist von jetzt Condor feiere ich nicht diesen Battle Pass feiere ich sowieso den jetzigen die Season feiere ich aber den Battle Pass feiere ich nicht oh mein Gott auch ein ganz ganz das ist wieder so OG man sieht richtig so ein bisschen blass nicht so ganz anders diese OG Skins sind schon geil was meinst du Standardskill oder was ah glaub mir mal Standardskill hat gut Geld nix YouTube Knacks was geht bei dir Bruder willkommen stream boah ich weiß gar nicht ich wüsste gar nicht wie der wert ist ich würde den auch nicht verkaufen wäre mir auch scheißegal glaube ich wenn er reinkommen würde ich habe nur so gefragt ich würde mal gerne wissen was der Typ da bezahlen würde er meint ja ob ich den Account verkaufen würde Kunia Leutnant immer grüner Luminos ich weiß nicht warum ich weiß Gott verdammt noch nicht mal warum ich mir diesen scheiß Skin gekauft habe oh Gott Junge allein von hinten dieser Kragen Alter man sieht die Fresse nicht mehr und von vorne ist das jetzt ein Eule oder was bist du keiner weiß was das ist warum ich bin wahrscheinlich der einzigste der mit dem Skin draußen mal rumläuft deswegen würde ich mal gerne wissen schade dass hier nicht so eine Statistik gibt wo dann angezeigt wird wie viele Leute auf dieser ganzen Welt den Skin gekauft haben weißt du dass man weiß wie viele Leute den besitzen oder Prozent reicht auch schon ein Prozent oder zwei vier drei fünf sechs erzähl mir kurz ein Prozent ich habe geheult Assem Bruder mach dir nichts draus das wird doch nichts der bekommt sein stell mal Monte wird gehackt kann auch passieren aber bei Monte und so glaube ich finde ich nicht so schlimm weil ich sage euch ganz ehrlich warum das nicht so schlimm wäre weil zum Beispiel bei YouTube zum Beispiel wenn mein Kanal gehackt wird ist es ein bisschen problematisch weil ich habe zum Beispiel diesen grauen Haken nicht verifiziert das heißt wenn ich den wieder zurück haben will ja vielleicht kriege ich den zurück aber wird ein bisschen schwieriger sein aber bei so Standardskill das geht ruckzuck oh mein Gott Jogo Bruder wer bist du schreib nicht mal im Chat rein und gönn sich drei Mitgliedschaft Herz geht raus an dich Spend mal ein bisschen Liebe rein einfach mal ein bisschen Herz rein auf Ehre danke dir Jogo wie geht's dir jetzt sind alle Videos drin ich schau mal gleich kannst du mal Shop zeigen Jordan mach ich gerne Kubicki wir müssen kurz gucken wo wir stehen geblieben sind hier sind wir bei Luminum stehen geblieben ich zeig mal eben noch den Shop Jungs alle die gerade im Stream noch neu dabei sind würde mich freuen wenn ihr wollt könnt ihr auch ein kostenloses Abo da setzen würde mich freuen müsst natürlich selber wissen ist keine Pflicht aber wäre auf jeden Fall mega nice warte ich tippe mal ganz kurz ein wenn ich Standard Skill eintippe was dann passiert bin mal wirklich selber gespannt was da passieren wird ja nein die Videos werden angezeigt aber sein Kanal 44 Videos oh jetzt warte mal jetzt ist das Bild sogar weg also jetzt ist das Logo geändert Videos sind alle drauf Videos sind drin 44 Videos sind am Start das letzte vor 10 ich glaube ja wahrscheinlich das Logo wird schon geändert ich denke mal Logo kommt auch noch rein ja kommt kommt wieder kommt wieder er bestimmt seinen Kanal wieder auf ihre aber wird schon schnell gehen nicht schlecht jaja Logo wird geändert Willst du gerne Ruby haben oh mein Gott Jordan Jordan ich liebe dich Kuss geht raus an dich ohne Spaß Ruby einer meiner Lieblingskind einer meiner Lieblingskind ich weiß jetzt nicht wo die ist wir sind hier noch unterwegs wenn ihr wollt könnt ihr also ich mache mal ein bisschen weiter mit dem shop danach geht es weiter also mit meinen Spint Spint Video wäre auch nicht schlecht aber ich habe mal ein Spint Video gemacht und das hat eine Stunde gedauert ich dachte okay hör auf vati besser mit so die das sind die neuen Skins Meisterschlüssel habe ich auch nicht so gefeiert oh mein Gott der Astronautenband der ist geil ich finde es sogar mega nice dass die wirklich den Astronautenband hier so zwei Szene noch verpasst haben also das ich glaube ich könnte sogar damit ein bisschen rumlaufen ich glaube die leute würden sich denken was das oder ich ich tue auf kamo ich tue auf kamo gleich ich führst dir scheiß dort passt das Stern im Hintergrund das geht doch oder das geht ich finde das geht das sieht nice aus das sieht so amerikanisch so mit diesem Stern so das hat was ich glaube ich lasse das sogar das hat so einen Effekt ich glaube ich lasse das nein geht nicht was geht oder lachtanz nein hol nicht ablache oder was bruder ja gut okay ruby kostet ja sowieso kannst du dir auf jeden fall gönnen die skins habe ich mal richtig gefeiert diesen paket hier mit der mit ihr und diese nacht bomber richtig geil dann mitternacht düsternis und hier die hier die modische arachine oder arachine keine ahnung mega geil ja die mundspaziergängerin ah die könnte ich auch eigentlich nehmen ich kann lieber mit na weißt du ich nehme aber die andere die sieht auch ganz nice aus zack anfang an man dachte immer die ist mega scheiße aber mittlerweile mega geil die sind auch schon og richtig ne würde ich sagen hier neoversa da waren noch leute die haben gefragt hast du neoversa sind die leute noch alle kein youtube die live gerade sind schreiben im titel stani wurde gehackt achso alle youtuber die gerade streamen haben stani wurden gehackt warzone mal schauen wir schauen wir schauen ob wir das mal holen ja die sind wieder da als sam ich habe mich doch gerade gesagt hier neoversa habe ich mir mal geholt gehabt sieht auch ganz nice aus eigentlich wenn man den da runter ja ozeanskin paradox das ist auch einer der männlichsten skins die glaube ich mega nice sind würde ich jetzt persönlich sagen einer der geilsten männlichsten skins würde ich persönlich sagen boah alter ich bin immer noch bei den lilan das dauert aber richtig ehre hier ist glaube ich viel zu lang ruk auch ein geiler skin ruk war das season 4 season 5 rosita die rostmeister season 3 jetzt ist alles so ähnlich oder mehr oder weniger alles so der war auch lange nicht mehr da oder Taro war da im shop wieder letztens der Taro skin sparen mal alle in insta voll dass er gehackt wurde er wird das schon checken er wird das schon checken glaube ich da haben schon Millionen bestimmt von Leuten gemacht Stani auf insta angeschrieben oha wie schnell soll ich dann durchgehen bruder so so ohne liebe oder was ohne liebe durchgehen gut ich höre an der stelle auf mit spinnst dann höre ich auf Kilow ehrenlos jetzt hast du mein Herz gebrochen nur weil ich dein Dings sehen soll der kommt auch der hat mein Herz geworden das ist richtig eklig bruder ohne spaß das ist ja ich suchte warte mal Johannes wo ist der eine der one of ones machen wollte der eine wollte doch unbedingt eins gegen eins spielen Johanna bist du noch da meinung zu C-Max Nick ich würde sagen C-Max ehrenlos ehrenlos ist mir auch scheißegal wenn jemand sagt kannst du nicht ich ich hab mal eine Zeit lang hab ich bei C-Max gedacht okay warte mal verarschen tut sowieso jeder jeder macht fake videos oder so das ist normal so was nennt man so was nennt man unterhaltung der leute weißt du man unterhält die leute indem man irgendwie so videos faket oder sonst was was heißt faket in denen man nicht selber zockt ein anderer zockt oder sonst was das ist alles für Kindergarten ein bisschen Spaß ein bisschen tralalala bis zum Ende hab ich den Typen gegönnt ich hab gesagt komm wenn sein Content so hässig wäre wenn er selber als Person nicht so unterhaltsam wäre dann würde er nicht so viele Abonnenten haben ich hab gesagt wenn so viele Leute ihn schon feiern so viele Leute seine Videos anschauen dann muss der Typ einfach unterhaltsam sein ist einfach so jetzt kommt aber ganz was wichtiges ganz was da hab ich nur gesehen der Typ tut alles für Klicks weißt du und für da hat er wirklich so mich auch hintergangen so weißt du mich als Zuschauer der ihn mal angeschaut hat oder ein paar Videos so geschaut hat dann denkst du dir weißt was man denkt der Typ macht bisschen Späß oder so stellt euch mal AsiTV hier dieser AsiTV der macht ihr wisst ganz genau was die Videos der macht er macht solche Spaß Videos beleidigt und ist immer aggressiv drauf so jetzt müsst ihr mal vorstellen er geht irgendwann mal live und danach ist die Frau auch dabei oder so und dann fängt er an irgendwie Arschklatsche auf Frau zu geben und so wird das jemand noch feiern ich glaube nicht jeder feiert sein Content sein Content ist einfach das dass er beleidigt und aggressiv drauf ist deswegen gönnt man sowas zum Beispiel aber wenn dann sowas anfängt das ist dann für mich immer so oh ich hab den Hype meines Lebens ich versuche noch mehr Hype zu kriegen und fängt an nicht mehr ich zu sein der ist nicht mehr selber weißt er ist dann nicht mehr er baut nur noch Scheiße und so ja Johanna komm schreib mal deinen Epic Namen schreib mal deinen Epic Namen Sunny ist geackt ich weiß seine Videos sind wieder online und das Logo wurde schon weggenommen also das alte Logo wurde wieder weggenommen ich denke mal das hat sich sogar aktualisiert ich glaube in 1-2 Stunden denke ich wird das wieder kommen Kaboom Flaggen erraten ne was ist das denn was ist dein Flaggen erraten warte ich laden mal kurz Kaboom hier sein haben wir nicht mal gegner ey jungs die auch im stream grad da sind hier dieser 144 herz will ja einen 101 haben ich bin kein guter spieler ich spiele seit season 2 aber ich bin 30 jahre alt ruhig weg wo wo hat er das video hochgeladen auf stani seinen kanal oder was ja die sind wieder da das weiß ich hab mich schon angeschaut ja patscher warte ich lade dich gleich ein wir spielen hier ganz kurz mit 1 gegen 1 gut dass ich nicht gut bin soll ich den titel ändern in 1 gegen 1 grüße gehen raus an dem wie geht es dem ist oh mein gott dem ist die junge jetzt haben wir einen typen raus hier twitch dem ist tut mir leid bruder jetzt wird mir kreativ 1 gegen 1 machen muss leider zum anderen stream rüber gehen und dort den shop gucken es tut mir leid oder du wartest so lange bis wir drei runden eins gegen eins machen und raus gehen ja ich tippe das gleich in youtube ein ok nick können wir machen kabo wie geht kannst du überhaupt reden ja 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 ok du weißt aber dass ich gut bin nicht nach aus lachen oder so ja das weiß ich er sagt ja das weiß ich hoffe das ist die richtige map jetzt hier ich hau die einfach rein ja ich weiß jordan ich hab doch gerade in meinem stream gezeigt wo er gehackt wurde ich hab das ja im stream ich kann das jemand einfach mal kopieren clip das mal jemand wo standards gilt kannst du das clippen oder morgen machen wir clippen wir das war ja der moment da waren die noch live sogar ne woher wer bist du ich 11 ich war ja ich junger alter wenn du mich rasierst ne hör auf komm was hast du jetzt alles genommen ja ja ich hoffe du bist jetzt nicht der größte du hast schießt gehen komm ich hoffe du bist nicht der größte creative warrior typ ne 1 2 und oh bei mir läuft er wieder nicht so schnell ja also ich bin keins der größte ja ich hab keine chance gegen ich merke das schon er überbaut mich schon ey aber du musst mir einen tipp geben ich hab ich hab leute die im stream grad sind ich hab wirklich wir haben mit den leuten nicht raus gefunden warum ich so langsam laufe manchmal laufe ich langsam zum beispiel lass mal da vorne hin laufen ich weiß nicht ob das vielleicht mein Joy stick ist die steh mal neben mir auf 3 laufen wir da in die Richtung 1 2 und 3 komm oh jetzt laufe ich komm nochmal du hast scheiße gebaut du musst direkt anfangen an direkt laufen ja komm jetzt laufen wir ich bin hinter die hä na jetzt hab ich die geschwindigkeit drin ja gut okay manchmal halt nicht immer passiert das aber manchmal passiert 1 2 und das ey du scheiße du verarschst mich ja du baust direkt auf mich ja warum ja du musst auch zweimal bauen und danach weiter ja hallo wieso gehe ich denn so hässlich immer zwei Schritte raus was geht raus dumm machen wir gleich jan fati du sagst auch jedem dass er ein kreativ warrior ist digga die sind alle bad die machen fe was nochmal ich hab nicht gelesen was sagt der face sway was komm bruder wofür steht es 2 0 editier du mal du geile und baue mal bis bisschen höher du machst hier schon deine scheiß 90's drück mal auf den knopf ja was 1 2 und 3 jetzt jetzt hast du reingeschissen wohin der übertreiber jung alter übertreibst du jetzt wohin komm zurück merkst du nicht 1 gegen einmal hier so bauen und dann die 90's oder zweimal bauen und 90's mir egal ich mach mal 2 du kannst von mir aus 1 aber nicht direkt nein ey komm 1 2 und 5 let's go oh aim sitzt heute gar nicht ne ach diesmal hab ich dich aber ha ja wenn man aim manchmal drin ist dann hast du verloren bruder wenn man aim sich grüßen lässt dann war es mit dir 1 2 und los alle lachen mir selbst aus weil ich kacke bin ja wenn du gegen mich verlierst dann bist du kacke ich weiß ich bin auch kacke oh scheiße jetzt hab ich reingeschissen oh geil schade eigentlich zwei ja ich genauso sechs oh mein god ich bin solch kacke ich ich warum 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 ah verloren oder was 3 2 ne ich bin im führung guck mal wer da steht ja guck mal wer da steht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin es ich bin oh NS gaming wie geht's dir willkommen stream vater wie können wir ein machen spiel seit 3 von vorn mei ja mir geil magid ich weiß nicht musst du wissen 1 2 und los ey hängen geblieben ja jetzt gott ey bau nicht aber so weit hoch bruder wo er wollte sich alles durchfangen so kacke oh nein jo nein voll übertreiber wohin ja das ding ist ich hatte die scheiß gar nicht nachgeladen so wie jetzt sonst hättest du wirklich verloren aha nein oh kacke und tot und tot ha gg kurz geht raus hören wir auf oder was hab ich gewonnen haben wir gewonnen oder was äh demis kannst du was ist mir egal das ist mir egal wer wieso bist du jetzt hier nein 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 12 will er macht es wieder noch ich war mir sicher dass du stirbst 22 leben hattest du noch schade ich weiß nicht wo es dann ist sein wo bist du stand das gibt es gerade online oder was was du weißt dann ist wieder alles da pyro ich schaue mir das gleich mal ankommen jetzt gewonnen wir spielen nur bis drei an ich jetzt verliegt verkacke ich so wieder vor allem meine hände schützen gleich so ganz anders und dann stehe ich da schade nein wo bist du schade eigentlich warte ich muss mir das kurz anschauen mit stand und ich muss das wissen jetzt steht es aber schon 4 4 jungen bis wann spielen wir denn vom letzte runde dann aber ich gewonnen man jetzt habe ich reingeschissen jetzt immer direkt auf was ja aber was geht raus ja fünf ja war schon ein bisschen risker das ding ist ja komm ja schlecht bist du aber nicht ich gehe raus was geht raus ja aber jetzt sind da noch andere leute die worden wollen jetzt haben wir richtig pech gehabt man hat mich irgendwas wollen okay kommen mag ich lade dich ein patscher lade ich auch noch ein dem ist dominik muss ich auch noch einen nennen das ist eine nutella dann es geht raus kabo damit dass du überhaupt immer ein stream dabei bist kam wo weiß ich zu schätzen ohne spaß hier ist dann die warte kurz bitte hat worden hardware luka wie geht es dir willkommen dass du kommen dass wir beide ja machen wir gleich mal warte kurz aber wann machen wir nie machen wir auch ich will ganz kurz patscher patscher kommen das ist glaube ich das ist glaube ich ein der hat mich schon eingeladen patscher youtube weiß der komm ich gehe mal bei dem rein was geht wo da bist du dieser patscher nein laber nicht strike sacks noch einer wird bist du bist dieser patscher im stream oder kennt man sich schon länger oder bist du heute im stream reingekommen ne ich will auch letztes mal werden boah alter wie los bin ich ich dachte jetzt du bist so ein neuer zuschauer oder so hab ich nicht gerade deine freundschaftsfrage angenommen da war doch so ein 144 herz irgendwas ja ja ich guck mal ganz kurz ja ebrad ebrad guck mal ebrad ist gerade auf ähm ich weiß nicht auf was für ein herz sein frequenz ist also lies oben lies oben was passiert bruder was passiert merkel wurde gehackt nein warte mach ich demis warte gleich ich nehme mich gleich an ebrad was hast du denn geschrieben bruder dieses lies mal oben lies mal oben oben sind tausend nachrichten wo soll ich denn lesen was für ein mensch warte ich guck mal ganz kurz was anderes hier stoschke wurde gehackt junger alter jeder geht jetzt jedem hört auf über hacken zu reden ich hab das gefühl gleich werde ich gehackt auf gut Glück jo alter tatsache der wurde wirklich gehackt ich kenne den zwar nicht diesen stoschko ich bin ganz ehrlich ich kenne den nicht er wurde aber wirklich gehackt er hat auch 7216 zuschauer gerade krass aber 1175 likes ne die sind doof die liken einfach alter was ist das für ein scheiß gerade ey das kommt doch morgen bestimmt direkt in den nachrichten alter wer weiß wie viele leute gehackt worden sind hast du die map reingehauen jo wo oben komm bist du sehr gut hast du earnings oder so ne hol mal du hier äh lena wie geht's willkommen streamkos geht raus an dich und civil wurde auch gehackt oh mein gott sie sind civil gerne ich glaube dominik eigentlich müsste ich dich als freund haben oh ne ich hab die falsche waffe genommen was hast du alles genommen bruder ich hab doch gesehen du hast die ähm raketenwerfer mitgenommen ach so ich dachte wir spielen go in the sky go in the fire ja nein ja alles gut okay oh ha ich seh schon oh ha der ist ne der ist ne pizza nebenbei ähm zwei rams oder wie die scheiß drauf kannst du auch eins machen ich mach mal zwei das ist ein bisschen behindert kannst du auch einen machen ich bin sowieso nicht so gut oh ha der geht sofort aggressiv oder nicht so aggressiv ich bin nicht so ein Dings ne Bauer ich bin mehr so dieser Ab-Aimer ich bei mir läuft der wieder nicht bei mir läuft der wieder nicht so ein Abkackding tut mir leid ich spiel ein bisschen ganz anders cringe die meisten die so bei mir reinkommen die denken immer so hä wie spielt der eigentlich voll behindert ist es nicht gewohnt weißt du andere spieler haben ja immer fast den immer den gleichen Bauweise oder den gleichen Schnitt weißt du wie viel Leben hattest du noch schade eigentlich kacke oder so reagieren würde das voll feiern Joshua auf kacke wie soll ich scheißen aufnehmen und auf YouTube drauf oder was wie meint der das ja was denn warte was muss man wie auf kacke reagieren äh gabo tv nichts bruder was geht bei dir komm 1,2 und 5 wieso sag ich 1,2 und 5 irgendwie ich komm mir voll hässlich alt vor wenn ich das sage aber irgendwie sag ich das mal tschüss ja bitte mal aggressiver oha meine Hände schnitzen voll geh weg von mir fam egal mein Ehrenwinner hab ich bis wann bis wohin spielen wir 3 oder 5 äh bis 3 oder 5 mir ist egal mir ist auch bis 5 nein mir ist das egal sagt du ich mach halt nicht sonst nie 1 on 1s ich weiß auch nie wann ich 1 on 1s wieder mache oh mein Gott er denkt sich so hä wie spielt der bist du runter gefallen ich komm runter geh weg nein ich schieß doch du geier tissem Junge egal bis 5 hab ich doch gesagt einfach an äh z girl kennst du ja wie es geht ne willkommen in the street warte mal ganz kurz bitte ganz kurz voll hässlich das klebt alles so ey ich schüss ich brauch ich brauch einen neuen äh einen Joystick ok warte jetzt manchmal läuft der irgendwie so hässlich langsam ich verstehe nicht warum das so ist nein ehrenlos gehe ich von der anderen Seite wieder hoch oh du bist gut du bist gut du bist gut Bruder mein Kopf macht da nicht mit wenn man 30 ist das hört auf ne du weißt Männer Männergehirn denken sowieso nicht so weit und ab 30 dann denkt man nur noch an eine Sache tschüss du bist mal brutaler ich kann nur noch ab ey was soll ich machen gg ich küsse deine nüsse gg bruder du bist einfach der beste hier kriegst den Tanz auf nein nicht den den hier wollte ich sagen verneige mal Bruder hast du earnings oder sowas in der richtung ja earnings habe ich nicht hast du nicht aber Cups machst du gerne mit weißt du bescheid pixel gar und hast du gute platzierung mal geschafft oder naja ja weniger hast keine guten duo machst du auch youtube wegen deinen namen früher wollte ich mal ein bisschen machen aber hast keinen bock hast danach den namen nicht mehr ändern können ja hast den namen nicht mehr gerne auf was talkst du auf playstation gerade auf playstation ja boah ich bin auf pc alter ist ich bin ein bisschen scheiße normalerweise bin ich auch auf pc aber ich berate bei meiner Mutter deswegen ist ok wie alt bist du 15 15 ja ok sind älter ne so locker 18 ja ein bisschen tiefer schlau ja danke für die runden auf jeden fall war nice gg oder vielleicht spielen wir ja nochmal vielleicht ich glaube eher weniger weil vielleicht ja wer weiß ich muss schauen ich mache jetzt da draußen sind einige leute die wollen noch one on one haben ich spiele noch gegen die zwei drei leute noch da kommt doch so ein piep geräusch oder bin ich doof grad so piep ich weiß nicht oder das ist diese neue musik das mich voll abfällt ok kurz geht raus ciao ciao der typ hat mich ganz klar und heftig hops genommen würde ich sagen das ist das ist alle die gerade neu im stream sind ja das ist wirklich eine tatsache ich bin nicht der beste spieler ich kann wirklich das einzige tschüss wie soll ich so viele anfragen auf einmal das einzige was ich gut kann ist eigentlich mein aim aber der ist irgendwie heute gar nicht am start gestern auch nicht so ne wenn es euch aufgefallen ist furkan was geht ab bruder kann ich auch eins muss sein kannst du gerne machen marco ich muss erst mal gegen dominic machen und danach gegen nick und gegen magic erst muss ich gegen dominic heißt auf epic scopes ok warte scopes tv ich lade erstmal scopes tv ein mitspielen scopes tv und dann komme ich lade ich magic ein wo ist scopes scopes du bist gar nicht online bruder scopes wo bist scopes wieso sehe ich dich hier nicht ich hoffe du bist nicht öffentlich jetzt privat hallo was geht kannst du kannst mal stream direkt ganz leise ganz leise hallo mach mal ganz leise ja ich hör dich ja ok nein du warst die ganze Zeit nicht da jetzt bist du reingekommen tristen bin auch ja gut ok ja freeze ganz krass ne dass die alles so einfach gehackt haben wie ist dieses mm egal bis drei oder bis fünf bis fünf oder tja ok komm machen wir bis fünf du nimmst dich eh mit ja king baby yoda haben wir gesehen haben wir schon gesehen echt krass erst dann und dann dieser ey stell doch vor wirklich dass jeder hier gehackt wird das ist krass alter läuft das bei ihm immer noch dass er gehackt ist oder ist das schon raus also ist er immer noch live ne bei dem ist das auch schon weg bei dem ist er auch schon weg aber ich denke mal seine videos und so das wird auch alles gleich aktualisiert ja mach ich gleich ich nehm die anfrage an breh ich bin fast hier reingesprochen wo bist du hast du reingehauen schon oder was nicht mehr ne 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 na ich hau rein ok bist du gut ja es geht ja ja deine spitzsache sieht auch sagt schon laune deswegen habe ich pc ausgemacht oh mein gott ilyas warum was mit deiner mutter sind die wieder da freeze bei mir werden die noch nicht angezeigt wohin ebrard ebrard schreibt mal nochmal du musst 6 euro mindestens spenden oder nicht ey was passiert was hast gemacht so komm ich darf ähm oh scheiße das war jetzt aus Versehen ich darf splashies mitnehmen ich bin der jut nein komm nein komm oh der ist mega selbstsicher alter er sagt sogar ich darf splashies mitnehmen ey hör auf ich hoffe du blamierst mich nicht los 1 2 los du bist so lustig man nein oha ach nö das war jetzt unfair nein nein Wenn du mich jetzt noch holst, ne? Nein, GG ist umgekehrt. GG. War schon knapp. Ah, ich hätte dich schon vorher nehmen müssen, eigentlich. 1, 2 und 3. Oha, du standst nicht mal da. Wie weit gehst du mal nach hinten, Bruder? Keine Ahnung. Ich finde, du gehst zu weit nach hinten. Oh, nö. Ich muss nachladen? Scheiße, ich habe meine Skar nicht nachgeladen. Oha, ich muss meine Skar nachladen. Kuss geht raus. Fahrt, ich gehe auf YouTube und schreibe Ripple. Ey, Bruder, warte. Ich gucke gleich. Ich bin gerade mit einem Kampf. Und 3. Tschüss. Ich bin außer dem Untergefallen, egal. Ich komme wieder. Ja, ich werde natürlich versuchen, dich nicht hochzulassen. Du spielst genau wie ich. Ach man, wieso stirbst du nicht? Jetzt aber. Oh, gg's, Mann. Ach. 2, 1 oder was? Das wird, glaube ich, eine knappe Geschichte. Das wird, glaube ich, eine knappe Geschichte. Jetzt sehen wir auf jeden Fall. Und, das spannend irgendwie. 1, 2 und los. Ey, wieso stehst du nicht direkt dran? 1, 2 und los. Hä? BAM! BAM! Wie geht's deiner Nase? Nein, gg, Bruder. Meiner? 3, 1. Ey, genau in die Fresse, Bruder. Hast du nicht gesehen. 1, 2, 1. Ja, Mann, das ist so richtig knapp. Ja, komm. Jetzt bin ich runtergefallen. Richtig hässlich. Ich komm hoch. Soll ich auch runter? Nein, 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 nein. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Kannst mich auch die ganze Zeit abballern. Ich muss alles nachladen. Ich check das jetzt, ey. Siehst du, wie sie schießt der gar nicht. Ach, nö, Alter. Was geht raus? Oh mein Gott, Cheeks, wie geht's dir? Willkommen im Stream, Bruder. Lange nicht so von dir ge... 3, 2, ne? Ja, 3, 2 für dich. Ja, Alter. Oh Mann. Und los. Und los. Nein, du hast sie gut gerettet. Nein. Er hat mich zerfleischt. Alter, jetzt reicht's aber auch. Junge. 3, 3. Zum ersten Mal baue ich irgendwie besser, aber du hast einen besseren Aim wie ich. Los. Ey, wieso nimmst du so einen Abstand? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wow. Ja, oh Gott. Ja. Ja, jetzt reicht's aber auch. Jetzt sitze ich auch gerade, Junge. Guck mal, meine Blicke im Stream an. Ich spiel gerade so, als ich zwölf Jahre alt wäre. Los. Alter, meiner läuft wieder so langsam. Ja, jetzt wieder schneller. Das ist gut. Wo bist du jetzt? Boah. Nein. Wie stirbst du nicht da drauf? Das hab ich mich gerade auch gefragt. Das heißt, die Runde wirst du gelassen. Ne. Was ist da jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich wirklich nicht bewegen. Ich mach nix. Alles gut, alles gut. Ich mach nix. Warte. Jetzt. Warte. Ja, ja. Ich glaub, ich muss wirklich, ich muss eine neue Joystick kaufen. Was kann du diese Joystick da? Ey, Bro, warum gehst du? Vierer Hit. Ey, Bro, ich hab so Angst. Alter, lad nach. Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht ab, Bruder? Na. Hey, was? 5-3. Kuss geht raus. GG, Mann. GG. Oh, man. Oh, scheiße. Was hat Apple geschrieben? Oh mein Gott, Simba, wie geht's dir? Danke. Ach, kein Ding. Scopes. Gerne. Ja, das Ding ist, manchmal spiele ich mal diese random Dinger und so, dann fasst die Zeit nicht. Ich danke dir, dass du überhaupt jedes Mal im Stream dabei bist. Ja, ich hab auch einmal probiert, mit dir reinzukommen, im Doos, aber hat nie geklappt. Schade. Aber trotzdem, danke, dass du im Stream immer dabei bist. Ja, ja, kein Problem. Okay. Ciao. Ist voll korrekt, ey. Danke dir. Echt eh. Ciao, ne? Ciao. So, der... Er kann wirklich nicht so gut bauen, aber ähm... Der Rest hat auf jeden Fall funktioniert bei ihm. War nicht schlecht. Äh, Dominik. Komm, Margit, ich lad dich ein. Dominik, schreib mal deinen Epic-Namen rein. Ganz wichtig. Nicht immer, die kannst du meine Anfrage annehmen. Schreib dein verfluchtes Epic-Namen einmal rein. Nur ein einziges Mal. Du übertreibst deine Rolle voll. Margit, sag mal deinen Epic-Namen. Bist du Twitze Isar oder was? Twitze Isar 2. Komm, okay. Gruppeneinlagen. Ich geh rein. Margit, wenn du jemanden anderen einlädst, dann geh wir nicht raus. Bitte keinen anderen einladen. Keinen anderen einladen. Du bist bereit. Kannst du reden? Ja. Nein. Schade. Alle. Was geht? Ich weiß nicht. Ja, ja, ich weiß nicht. Wie geht's dir? Ganz gut und gut. Auch ganz gut, danke. Keine Arbeit oder was? Warum? Feiertag? Bis Montag? Bis Montag? Okay. Geil, Alter. Nächste Woche ist mein Sündentag. Mittwoch. Ist sowas wie Entjungfahrung. Da muss ich wieder acht Stunden arbeiten. Ich bin mal gespannt, Alter. Vielleicht muss ich... Eigentlich müsste ich nächste Woche Frühstück arbeiten. Stell vor, dann könnte ich gar nicht streamen. Zum Beispiel Mittwoch, ne? Und jetzt vielleicht eventuell, wenn ich gut Glück habe, muss ich von 11 bis 19 Uhr ungefähr. Ist voll die scheiß Zeit zwar, aber egal. Leon, wie geht's? Wir kommen zurück. Patscha fragt. Hier, spiel mal gegen den Veins, Patscha. Spiel mal gegen den Veins. Oder gegen Stunny oder so. Ähm, Peach. Hex, MK. Wie geht's dir, Bruder? Wir kommen ins Stream. Und was spielen wir? Hey, Magi. Wenn ich gewinne, machst du Mitgliedschaft oder was? Hä? Ja, keine Ahnung. Wäre möglich. Was? Wäre möglich. Wäre möglich, sagt er. Warte, weg, lass mal auf die andere Seite. 1, 2 und los. Ah, bei mir läuft der wieder nicht so hässlich. Ja, Magi, also ich habe seit drei Jahren kein Fortnite mehr gezahlt. Ich bin komplett runtergefallen. Mein Geht, es tut mir leid. Ich komme sofort hoch. Du kannst einfach weiterzocken. Oha, wieso machst du so? Wieso zockst du kein Dings mehr Fortnite so richtig? Was? Was? Oh. Ich denke mir so, das ist doch deins, Alter. Ja. Bis fünft? Ja, ja, bis fünft. Natürlich, was erzählst du? Bist du auf Monsters Natur? Ähm. Hä? Ja, ja. Ja, kein Wunder, Alter. Ich dachte, du bist so ein Controller-Player. Was soll ich denn machen jetzt? Ja, wie? Ich bin mit, äh... Wie soll ich denn jetzt gegen Maus-Controller? Ich bin mit Joystick. Hast du nicht früher auf Joystick gespielt? Ich bin voll schlecht auf dem Controller. Echt jetzt? Ähm, voll schlecht auf dem Controller. Komm ran. Was ist los? Was passiert, ey? Affett mir mehr. Hey. Ich voll übertreibe. Wenn ich so sehe, wenn Leute so bauen, dann denke ich mir, werd doch gleich, äh, Bauarbeiter. Warte. 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 Warum machst du jetzt den? Ha! Hä? 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 Kannst von mir aus auch mit zwei Tastaturen spielen. Komm, ey, warte. Es geht um Mitgliedschaft. Warte mal. Hahahaha. Vier Kills noch. Mit Mitgliedschaft. Komm, warte. Ja. Schade. Ich bin voll der Fetzer. Oha. Schade. Oha. Jetzt übertreibt er. Schade. Oha. Wie geht's vor mir bist? Ey, ich kann mich wieder nicht bewegen. egal scheiße so passiert das mal von 33er warum geht das mal wieder weg ja Ripple Bitcoin wie geht's wer weiß wer das ist einfach bauen überall überall eine Hinsetzen was geht habe ich dich getroffen Oh mein Gott Elias ich dachte wir zocken noch gegeneinander wie viel steht es 4 1 muss noch einmal gewinnen dann war es das was so gehypt darauf waren jetzt gegen Vati gewinnt aber Public hast du keine Chance mich immer diese 33er halt voll die verarsche mal was das lange herrn in meinen Baunetten geht nein geht nein ich hab nicht mal geguckt lan Landat Öl Medica 28er auch langsam Zeit nicht nur ich immer die lau hits nein ich komme ich komme 4 2 komm hier noch nichts vorbei Nanopleaks TV 5875 ich guck gleich Pray ey was geht bin auch mal wieder da willkommen im Stream Pray ich hoffe das ist gut bei dir können wir gucken wenn du willst ich geh dann mal schön stream euch noch Ok Shiks ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Nacht danke dass du vorbeigeschaut hast Ehre Valla ey maci Edenkstüßu anmana valla mein 19.90 lahn noluyo hehehehehehe Tamam alırım Alırım Yok ya almana gerek yok Kalpten gelecek öyle ben zorladım da ooo ne sayasam Eskiden alırmıyor Eskiden alırmıyor Hey wieso kann ich nicht mehr hier bauen Egal du dein Rest vielleicht ne Was? Nur dein Rest vielleicht Ja ich geb auch keine besseren ne Nein Na Puh 4 3 Ich komme ich komme ich komme ich komme Ey aber das ist doch Ah manche Junge Bist du auf jeden Fall der bessere Spieler ich muss dir das sagen Ich hab Ja ja für mich geht's um bessere Spieler Na Für mich geht's um Spaß halt mich um besser Für mich geht's um bessere Spieler Für mich geht's um bessere Spieler Halte lan voller Fettsachsen Nein ich muss meine Skaden ablan Geil Stefanie G occasionally Ach bitt denn 46 4,4 Ey von 4,1 Das war's, Bruder Das war's Jetzt gibt der Dreck einen 200er Gar kein Dings mehr Ah fuck, ich schock jetzt, jeder bestimmt nicht Was schon wieder Ach, der ist auch ein Hacker, hier Wo bist du? Bist du ganz unten? Ich komme runter Ja, in der anderen Ja, in der Ja, in der Ja, in der Ölchen Was ist ein Mensch? Was ist ein Mensch? Ja, das ist ein Mensch Ja, in der Oh ja, in der Was ist ein Mensch? Ja, in der Schade. Du bist doch mal ein... Ey, das ist gerade ungewitzig. 5-4 von 4-1. Das ist krass, Alter. GG. GG. Ich meine GG. Kuss geht raus. Geil. Geil. Mitgliedschaft. Konf. Venom. Wie geht es dir? Willkommen im Stream. Schade eigentlich. Oh Gott. Das war jetzt ein bisschen krass. Stark schreit du Hainz. Ey Hainz, das war jetzt gerade so als ob ich... Ich kann das nicht holen. Kannst du? Nein. Ich kann sogar dich checken. Dann mache ich ja nicht. Ich gehe. Achso. Egal. Egal. Alles gut. Alles gut. Egal. Alles gut. Egal. 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 Ich warte. Ich bin voll gut. Du bist aber wohl gut. Dankeschön wie du baust. Ganz krass. Ja, ich bin nur Rommersong. Ja schon. Ich bin mir bestellig gefasst. Ha. 5-4 geholt. Und das gegen mich. Ich hatte dich unter Druck genommen. Ach du der Chef. Oh mein Gott. Ich habe einen Schleunsch zu geben. Aha. Ah wie kann ich bitte. Warte ich muss einmal diesen Dominic Leum jetzt. Halt. Sauerstin dass du im Stream dabei bist. Also ich muss echt sagen Der war sogar krasser Der hat krasser gebaut Wie diesen Typen, dieser Patscher Er war viel besser wie dieser Patscher Ich weiß nicht warum ich Können wir bitte Der wilde Zocker ist auch am Start Kann ich danach Marco du kannst auch danach Ich muss erstmal diesen Dominik finden Mir geht es gut aus dem Grund Dass ich heute Vapor Max bekommen habe Was hast du bekommen? Was ist Vapor Max? Da bin ich komplett raus Dominik Schreib mir jetzt deinen Epic Namen raus Schöne Grüße an Funke Vater hast du mich aus deiner FL gelöscht? Ich weiß es nicht Mike Ich hatte mal vorher alle gelöscht gehabt Und seitdem Keine Ahnung Aber wenn du eine Anfrage schickst Nimm ich auf jeden Fall deine Anfrage an Nanoplex TV Nanoplex TV Nanoplex TV Kannst du mich einladen? Haben wir uns unter Nano Ich sehe deinen Namen hier nicht Sind wir befreundet? Ja danach bist du Ich muss nur diesen Dominik finden Nanoplex Ich guck mal kurz Gibt es überhaupt so einen Namen? Der verarscht mich glaube ich Nanoplex TV 5 8 7 5 Semper Emanuel Wie geht es dir? Hier ist er da Nein ist er das? Das ist Joshi DHD Oder so Yoshi DHD Ganz komisch Ja Na gut Furkan Furkan muss ich auch noch rein Furkan muss ich auch noch rein Einmal gegen den Damit dieser Typ hier Yoshi Na da Ich habe es sicher Oh mein Gott Skills Wie geht es dir? Willkommen Funkel Lassen wir mal Fatih Ja ja Das mit Funkeln Funkel bist du noch da? Schreib doch mal Nanoplex TV Ich verstehe dich Werde ich auch so Werde ich so einen grauen Haken Oder sowas in der Art habe Wie geht es dir? Amst du jetzt? Hallo Kannst du reden? Hallo Hi Kannst du meinen Streamliser machen? Hm? Hallo Hallo So jetzt Du willst eins gegen eins Die ganze Zeit schon Dominik Erstmal vielen vielen lieben Dank Dass du immer im Stream dabei wirst Ohne Spaß Weiß ich es zu schätzen Aber du musst meinen Streamliser machen Ich höre mich doppelt Ich höre mich doppelt Ja oder ich höre mich Ich höre mich Wegen deinem Headset Doppelt Furkan ich lade dich ein Weiß du mein Weiß du mein Okay Mike warte Ich nehme kurz dein Anfänger Brr Brr Komm ich mache jetzt rein Ich mache jetzt rein Boah ich höre mich doppelt Das ist voll Ich höre mich doppelt Aber mega Krass Krass Warum ist das so Bruder? Warum ist das so Bruder? Danke Mir geht es auch ganz gut Mir geht es auch ganz gut Nach ihm kommt jetzt Ähm Wollte ich den einladen? Wollte ich den Fulkern einladen? Wie heißt der andere Typ? Mike wollte gerne Fulkern Apo wollte Ja das ist voll nervig Ja das ist voll nervig Ja Nanu wenn ich dich stumm Ist das sauer Jetzt bist du sauer Hä? Wenn ich dich stumm Ja wenn ich dich stumm Aber ich höre mich doppelt Ich weiß nicht warum Warum? Ich weiß nicht Wenn ich jetzt rede Zum Beispiel im Stream Schau mal im Stream Wie sich das anhört Wie sich das anhört Soll ich mich hier gucken? Ja kannst du gucken Ja kannst du gucken Was war das jetzt? Guck mal das ist ganz krass laut Irgendwie also Ich höre mich doppelt jetzt Ich höre mich doppelt jetzt Hä? Jetzt 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 Fulkern ich lad dich ein Ich lad dich ein Merkst du? Merkst du? Warte Wie warte? Tschüss komm hier Komm hier Du weißt welche Waffen du nimmst Die hier Die hier Die hier Die hier Die ist gar nichts Hier Warte Bist du gut? Bist du gut? Ach ja Äh Hier hier Nimm die doch Nimm die doch Von da Von da So Und viel Ach scheiße Eins Zwei Und drei Tschüss Tschüss Er schwänzt die Schule Für Fortnite Was spielst du? Was spielst du? Bräh Das war ja Bräh Wo bist du gejoint wieder? Komm lass nochmal Was ist das? Komm runter Wir machen mit dem Gleichen Leben weiter Einfach Wann hast du mich getroffen? Bruder du bist anders Gerade Was machst du da? Komm schon Ah ich kann mich wieder Nicht Im Stream Wenn mir das passiert Keiner glaubt mir Man Keiner glaubt mir Näh 84er Hitter Alter Das geht raus Äh Fazer Kennst du Kampfpro? Nein Was ist das Tyson? Nein Was ist das Tyson? 1 1 1 1 Der hat mich einfach runtergeschüttt Das hat er mit Absicht gemacht Das hat er mit Absicht gemacht 2 5 5 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 11 10 10 10 11 11 12 12 14 16 18 18 20 Da hast du keine Chance gegen mich. Wenn ich ab, dann tot. Aber GG. Du brauchst echt krass. Ich hab da keine Chance. 1-2. Das ist nachladen. Oh Michael, wie geht's? Geh auf Einstellung. Warum ist das viel besser oder was? Das ist mein Taktik. Ich versuch dich aus dieser Bauphase irgendwie rauszulocken. Indem du nicht mehr weißt, wo ich bin. GG. War hinter mir. Hier. Nice. 2-1 und los. Jeder im Stream denkt sich so, wie kann dieser Phasehack überhaupt die Leute gewinnen, wenn er so schlecht zockt. Oh, jetzt hast du mich. Du kannst mich sogar pickaxen, Bruder. Oh du Scheiße. Guck guck. Guck guck. Guck guck. 1-1 gegen Zuschauer. 1-1 gegen Zuschauer. Dank. 1-2 und 1-2. 2-2. Och Mann. Och Mann. Och Mann. Fettsack-Skill, Junge. Du hast mir alles vermieselt, Bruder. Hä? Hä? Ach Scheiße. Richtig ehrenlos hab ich gespielt, aber scheiße. Fettsack, spiel mal drauf. Das ist noch schlimmer. Da zock ich drauf. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Ist richtig schlimm oder so? Schlimmer oder so? Nein. Und jetzt. Nämlich. Warum? das geht raus ich vergesse mal warte mal ganz kurz jedes mal fack mich das 1,2 und los alter dieses 2x34 äh 52 also du brauchst ganz nice eigentlich irgendwann verlierst du den Faden 1,2,3 du bist also 1000 mal nicht besser als ich aber ich bin ja 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 ich muss nachmachen ich muss nachmachen nochmal Glück gehabt nochmal Glück gehabt das Ding ist zb im public hätte ich niemals soviel oh ich hab nur noch 15 ach gg ja das waren so ein bisschen random schluss ok kurz geht raus gg war schon auf jeden fall mega schluss gut dass ich nicht jedes spiel verliere ich hab jetzt die letzten drei hab ich jetzt gewonnen war nicht schlecht war es nicht eingespielt ja ich kenn das wohl wenn ich auch nicht eingespielt bin dann spiel ich auch so herzlich meine hände waren richtig kalt kurs geht raus spielst du auch gar nicht so oft ne spielst du auch gar nicht so oft ne 38 level mhm oder ist das so ein zweiter count von dir mhm 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 stani tut mir doch leid darf ich mal jetzt guck mal wir sind da draußen noch ihr wollt jetzt so was ich verstehe das nicht also guck mal Apo hab ich jetzt versprochen und Furkan hab ich noch versprochen Miek hab ich auch so was wollte auch noch felsich ich zeig dir wie ich drauf zocke warte mal Tyson weiß ich nicht man ich das war jetzt nicht beabsichtigt irgendwie liest meine Nachrichten liest meine Nachrichten liest meine Dominik danke das geht raus warte mal Nik warte doch da ist noch dieser Apo will gerne zocken und dieser eine ähm Fulkan will auch noch komm Fulkan ich geh mal bei Fulkan kurz rein und dann Apo Fulkan hast du auch privat wir machen danach so ein was damit ihr zufrieden seid ey Jungs wieso seid ihr hier Apo warte doch wer will denn alles so ein was man random du oder 101 ist doch jetzt ganz ruhig weg oder nicht Juck mich nicht du schiesst mich nicht um 5 Uhr was willst du denn was willst du denn zeigen Tyson sag mal deinen Epic Namen wo sind denn eigentlich meine ähm Zuschauer von Maki alter die sind glaube ich gar nicht am Start grad ne ich bin eingespielt eins gegen eins ach ja Mike ey Jungs ich bin ein bisschen überfordert das ist doch nicht ist keine Absicht ohne Spaß ist keine Absicht manchmal bin ich ein Stück weit überfordert Fulkan was geht danke für deine 4€ Spende Fulkan auch ganz gut sei bitte nicht immer so wohin dann komm hier komm dann bitte da was ich dachte 101 Junge ich doch wie was ist das für ein 101 der hackt mich na spannend ach so hast du selber gebaut oder was ja wie hast du das gemacht mit den Klicks und so wieso steht da Phyro und ich meins jetzt hast du aber reingeschissen jetzt hast du mal und Minuspunkt ich wusste dein greater good ne ja mir doch scheißegal wer ist dein Phyro na mein Onkel ach so ok dann hast du Ehre gemacht dann hast du es richtig gemacht was hast du noch mitgenommen hast du was mit trinken wollte ich hab ach so was hast du überhaupt geholt 1 2 und 3 ja äh guckst du nicht im Stream was wir geholt haben Goldene Scout Goldene Spaß was hast du denn ich hab den Tab ich seh deinen Namen alter das ist bisschen scheiße ne siehst du auch meinen mhm hab ich auch gemacht das ist aber ein bisschen Schrott komm rein das ist bisschen Schrott ja guck mal was er mitnimmt 1-0 5-0 steht bei mir ja das Ding ist ja Punkte oder was Punkte mhm falls ich song was mache ich auchs geht was hat Stunny geschrieben komm ich muss gucken ob Stunny was geschrieben hat nicht dass ich wieder seine Nachrichten übersehe zieh uns ab und direkt beide eine zweite Phase wie meinst du das wie meinst du das oh mein Gott Piro ist sie am Start Mann der einzigste ehrenhafte ähm Typ der los ja manche haben bestimmt Schule und so klar kann nix dagegen machen aber fuck Vulkan du geht Reset nicht ja oder kannst du nur Resetten nein das geht nicht genau naja 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 ich bin auch nicht eingespielt aber egal ich bin auch nicht eingespielt ich bin 30 ich brauch 10 Jahre bis ich mich eingespiele denkst du meine Knochen was denkst du wie lange das so hat tschüss du bist ja auch kein Zeugmann was ja aber ey das ist deine Wall uah ich bin einfach runter gefallen ja ja wie machst du da Junge er schießt mich runter aber ich baue da niemals hoch gg was hast du da nie reingeschrieben jetzt äh haha voll lustig haltest du jetzt nein es geht wie stehts jetzt 2 2 3 der 1 nein warte mal nein 2 1 oder nicht ja ok du hast du dir gehalten ja ja naja Fulkam bei diesen Mitgliedschaften ne bei Spende zähle ich Mitgliedschaften als Geld nie mit ok aber es ist besser wenn du Mitgliedschaft holst weil gg um was laberst du da ey ihr denkt immer ey guck mal das meine ich ne ihr denkt immer im Stream wenn ihr guckt ey voll der loste und so ne jungs jungs ich spiel ja nie ernst mit das Ding ist im Chat sind tausend Leute die sich streiten und so ach du scheiße ey ich konnte mich nicht bewegen egal ah ein Blatt runtergefallen man sorry oha nein warte 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 heide jetzt 1 2 und los was bist du nicht Fetzer nicht getrocknet so das war's wie stehts immer noch 4 1 ich hab 3 was ich hab 4 doch was erzählst du doch guck mal 20 Punkte 4 1 1 1 2 und nur seite wenn ich jetzt gewinne dann ist es vorbei nein keine chance gegen mich ok ok ich glaub das war's oder? ja ok der Kurs geht raus gg gg ah kann ich auch Mara wals oh oha ich bin ich sag mal so ich bin auch lost ne fullkampf weil sie grad im Street rein guck ähm aber das sieht so aus das sieht glaub ich so lost bin ich gar nicht ich bin kein guter Bauer ich bin auch eigentlich guck mal ich spiel jetzt das erste Mal Apo sag mal dein ähm epic Namen war doch irgendwas mit sorry for my edits oder sowas ne ja auf meinen Namen wer als nächstes gewinnspiel pixelgun schreit ich bin nicht lost ehre pixelgun einzigster typ der im ich glaub stunny kommt wollen wir auch nochmal eins gegen eins oder was ich glaub ich muss mit stunny noch ne runde arena oder sowas zocken bevor er so richtig sauer auf mich wird wie geht's aber wie geht's dir hallo hallo wie geht's geht's dir auch ganz gut danke heute war krass ne ich weiß das geilste ich hatte fast 350 zuschauer oder so und ich weiß gar nicht ob ich gebottet wurde oder nicht gebottet wurde war schon ein bisschen wollen wir alle die grad im Stream da drinne sind ne lass arena mit noch wehen ja mir egal Stunny wo bist du nö will songwars och nö Stunny Stunny will um den songwars spielen wenn du songwars machst darf ich dann bitte machen ja wenn ich songwars mache mache ich einfach die Lobby öffentlich ich sag mal so wie es ist ich würde die Lobby öffentlich machen ey Jungs alle die grad im Stream dabei sind ne wir hatten heute ja diese irgendwie komische 300 zuschauer und ich weiß wirklich nicht ob das jetzt gebottet war oder nicht gebottet war komm zu mir ähm ich will mal morgen wieder versuchen ähm dass ich zum Shop wieder wieder raus bin sozusagen wieder raus bin okay wir machen so einen kleinen Smalltalkrund und danach geht's richtig los privat zocken privat zocken was heißt denn privat bruder ey ist lana putt du bist bestimmt voll gut dir jetzt alter hä Tyson sag mal deinen Epic Namen okay ähm ich bin ja nicht so ehrenlos und lass meine 20 zuschauer zuschauen lassen sondern sie dürfen auch mitzocken okay Stunny hä hä ich spiel doch auch jetzt mit meinen Zuschauern was soll das denn heißen Warte hä wer kommst du? warte guck mal Tyson warte okay Twitch Killer Twitch Killer will auch noch gegen mich guck mal nein warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal das fack mich jetzt grad an ich bin grad überfordert ich versteh das nicht Stunny Guck mal, Stani, da sind tausend Leute, die wollen One on Ones. Ich verstehe das. Was soll er denn machen, Bruder? Er sagt, das dauert viel zu lange bis zum 5. Spiel. Guck mal, vor dem Kilo wollte ich auch noch das Video anschauen. Ja, komm, wartet doch mal, Jungs, Alter. Ey, die verstehen nicht, dass ich das überfordere. Vor dem Kilo will ich das Video anschauen. Stani will sowas haben. Ein anderer will, dass ich unbedingt mitmache. Er ist schon richtig sauer. Wo bist du überhaupt? Andere sagen, ja, mach das Spiel doch mal One on Ones. Das Geilste, das war mal Stani seine Idee, dass ich mal sage, One on One gegen die Leute. Aber seitdem er sein One on One hat er keinen Bock mehr. Ich verstehe das nicht. Es ist wirklich ohne Spaß, aber ja, ich bin jetzt komplett runter. Ich bin irgendwie nicht konzentriert gerade. Nein, komm nicht runter. Spiel einfach weiter. Wo bist du? Ja, ihr haltet das komplett neu starten. Ich möchte nicht. Okay, wir spielen nur noch bis drei Apo, hast du gehört? Ja, Mann. Aber ich habe doch zum Beispiel Majid eingeholt. Sonst hätte ich gegen Majid schon längst verloren, aber jetzt habe ich... Wo bist du, ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Boah. Nein. Nein. BAM! Bis drei oder was? Ja, ja, bis drei nur noch. So. Ja, keine Ahnung, die Leute kriegen Krise. Eins, zwei und los. Weil ich mich stecken gewinnen. Wie soll ich jetzt runter oder was? Nein. Nein. Noiner Hit. Geil. Was machst du da? 1, 2 und 3 Ich hasse doch echt creative warrior bauer Nein, nein Komplett runter gebaut Nein, 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 ich versuche hochzukommen Wenn ich auf dem ganzen Boden wäre, würde ich sagen, komm nochmal Wie du siehst mich, ja, ich bin komplett runter gefallen Du brauchst ja immer höher, Junge, wie ein Geier Boah, GG, Bruder Nein, Vulkan, Junge Mara, sag mal deinen Epic-Namen, bitte Warte, mach dann sowas Ist dann hier so Nein, nein Warte, na wohin 1, 2 und 3 Du Geier, Mann Das verliere ich, glaube ich Aber fahr her, Wil Ja Du warst schon im Teuschkel, die ich dir gespendet habe Was? Du warst schon im Teuschkel, die ich dir gespendet habe Nein, wieso Ich war voll krass Da hätte ich aber nicht erwartet Nee, oder? Ach, einmal muss Warst du schon so viele Taten geschwemmt? Warte, ich hab dir noch nichts geschwemmt, oder? Doch, achten, aber wieder geschwemmt Ich verkack' aber jetzt wegen dir Tschö, ich baue nicht so hoch Du gehst mal höher Das fackt einfach ab gemacht Und Ich bin... Na, Pion? So, Mensch, um... Oh Na er baut wieder bis nach Afrika Moment schon Also mach auf Halte 3-2 verloren, toll Eigentlich hätte ich gewonnen Stani hat mich durcheinander gebracht Zitaten zum Nachdenken Ich wurde gewandt, weil ich mein Epics spamme Weil du es nicht siehst und dein lieber Wann nicht Alles gut Bruder Ich habe es gesehen Nein, die wollen das ja nicht Aktion Der Typ will das nicht, der kriegt Riese hinter das machen Akz Tyson Akz Tyson Da Mal gucken was er will Pikaid 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 Hallo Ja Es geht Bruder Warte ich muss diesen Pikaid irgendwie finden Was schreibt der? CC Pikaid Epic äh Pika 17 Wo Pika Bruder Ich sehe dich nicht Ich sehe dich nicht Ich sehe dich nicht Bro Nein Warte Warte Daniel kurz Warte bin gleich da Mach heute noch bis 5 Damit das gerecht ist Warte mal Also kannst du kein Kampf Pro? Warte nochmal Was kann ich nicht? Kannst du kein Kampf Pro? Doch das ist nicht Bau Pro sondern Kampf Pro ne? Ja Ja Spielst du da drauf raus Sehr schwer Ja Bist du gut oder? Ja Ja Mann zu denken ich bin halt die Maus Keyboard oder auf PC Ja ich bin Keine Namen warum Ich finde die ähm Twitch Killer Jungs Dieser Twitch Killer Hast du mich überhaupt eine Freundschaftsanfrage an mich geschickt? Hier mein Epik Name kurz Jan sag mal gegen mich Hä gegen Jan Gegen dich hab ich doch oder? Ey Ach ne Dieser Keyboard wollte auch dass ich sein Epik-Dings gucke Ja Verähren muss Ach Gott Ich schau mal ganz gut Ich schau mal ganz gut Nein das ist glaube ich so ein 300 Sekunden-Bahn Alles gut Ich schau mal ganz gut Hm Warte So Komm Okay Majid äh Weißt du Bescheid Bruder Äh ich wünsch dir auf jeden Fall einen schönen Abend nochmal Majid kurz geht raus Dann Fatih kommt nach dem 1.15 bei mir rein Okay Majid warte Hab FH geschickt Okay Twitch ich guck's dann GG GG Apo ganz ehrlich Ich hätte dich Ich dachte ich hätte dich genommen halt Irgendwie Ähm War danach irgendwie alles ein bisschen schrottig ein bisschen bei mir Aber eigentlich hätte ich dich gewinnen müssen Ich war ein bisschen raus bei dir ne Irgendwie so Dass die Leute wieder Guck mal die Ich hab den ganzen Tag immer Custom Ey wo ist die Ska Ich hab immer wieder Custom Games gemacht Da meinten die auch immer Öh spiel doch mal was anderes Komm mal runter Jungs Übertreiber Heide Wie geht's eigentlich Was für ein Landsmann bist du 1,2 und 3 Du bist auch ein Türke Ja Ach ja Tyson hast du Bist du dieser Zeiss Zeissen oder Achso du spielst auf was anderes oder was Du spielst auf Ja dieses Kampf Pro Ja Und da spielt keiner drauf Ja Ähm Sehr selten so Sehr selten so Ich hab nur Freunde der Ich hab nur Freunde der Ich bin auch das Oder schlecht Die können nur das Gucken nur Die können nur das hier Nur so bauen Warte Und ich kann Knappe Sachen halten Ähm Was ist der Unterschied Dazwischen Kampf Pro nochmal Ähm Du kannst schneller bauen als ich Was Du kannst schneller bauen als ich Bekommen 1,2 und Ähm Oder ich bau Ich bin zwei mal R1 Ich bin zwei mal R1 Drücken Und ähm R2 Na kann ich bauen Achso Also er kann ich Dings bauen Ähm Treppe Eine Treppe Und was hast du einen Vorteil an äh Gar nicht Ich hab gar keine Treppe Und wieso spielst du das da? Ähm Ich weiß nicht Ich bin schon dran gewöhnt Spiele das die In Zauberkampf Pro Deswegen Da musst du ändern Bruder 1,2 und 3 Will ich noch viel besser eigentlich Ja deswegen ja Ja Machst du da? Keine Ahnung Einfach zu wohnen Oh Gott Ah bin auch gerade noch los Verlierst du aber ne? 2,2 Ja ich bin halt schlicht Hä? Ich bin halt schlicht gerade Jaja 1,2 und los Es geht 3,2 und los 1,2 und los 1,4 und los 1,2 und los 2,2 und los 2,4 und los 3,4 und los 2,2 und los Ah, nice Klar, 3-2 GG Das war's, Leute Ich bin halt scheiß Gegen Apo hätte ich auch gewonnen jetzt erst Komm, ein Mann noch, scheiß Komm, noch einmal noch Nein Nein, nicht gegen 5 Können doch alle jetzt hierbei Nein, ich will noch keinen sagen Aus Prinzip Wenn die Leute mich immer zwingen, hab ich keinen Bock Oha Richtig reingeschissen, Bruder Ja, hör auf Hör auf Ey, das Ich bin so schlecht gerade Vorbei eigentlich, ne? 4-2 Astani, hör auf Wie? Du musst dir jetzt essen Und los Nein, wieso baut der nicht? Egal, weiter, weiter Einfach weitermachen Das war's, ich bin so nicht Ich bin so schlecht gerade Und das war's, ich bin so schlecht Wie? Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht, sieh in Und das war's, ich bin soு Ey, nein, ich kann mich nicht wieder nicht bewegen. Ey, 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 wieso bewegt er sich nicht? Mann, okay, okay, okay. Wieso habe ich so einen Bug, Alter? Ah, du hast mich. Du hast mich. Das Scheißding wackelt immer. Ja, Mike, warte, ich komme sofort. Schau mal, er macht doch gerade 1-1, Mann. Ich habe wirklich so ein Problem mit diesem Scheiß, ähm, ich weiß nicht, ob das wegen dieser Kabel ist oder ob das dieser Joystick ist. Oder warte, ey. Eins von den beiden ist ein bisschen problematisch. Ich weiß aber nicht. Nein! Nein! Was habe ich dir verpasst? 110 oder was? Braurig. Warte mal kurz. Nein, Scheiß. Irgendwas ist kaputt. Nimmt wieder mein Controller oder der Kabel? Komm runter, oder? Wohin? Hier, ich habe kaputt. Eins, zwei und plus. Boah, jetzt steht schon 4-4, ne? Ja, langsam komme ich rein ins Spiel. Was? Langsam komme ich in dieses Spiel rein. Ich bin jetzt nach vorne gerade auch auf. Ach, Mann. Irgendwie, äh, du willst mich wiederholen. Ist... Oh, da war nicht. Nein! Oh, junger Alter. GG. Fuck. Kuss geht raus, Mann. Äh, Arithorn Gaming 83. Wie geht's dir? Willkommen im Stream. Ender LP Dragon. Wie geht's dir? Willkommen im Stream. Kuss geht raus, Mann. Äh, genau, jetzt, ähm... Ich spiel mich lang jetzt ein. Ne, ich chill, Mann. Du sollst die ganze Saison reinkommen. Jo, Alter, stimmt, ne? Ähm... Hade. Tyson. Ciao. Ich spiel mich hier jetzt in der Saison. Ey, ganz ehrlich, ne? Einige Leute, die wissen ja, wie ich so Publix spiele und so, wie ich mich bewege und so. Ähm, oh mein Gott, Kilo, ey, kommt, Leute. Kilo, ich muss dein... Ey, ich will sich nicht check die Lage nicht mehr. Gut, Kilo, aber da haben wir ein Problem. Irgendeiner, äh, irgendein Mod, Ardo oder so, falls Ardo online sein sollte, soll man deinen Link sehen und mir mal schicken. Na, ich mache jetzt erstmal diesen Twitch, Twitch Killer. Mike, atme mal. Erst mache ich diesen Twitch Killer. Wie heißt dieser Typ, dieser Twitch Killer? Welcher war das? Sag mal deinen Epic-Namen nochmal. Okay, John, danach nehme ich dich. Warte, ich muss... Ich muss noch nicht... Ich muss Mike auf jeden Fall. Ich muss Mike noch machen. Er atmet mal alle, ne? Oh, skizzert auch schon. Lies oben Stunny, Alter. Pika, ne? Pika. Mal ganz kurz hier. Da, Pika, YouTube. Oh, Season 2 Spieler hier. Gut, okay. Nein. Nein. Ein Fehler ist aufgetreten. Ist ein Fehler, Bruder. Nein. Hallo? Bruder, was geht? Ja, warte, mein Chat ist gerade ausgegangen. Er braucht schon Anzeiten. Alles gut. Ey, ist beim Test nicht im Hintergrund zu laut? Na, alles gut. Wie geht's dir? Okay. Gut, und dir? Oh, skizzert. Ey, es ist ein Zweispieler, oder? Jetzt sind eins. Jetzt kommt... Oh, hier. Jetzt kommen die ganzen Flexer hier rein. Was soll ich da machen? Ich bin online gespielt. Ich hab gefühlt eine ganze Stunde gewartet. Ein Fehler kommt auf. Ich kann bei Arda in den Link gar nicht rein, Bruder. Alter, du hast richtig reingeschissen. Ich schwör's dir. Kuss geht raus, Andi. Ich hab jetzt nicht mal ein Chat drin. Ich hab drauf gedrückt. Jetzt ist komplett alles raus. Warum ist das so? Alter, was für einen Link hast du geschickt? Ich geb euch Skills lieber rein. So, Skills geht auch nicht. Also, ich kann auf diesen Code wirklich nicht drücken. Da steht ein Fehler. Ist aufgetreten. Warte, ich drück mal kurz bereit. Kannst du auch bereit drücken? Du bist Level 105 und sagst, du bist in die Season nicht eingespielt? Nee, ich bin... Ich hab gefühlt eine ganze Stunde gewartet. Scheiße. Ich hab ganz das in den Stream geschaut. Warte, Skills... Ich versuch jetzt diesen letzten... Nee, geht nicht. Ich schwör's dir, es geht nicht. Ich schwör auf alles. Das steht einfach... Wenn ich auf den Link drücke, steht immer Fehler aufgetreten. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir gehen danach schlafen, Bruder. Zitaten zum Nachdenken, Bruder. Schlafenszeit. 3,24. Okay, wo bist du? Ich komm jetzt rein. Wird automatisch rauskriegt, scheiß zu viel, so, aber... Äh... Nein, ich will gegen Mike noch. Ich muss noch gegen Mike kämpfen. Und gegen Mara. Also, das ist ganz wichtig, dass ich gegen Mike und Mara noch kämpfe. Ey, Bruder. Wenn du schon mit dem Skin kommst, hätte ich ja... Mein... Wo bist du? Ja, bei mir Laderskin. Achso. Ey, dann hol ich auch meinen Flex-Skin raus jetzt. Soll ich wieder zurückgehen? Äh, ja, komm mal bitte. Echt jetzt? Ja, Digga, ich weiß, ich komm irgendwie nicht rein, aber mir hängt das. Irgendwie... Weil du als erstes wohnst, weiß ich wieso. Okay, warte, ich geh raus. Ich hatte dich mal was. Äh, Pray, äh, Bruder, kurz geht. Hast du Bock auf so was? Ne, gar keinen Bock, Pray. Ganz ehrlich. Okay. Komm, jetzt holst du deinen... ...Schooltrooper und ich und meinen Hajiwad raus. Zwei legendären Skins, äh, nebeneinander. Hast du? Oh nein, das ist die Falsche. Äh, okay. Scheiße. Ja, los. Ah, den hab ich nicht. Ich hol den Hajiwad raus. Oh mein Gott, Lennart, wie geht's dir? Klopf den Kanal links, Fatih. Kiloa, ich schüss dir, ne? Ich drück drauf, da kommt ein Fehler raus. Ne, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Oha, ich hab dich nicht mal abonniert. Ich bin dein hundertster Abonnent. Aber das ist ein anderer Kanal. Vor einem Monat, da ist nur ein Video drin. Vor einem Monat. Stimmt das? Kiloa, ist das das? Hast du bereit? Ich hab's bereit. Ich drück jetzt auch bereit. Hä, hattest du nicht ein paar andere? Meinst du, auf das Video soll ich reagieren? Das ist ein Monat her. Ist eigentlich Winterthom oder so da? Alex, Winterthom oder Tinker? Wenn das geht, dann starte ich fort. Dann mach mich später, dann mach ich nochmal die anderen. Ja, da hast du gegen Kiloa gewonnen. Was ist los, Infinity, EU? Ja, mach ich. Ich hab keinen, ich hab keinen Sound. Kommst du immer noch nicht rein, oder? Was hast du los? Ich muss vor, dann starten. Mach die anderen erst mal. Sorry. Okay, alles gut. Schade. Ich schreib dann gleich nochmal in den Chat rein, okay? Okay. So. Ich lade schon mal... Wie heißt das? Mike, wo bist du, Mike? Mike, wo bist du? Mike? Gruppe beitreten. So, wir gucken uns das ganz kurz ein Video an. Und zwar von Kiloa. Das haut wird natürlich ausbleiben. Wie lange dauert das Video? Aber nicht lange. Eine Minute, zwei Minuten, das geht auf jeden Fall. Ähm. Mike ist gar nicht mehr da, ne? Doch, hier. Ja. Nein, nein, nein. Auf Google Fensteraufnahmeeigenschaften. Oh mein Gott. Wo ist das denn jetzt hier? Kiloaileids. So, sind wir hier richtig? Wir sind hier richtig. Was ist das für ein Lied? Ist das so ein... Ne, das ist, glaub ich, so ein... Ich hab Angst. Ja, das ist geil, ne? Wie du anfängst, auf jeden Fall. Hast du das selber gemacht mit dem Intro? Ey, das ist bei Skylar. Was ist denn Skylar? Oh mein Gott, nice. Nice. What? Ja, ich wollte schon sagen, wieder zu viele Effekte. Ey, der schneidet aber geil. Der schneidet echt nicht schlecht. Ja, ich muss wegen Copyright, muss ich leider ein bisschen auffassen. Ja, das hat der Scheiße gemacht. Zu langsam. Da hat der schneller und dann langsamer. Ey, Kuloa. Der schneidet... Macht der das umsonst oder hast du was bezahlt für den? Boah, nice. Ey, was sind das für Effekte, man? Bäh, ey. Naja, er wird dann gedisliked, Alter. Der hat das... Der Effekt... Geil. Der sitzt... Der sitzt anders. Der sitzt anders. Ey, Props an den Schneider hier. Der ist alles ganz anders. Geil. Ey, ich muss echt sagen, paar Sachen ein bisschen zu übertrieben, aber ey, das staunt mich gerade. Das staunt mich gerade, ey. Ist nicht schlecht. Nein, nettes Video, nettes Video. Ich glaube, mit dem Sounds wäre das richtig zum Abfeiern. Mit dem Sounds wäre es wirklich zum Abfeiern. Danke. Mike, wo bist du denn hier, Mike? Wieso? Lad mich mal ein. Wieso kommt der nicht rein? GG. Kaktus. Aber das sind alte Videos, ne? Vor einem Monat, halt, ne? Mit der Spaß. Bearbeitung, sitzen. Immer die... Mindestens 160er, ne? Mindestens 160er. Bäh, 111er. Jetzt habe ich auch gewöhnt. Das ist wichtig hier, 200er. Richtig nice. Er hat dich 3-4 Mal angehettet und so. Was ist das Wichtigste, einen Headshot zu verbassen? Mike, ich drücke an den. Wieso komme ich nicht rein, Bruder? Also, ich glaube, das ist ein stabiles Video. Ist das auch hier? Stabil, bro. Stabil, bro. Echt nice. Kommentar geht raus auf jeden Fall. An den 100. Abo reingetauen. Damit du weißt, ne? Falls du irgendwann mal, ne? Irgendwie so ganz berühmt bist. Das musst du wissen, der 100. Abonnent war ich. Das darfst du leider nicht vergessen. Kuss geht raus. Wir sind raus aus der Geschichte. Leider hatten wir natürlich keinen Sound. Was ein bisschen schade war. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich bei dem Typen auch mal reingucken oder so. Durchstöbern. Der hat zwar nur... Was für Durchstöbern. Der hat nur ein Video. Da gibt es nichts zum Durchstöbern. Ich verstehe nicht, warum ich bei Mike nicht reinkomme. Irgendwas... Irgendwas stimmt hier nicht. Ich lade dich mal ein, Mike. Mike, ich lade dich mal ein. Mike, du bist bei mir gar nicht online. Doch da. Ich kann dich nicht mal einladen. Was stimmt denn da nicht? Fehlercode. Mike, irgendwas stimmt nicht. Wir wissen nicht, was da nicht stimmt. Aber ich hoffe, du lebst da noch. Und du weißt hoffentlich... Oh, Stani, warte. Ich habe den Chat aus. Slays, bin gestern in deinem Stream eingeschlafen. Echt jetzt, Slays? Wir kommen im Stream wieder zurück. Weiß nicht, Stani. Das sind halt nur... Da sind ein paar Leute, bis ich die Leute ein bisschen befriedige. Mit dem 101. Warum, Stani? Warum bist du immer sauer an Stani? Letzte Zeit. Ich verstehe das nicht. Okay. Pixelgant, du Ehrenmann. Kuss geht raus an dich. Musik ist Copyright. Der rappt so krass. Kilo, es ist wirklich nichts Böses gegen dich. Aber in letzter Zeit hatte ich wirklich... Bei einigen Leuten, wo ich die Videos angeschaut habe, jeder hat immer gesagt, das Musik wäre Copyright-free. Waren die aber nicht. Die waren wirklich nicht Copyright-free. Jedes Mal, wenn jemand das gesagt hat. Gute Nacht auf jeden Fall. Kuss geht raus. Mara Walz. Mara Walz ist dran. Mike, geht jetzt? Jetzt geht. Jetzt geht oder was? Nee, geht immer noch nicht. Bei mir geht gar nicht. Liegt da viel... Nein, was? Warte mal, kann ich nicht in den Solo rein? Ich kann wirklich... Na doch, jetzt. Jetzt müsste es gehen, Mike. Mike, schick mir mal eine Einladung wieder. Oder ich lade dich ein. Okay. Jetzt müsste ich halt nicht reinkommen. Nö, geht nicht. Komisch. Ich lade mal kurz diesen Mara ein. Schreib mal bitte deinen Epic nach. Du, ich ignoriere nicht. Ich ignoriere nicht es, Danny. Nur, ähm... Oh, ich bin ein bisschen überfordert, Danny. Wird jetzt sein, wenn ich sauer bin. Nimm Pika YouTube vor... Ja, war zuerst. Gut, dann gehe ich wieder bei Pika rein. Irgendwie funktioniert das aber nicht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht neu starten. Ach so, okay, Qlo. Ich guck mal. Okay, John, ich werde machen. Warte ganz kurz. Wir machen kurz gegen ihn hier. Komm, mach mal drücken mal... Ah, scheiße, jetzt bin ich auf Duo, Alter. Warte, auf Kreativen oder so. Ja. Stunny, es tut mir wirklich leid. Guck mal, wie oft muss ich das sagen. Tut mir leid, mein Bruder. Was soll ich machen? Ich bin ein bisschen überfordert. Es ist so. Ihr müsst doch mal werken, wenn mehrere... Das wird so sein. Das wird für immer so sein. Es wird... Ihr dürft eins nicht vergessen. Falls irgendwann mal mehrere Zuschauer sind. Irgendwie 100, 200 Zuschauer oder so. Wenn viele im Stream chatten, bin ich einfach ein bisschen überfordert, Mann. Echt. Es ist wirklich nicht persönlich gemeint. Wenn ich etwas Persönliches gegen jemanden haben sollte und aus Absicht wirklich die Nachricht übersehen sollte, dann sage ich ihnen das schon. Dann sage ich schon, Stunny, ich habe sowieso keinen Bock auf dich. So zum Beispiel, ne. Würde ich dann so sagen. Deswegen ist mir auch scheißegal, was du spänst. Aber es ist wirklich so, ich bin ein bisschen überfordert. Es ist jetzt nichts Böses gemeint. Okay. Bist du jetzt drinnen? Die Hauptzeit, ja? Ja. Oh, wo ist denn dein OG-Scan, Junge? Äh, hast du es heute hier drin lassen? Ja, ist egal. Der ist aber... Der ist ein bisschen fett, dass das Ding... Ja, ich verstehe schon, was du... Wir wollen ja auch nur einen normalen 101 haben, nicht dieses Angeberei und so. Das ist schon ein bisschen richtig. Nachher denken die so, nur weil die keine anderen Skins haben. Weißt du, was denken die, was die sind und so. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst, Killua. Ohne Musik fielt man es auch null. Ich habe es auch gesagt, ne. Im Chat habe ich gesagt, dass ich das nicht... Lass mal Stunny nur. So, wo ist denn die Pump? Ey, Spaß. Ey, Bruder, du hast die Raketen-Launcher mitgenommen. Nein. Okay, da hast du ihn. Wohin, wohin? Übertreiber! Uneingespielt hast du gesehen. Willst du adden? Ja, kann ich machen. Eins, zwei, drei. Ich habe eh schon Kack-Kreger. Oha, du bist voll gut! Ohne, ich sehe schon ein Schienen-Ganzheit, Digga. Also, name, Alter. Was? Ein Schienen-Ganzheit mit deinem Sturmgewehr, ne? Aber mit dem Spiel, ja. Ich bin komplett runtergefallen, Bruder. Soll ich runterkommen? Ja, komm, lass es neu starten, ey, scheiße. Sorry. Weil wir machen mit dem gleichen Leben einfach weiter. Eins, zwei, zwei. Weil jetzt keine Absicht, manchmal passiert das einfach, was du mal. Erdlich, erdlich. Ihr baut einfach viel zu krass, Alter. Wieso stirbst du nicht? Hä? Was bist du? Tschüss, er nimmt mich Hobbs jetzt. Nein! 48er Hedge. GG, Bruder. War schon ein bisschen knapp. Nein. Wo ist die ganze Zeit rum? Ab mich an, ab mich an. Los. Und? Ich glaube, wir werden verlieren, aber. Oder ich zumindest. Tschüss! Tschüss. Ich muss doch hochregeln, Junge. Junge, atme doch. Das ist so klein, Digga. Das geht egal. GG! Aber ich falle sowieso jetzt wieder. Nein, 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 nein. Ich sag sowas nicht, Bruder. Warte, warte, ey. Ich muss mal, wieso ducke ich mich? Eins, zwei und bist du wohl... Drei. Der überbaut mich, oh. Ich hab keine Ahnung, was... Hey, ich lauf wieder so langsam, ey. Das ist einfach nicht mal... Manchmal läuft er bei mir langsam. Ich weiß nicht, ob das wegen... Jetzt, guck mal, jetzt bin ich wieder schnell, ne? Jetzt, guck mal, jetzt bin ich wieder schnell, ne? Jetzt, guck mal, wie er abgeht, ne? Aber manchmal wird er langsam, so. Ich weiß es nicht, warum das so. Oh, Bruder, jetzt hast du gewonnen. GG. Das schaffe ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Baut keine Spaß. Fadi, renn mal mit der Tastatur und schau mal, ob du dann schnell rennst. Wenn ja, dann Kontrolle kaputt. Ich weiß gar nicht, wie man mit der Tastatur rennt. Quatsch, entschuldigung mal. Eins, zwei und los. Achso, ich dachte... Nein, dann weiter. Ich bin nicht mit der Tastatur. Scheiße. Geil, Digga. Ey, Junge. Bruder, du musst mich halt nicht schon längst so reflexen hier. Ey, ey, nein. Nicht runterfallen. Ja, das war's. Das weiß ich es hier schon. Ich bin über vorne. Boah, GG. Aber ich habe meinen Schuss nicht gezählt. Ich bin auch getroffen halt nicht. W, A, S, D. Oh, Bosna, wie geht's dir? Wie steht's? Wir machen bis 5. Mega, sag du. Bis 5? Du, man baust die ganze Zeit, Alter. Lass mir doch mal den Highground oder so. Gar keine Chance gegen sowas. Ja, komm gegen den Highground. Nein, nein, nein. Bis klar, was ist so eins gegen eins. Nein, nein, nein. Hä? Das bringt mir doch nichts. Ich meinte allgemein wegen dem Bauern, meine ich. Kommt man dagegen gar nicht an. Ich hab's nicht gesehen, hä? Er hat Mathe durch, Digga. Der Winkel, Digga. Hä? Ich hab gesagt, du hast Mathe durchgelernt. Jo, Alter. Er ist in dem Winkel, Junge. Kurz Winkel berechnen, gar keinen Bock. In Fortnite. Ja, Digga, du wirst jetzt, Alter. Oha, das hast du mich rasiert, Junge. Ey, nein, bitte. Stirb doch einfach. Nein. 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 Ey, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt, ich bin. Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen. Ja, scheiße. Ich hab drei zu leben, ich bin ganz ehrlich, Mann. Ich hab 28, ich hab viel. Du hast immer noch mehr wie ich. Jetzt kommt dieser Fünfer, ähm. Dieser Fünfer hält, Digga. Oh mein Gott, ich hab schon schraubt, Alter. Oh Gott. Der kommt durch, Digga. Nein. Nein, 16er Hit. 16er Hit, Junge. Träum weiter, Junge. Geh weg. 25er GG. Wie passest du? 25er Hit. Ich hab dir einen 16er Hit gegeben. Verdammte Scheiße. Digga. Fati, renn wir mit Tastatur. Warte, ich guck mal gleich. Ich guck mal gleich. Nachdem wir diesen 101 irgendwie ganz komplett hier durchgespielt haben. Oh mein Gott. Zum ersten Mal sitzt der Hit nicht. Gott wird's mich bestrafen. Bruder. Aber auf einmal ist er da. Oh Mensch. Oh mein Gott. Oh Gott. Jetzt komm ich hier gar nicht mehr durch. Nee. Boah, wenn du jetzt mich noch kriegst, ne? Muss ich echt gut ab. Da braucht es keine Ahnung wo, Junge. Gehst du überhaupt noch? Geht's doch weiter? Oh mein Gott. Er überlebt noch. Nein. Nein. Ey, fuck, Alter. Es war doch klar, Alter. Wenn du in den 33er noch überlebst, dass du mich rasieren tust. GG, Bruder. Echt unglaublich. Fuck. Hä? Bist nicht schlecht, bist du auf jeden Fall gut. Na gut bin ich nicht. Da müsste ich so gut bauen können. Ach. Wir bauen, wir sind im Spiel. Hat Spaß machen sollen. Hey, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ihr kann doch nicht sein, dass du nie stimmst. Hä? Oh, ich fall runter. Okay, runter und dann nochmal, oder? Warte, ich komm mal. Mit dem Leben weiter, ne? Wie viel Leben hast du? Komm, sag mal. Sag dir, als erstes. Ey, 23. Ich hab einen HP mehr. 24. Ey. Viel zu schade, Rad. Nein, nein, nein. Wo hast du das? Hey, Gold. Ich bin tot. Nein. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Achso, hier kommt er raus. GG. GG, 4-3. Nein, 4-3? Ja, 4-3 gemischt. Warte. Ach ja, letzte Runde, letzte Runde gefühlt hatte ich gewonnen. 16-Hit? Ein 16er-Hit hat mich abgefahren. Wo wir so weit wenig Low-Leben hatten. Klasse, ja. Abui. Ui, ja. Ey, nein. Ich hab erst. Bruder, ich hab nur noch 6. Das war's. Schwör. Ich hab nur noch 6. Wie viel hast du? Äh, aufgrund ist 100. Also 90. Das ist doch verarscht, Digga. Nein, ich hab doch geschossen, Junge. Alter, geh mal weg. Ja, bin auf, dauert zu lange und reinkommen kannst du dir aber irgendwie auch nicht. Aber Mike, warum nicht? Warum kann ich denn nicht? Aber ich hoffe, du bist nicht sauer. Ich hab's wirklich nicht versucht. Wollen wir noch eine Runde machen? Ach, du hast gewonnen, Digga, oder? Nein, nein. Kuss geht raus. Nein, nein. Okay. Nee. Auf eine. Auf eine. Schade eigentlich, ne? Ich dachte, den einen oder anderen killen. Äh, so. Ich hätt's vielleicht gewonnen, dachte ich. Aber Krebs, auf jeden Fall war knapp, ey. Lennart, jetzt noch was anderes? Warte, ich muss noch gegen Mara jetzt noch im 101. Und da war noch dieser eine komische Typ noch. Aber ich glaub, vielleicht ist er raus. Place ist auch da am Start. Oh, Place, wie geht's dir? Schöne Grüße haben dich. Tut mir leid, dass ich nicht begrüßt habe. Ich hab's jetzt voll vergessen. Was ist los, Junge? Warte, ich muss kurz zwei Dings noch rein. Hier, wenn wir noch Mara einmal spielen, dann haben wir alle. Toxic Joker, wie geht's dir, Bruder? Willkommen im Stream. Kurz geht raus. Jungs, alle, die grad neu im Stream sind, ich würd mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr wollt, ihr könnt den Like da lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein kostenloses Abo setzen. Müsst ihr natürlich nicht, würd mich aber auf jeden Fall mega freuen. Bis geht's. Oh, Karma, wie geht's? Ist der Typ nicht mehr da, oder was? Dieser Mara-Wald. Da ist er, TBS, die West. Geht aber auch nicht. Ganz komisch. So, grüß mal, grüß mal Bad Horn. Schöne Grüße an Bad Horn. Ist unser Bad Horn hier auch am Start, oder was? Oh, Jun, nein. Wieso kann ich die Leute nicht einladen? Nur flüstern und so. Fehlercode. Ich lade mal John kurz ein. Ich glaub, die ist, glaub ich, weg oder so, ne? Lennart, warte doch mal. Eins gegen eins hier ein bisschen. Ist das scheiße, oder was? Ja. Na, danke, Karma. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Wieso kommst du nie in die Streams, du Affe? Ich weiß nicht, Stani, weswegen das so ist. Ich glaub, aber das liegt nicht an mich. Also, ich glaube, das liegt nicht an mir. Ich weiß nicht ganz genau, was ich denke. Wo ist Vaynes eigentlich? Jetzt zockt der wieder. Da ist ein Kreativ drin, ne? John? Hä? Ich werde heute unter diesem Stream das hier schreien. Du bist gefühlt. Eine Stunde, Spinnzeit. Und überall. Oha! Achso, da ist er. Wo bist du, Vaynes? Was zockst du gerade? Stani, wenn du das schreibst, beehren los. Stani, wieso? Ich darf doch nicht... Ey, Jungs, Alter. Ganz ehrlich, ich hab mal eine Frage, ne? Ich mach sowas, dann heißt es immer, Fatih, mach mal was anderes. Sowas bockt sich grad gar nicht mehr. Ich mache Custom Games. Ja, Bruder, das bockt sich. Ich mach Giveaway, dann heißt es, musst du immer Giveaway machen. Dann heißt es, du hast lange keine Giveaways mehr gemacht. Heute mach ich mal so... Fatih, mach mal ganz was anderes und so. Du kannst ja auch mal so'n Talk machen oder nur reden oder so. Dann bin ich mal ganz nice, so mein Spindamt zeig. Die Leute rollen rum. Ja, was zeigst du die ganze Zeit, Spind? Voll scheiße. Ähm, ich mach One-on-ones. Das habt ihr letztens gesagt. Ja, mach mal mit den Streams, äh, mit den Leuten One-on-ones. Ich hab One-on-ones gehasst. Ich hab's gehasst. Und, ähm, ihr wolltet unbedingt, dass ich One-on-ones mache. Jetzt mach ich One-on-ones. Ich schreib dir, der Stream ist scheiße, warum ich One-on-ones mache. Warum jetzt die Waffen du hast? Bist du doof oder was? Sowieso fast... Der ist Kreativ-Warrior richtig so... Die Erziehungsmaßnahme. Vorbildlicher... Kreativ-Warrior. Guck mal, er baut und editiert und baut und editiert. Da kann man nix machen gegen so. Nur ein Einer-Hit, so. Ihr habt dich nicht runtergeschossen. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Kommen wir mal Nein, ich muss nicht nachladen. Wallah, du wärst tot. Nein, ich wärst tot. Ich hab vergessen. Nein, wie viel Leben hast du? Er hat noch Blue Life? Ich dachte, du bist tot dann Wie viel Leben hattest du noch? Ich hab 17 AP oder so Wie viel? 17 AP? Ja, ich will dich klippen irgendwie, Wallah Was willst du? Klippen Klippen Obwohl du ein 200er Hit machst oder was? Was ist das? Was ist das? Ne? Jun, wie kannst du überhaupt 5 Sachen auf einmal bauen? Du hast voll die verarsche Ich cheat jetzt immer Ja wohin? Wohin? Voller hästiger, er denkt so Wir sollen kämpfen und nicht wer Wer schafft den größten Highground? Was ist der jetzt? Ey, du hast die ganze Zeit Blue Life, Junge Ey, ich glaub der verarscht mich, ne? Wo sind wir überhaupt drin, ey? Na jetzt endlich sein Blue Life weg Wo bist du jetzt? Boah, ihr habt doch geschossen, Mann Ja, alles Gutes dann, ihr gönnt dir Der hat Minis Hast du Minis oder was? Nein, hab ich nicht Schwirr mal Ich glaub, er hat keine Minis Nein Er baut schon wie ein Verrückter Wenn er dazwischen noch Minis trinken sollte Dann ist das ein Hacker Interessiert nicht mal jemanden, ob er Ah, schade eigentlich Aber weh, du hast die goldene, äh, Spaß, ne? Ne? Okay Warum hast du die goldene, Spaß? Das ist aber Aber du weißt, Public hast du eh keine Chance gegeben Also Hey, aber Der Bau, der hat, äh, äh, kein, kein Sinn Kein Sinn und Zweck, äh Auf was spielst du eigentlich? Auf was spielst du? Auf was spielst du? Auf was denn? Controller Ja, hör auf Junge Wie Controller Dann hast du spielst du mit zwei Controllers, Junge Mit den einen an den Füßen und Ja, keine Ahnung, guck mal wie du baust und du arbeitest Junge, ich würd schon, äh, irgendwie Schmerzen bekommen Ah, ich muss immer wieder nachladen, Junge Guck mal, das ist doch der Falsche Ich hab heute so wenig Glück, ne? Ich wüsste, ich hab keinen Bock mehr Ich hab keinen Bock mehr Was sind das für Schäden, Alter? Was sind das für Schäden, Alter? Und dann musst du die Scheiße noch nachladen Ich hab noch keinen Bock mehr machen Ich hab noch keinen Bock mehr machen Schiff mich mal hier drauf Oha! Wie warst du auf einmal da? Piss dich! Kopfschmerzen, was ist das? Oha! Jaaa, verpiss! Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen Karm, das ist was Ah, jetzt Jetzt, jetzt Mach keine Faxen Meinen Controller geht manchmal Ja, schon wieder, guck mal, warte Ich kann mich wieder nicht bewegen So, jetzt Oder hängt das bei dir auch manchmal? Hä? Warte, ich muss kurz nachladen Ich hab nur einen Schuss immer Oh, Justin, was geht ab? Eins, zwei, und los Ich hab nur ein Schuss Schuss, Läähn! Hier ist es Wenn ich ernst gespielt habe bin ich ein Buster. Meinst du gegen mich oder was? Er steht ja schon 4-1. Ja irgendwie ich weiß nicht. Der trifft den. Es trifft den. Guck mal ohne Sinn. 100er wieder. Die ganze Zeit 100er. Und dann 50er, 40er, 30er und so ein Scheiß. Ja. Der trifft schon wieder nicht. Du musst mir nur eines geben. Ja, du mir auch. Nass es ein bisschen rum. Ne, warte. Krieg dir die Junge. Ich habe Angst vor dir. Was laberst du? Ja, du bist einfach so gut, Digga. Ernst oder was? Ja, du kannst mich trainieren. Ah, ich will dich verarschen. Hab dich trotzdem zweimal genommen, Bruder. Ja, einmal, naja. Also... Was? Das Wald war aber schon ein bisschen extra. Weil extra, extra gibt es nicht, Bruder. Geholt ist geholt. Digga, warte. 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 Wenn du mich jetzt tust, dann kriegst du 10 Auge. Wie viel? Warte sogar. 10 Auge. Will ich nicht. Hol mal lieber Mitgliedschaft. Ja, okay, mach das. Aber nicht jetzt. Wo bist du jetzt? Also warte, ich komme wieder. Weil ich muss wieder nachladen. Nein. Ich schwör's dir. Ich hab deine Fresse getroffen. Der hat verarscht. 10 Euro, ey, Jungs. Zehner. Wo sind die Zehner, Bruder? Hardware, Luca. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wir kommen in den Stream. Ey. Was ist los? Warte, hör auf. Warte. Ich muss nachladen. Wo sind die 10 Euro? Ey. Apo. Hast du gehört? Ne? Wallah, Piro. Ich sag dir ganz ehrlich, warum? Das erste Mal, wo ich zum ersten Mal diese Mitgliedschaft und so hatte, stand da so 1 Euro. Ich denk mir so. Da wird eh bestimmt keiner machen. Und dann dachte ich mir so. Ähm. Ah. Ich dachte mir dann so. Oha. Wallah. Dort bin ich rausgeschossen. Siktir mit der Bearbeitung. Tschö. Warte. Ich sag dir kurz. Ich hab, ich hab geguckt. Ich so. Ein Euro. 90 und ich denk mir so scheiß drauf. Ich denk mir so scheiß drauf. Ich denk mir so scheiß drauf. Ich lass das so. Der allechte Atelier Luca. Scheiße. Scheiße. Du Arschloch hat mich hier umgebracht. Oder was? Ja. Jetzt hast du Glück, dass ich abgelenkt war. Du warst schon fast am verschwitzen. Ich brauch dich hier in einem 5 Monate Mitglied. Okay? Was? 5 Monate Mitglied. Also 5 Monate. Nein. Du musst nichts holen. Bruder. Wenn du machst, mach aus. Bruder. Nein. Denkst du dich wieder. Nein. Was laberst du da? Aber der kam hart, ne? Karma lässt grüßen. Ja. Ich hab schon vergessen. Keine Ahnung. Was hast du vergessen? Ja. Das sind 10 Euro. Nochmal 10er. 5, 4. Willst du länger spielen? Guck mal, dein Gewinn geht dir aus den Augen weg. 5, 4 schon. Wird schon lächerlich. Komm. Nein, Mann. Du brauchst irgendwie ganz krass. Aber irgendwie bist du... Ich weiß nicht, aber... Ah, jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich raus. Aber reicht auch. Komm, raus. Du hast gewonnen. Ähm. Ich will meine Finger können nicht mehr. Ich mach keine Warner Wands mehr. Bruder bin jetzt aufgestanden. Nicht unter den Albtraum mitschlagen. Wie mitschlagen, oder? So ein Albtraum ist das denn. Äh. Mara. Genau. Klar. Can. Ähm. Kuss geht raus. Trotzdem wäre er schon im NC. Nein, bis 5 haben wir gemacht. Ah, das eine Mal noch. 5, 4 Stanz. Ich dachte, komm, eine Runde. 5, 5 wird's dann. Äh. TBS die Beste. Ähm. Das ist doch Mara, oder nicht? Hallo? Ja. Mal drücken mal bereit. Mauro, wie geht's? Willkommen im Stream. Das geht raus. Ja. Ist das nicht Mara jetzt? Oder bin ich jetzt komplett durcheinander? Scheiß brauche. Ja. Falls du nicht reden kannst, ist nicht schlimm. Drück mal bereit bitte. Auf Ehre. Das geht raus. Hallo? Kann ich reden? Wollen wir wetten, dass der... Oh, der kommt auch gar nicht rein. Mara? Äh. Willkommen zurück, Stani. Doch. Geht. Willkommen zurück. Wunder hat's dir geschmeckt. Mauro, wie geht's? Hi. Willkommen. Oh, Lennart, Junge, es geht's. Komm on später. Da, 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 da. So ruhig, ne? Zum ersten Mal jemanden, der nicht redet. Da, 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 da. Bibo Season 2. Boah, ich bin ganz ehrlich, ne? Ich glaub, ich mach... Danach glaub ich vielleicht sogar Schluss oder eventuell noch ein 101, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das Ding ist im Stream, ich, ich weiß selber, das sieht so lost aus, wie ich spiele. Ich bin ja auch lost, ne? Ich, ich weiß nicht warum, ne? Aber warte, ich muss ein Spiel starten. Aber, eigentlich... Ja, ich bin immer noch nicht gut. Niemals. Goldene Spaß und goldene Ska, oder? Nichts überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum der andere... Der hatte, glaub ich, ein bisschen Angst mit der goldene Spaß, oder so. Okay. Spiel mal einfach bis 5, 1, 2 und 3. Ja, jeder baut einfach ganz krass, ich verstehe das nicht. Nein. 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 TBS, Mann. Komm nicht mit der Ska. GG. Ah, das wird hart, das wird hart. Ich seh schon... Baut ganz gut. Hallo? Bruder? Warte. Komm rein. Danke fürs Abo. Ja, Mr. Kontakt, was willst du machen? Ich hab auch nie behauptet, dass ich gut bin. Ach Gott, jetzt wird's ab... Ah, mit Steine, haben wir ja noch nie gemacht. Was ist das hier? Okay. Oh! Nein, dieser 16er-Held, der tönt mein Leben, Junge. Das war's dann. Nein, alles gut. Hä, Mr. Kotter? Ich hab's doch nicht böse aufgenommen. Ja, hallo. Gott sei Dank, komm ran. Eins, eins oder was? Eins, zwei und los. Achso, okay, warte. Warte, ich muss auch mal gucken. Eins, zwei und los. Ihr seid immer alle krass, ne? Ich finde, ihr spielt alle echt. Es geht, mach kein Auge. Hä, wo ist da meine Waffe? Oha. Ey, ich hasse es. Nein. Es wird so richtig schwer. Ich glaube, ich werde es verkacken gegen den. Ich merke schon. Nein. Der muss doch... Das war's. Das war's. Das war's. Ich wusste es. GG. Es geht raus. Äh, können wir Duo... Ich will kein Kreativ, bin ein Problem. Können wir spielen? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum baust du mit Stein, Bruder? Ja. Da brauchst du es halt. Eins, zwei und los. Das Ding ist, ich... Das Bauern, das fackt mich ab. Ich komme an die Leute nicht dran und... Das ist ein bisschen scheiße da, weißt du? Ja. GG, 12. Gott. Ey, Mr... Ich will mal gegen diesen Mr. Kontakt. Bist du noch im Stream? Ich will noch... Ähm... Sag du, bist drei oder bist fünf? Okay, das ist fünf. Okay, eins, zwei und drei. Ich will noch gegen diesen Mr. Kontakt jetzt spielen. Einfach nur aus Interesse. Ich will mal wissen, wie gut der ist. Nein. Go. Schade. Nein, wieso mache ich überhaupt die scheiß Mauer noch kaputt? Oh, ich hatte das Glück, dass du dich kaputt gemacht hast. Ja, ich habe schon gesehen. Ich habe diesen Fehler gesehen. Das ist scheiße. Eins, zwei und los. Guck mal, hättest du bis drei gesagt? Ja, das ist schon gewonnen. Aber ich glaube, den gewinnst du auch. Ach Gott. Oh, das hat voll geleckt. Ja, komm, egal. Mach kaputt, mach kaputt. Ich bin auch rum. Nein, dasittaPhone. Nein, nein. Das ist schon gut. Nein, ich bin auch nicht. Nein, ich bin auch nicht. wie ist das aufäditiert wie lange machst du noch Riggs ich weiß es nicht ich will noch gegen diesen einen Typen ich glaube ich brauche noch warten mal oh gg gg oh god oh nice 4 3 jetzt wird es riskant los ja es ist ein Junge nein 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 du bist ein Junge du bist ein Junge nein wie alt bist du 5 v 3 gg gg das kann man aber noch gar nicht raushören dass du jetzt ein Junge bist ganz ehrlich gesagt aber kann sein weiß ich nicht ich bin so 5 3 war auf jeden Fall nice jetzt geht raus schade eigentlich gg raus nicht vorher beleidigt hier Mr.Kontakt kommt schreib mal deinen Epic Name Mr.Kontakt Jungs kommt ey es ist schon 4 u 14 Mr.Kontakt sag mal schick mir mal eine M-Frage oder so ich schau mal ganz gut oh mein god Gula wie gehts dir Bruder danke mir gehts gut was geht bei dir so ich hoffe alles bestens Mr.Kontakt komm Epic Name kannst du kurz 2 Minuten warten bin sofort da ich hab das Gefühl der Typ wird mich komplett rasieren aber scheiß drauf einfach so aus danke für deine Antwort Kritikunfähiger Mod ey Stani Jungs hört mal auf zu streiten jetzt alle alle was ist Skills hat ab und nicht dafür auch verdient oder bekommen Freunde keine Reimhaut keiner darf keinen beleidigen ist so wenn beide beleidigt haben müssen beide natürlich einen Blatt bekommen da ähm du Keck HS ja Apo Apo ich glaub da brauchst du dich musst du dich erstmal entschuldigen oder nicht also glaub mir du das Ding Apo da find ich schon entschuldigt ey Jungs überhaupt dieses Wort HS Alter wie kann man das überhaupt da oben steht das HS kannst du mit mir Duos Bibus ich mach keine Duos Bibus vielleicht später gleich so ähm morgen oder so morgen werde ich äh Stani hast du Lust zu spielen ich werde auf jeden Fall der doch erst nein ich hab doch nicht gesagt dass Stani kein Block ähm kein Band verdient hätte aber du hättest auch ein Band verdient weil du ihn halt ähm ja beleidigt äh auch beleidigt hast sozusagen äh alles gut Kontakt ähm schreib mal deinen Epik ähm schick mir mal bitte eine Freundschaftsanfrage hier Felsack21 Jungs beeilt euch mal ich will jetzt ähm gleich leider offline gehen ich hab heute ohne Spaß wie viele One On Ones hab ich denn verloren so ne ich finde gegen okay ich hab gegen Can verloren wann find ich gegen gegen Apo so hab ich eigentlich gar nicht so richtig verloren gehabt ne ich finde da ähm da hat mich bisschen Stani aus dem Trip geholt ne hat er gesagt nur bis 3 das dauert zu lange und hast du nicht gesehen wie sieht es halt über Standardskill jetzt aus okay jungen ist ja 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 es ich Twitch Mr. Kontakt Bruder, okay, ich hoffe, du hast mir eine Freundschaftsanfrage geschickt Meiner geht viel schneller wie deins Bis ich deins schreibe Facebook21 und nicht dieses Twitch-Unden-Strich und dann Kontakt, so ganz komisch geschrieben Was hältst du von Schwulen? Das Thema Schwulen ist immer ganz krass Ich find's schwer Okay, Mr. Kontakt Facebook21 einfach Ich spiel noch gegen diesen einen Typen hier 101 gegen Mr. Kontakt Was hab ich? 200, naja, 172 Ja, heute ist eigentlich gar nicht so schlecht Für mich ist es Ein guter Stream gewesen Wo ist die Freundschaftsanfrage, Bruder? Bist du das oder was? Dieser ReeseFaner Wer ist dieser ReeseFaner? Bist du das? Lies oben Was hat dein Apo geschrieben? Haha, ist dein Interesse Du Keck Warte, Bibo Boah Mr. Kontakt kommt Du übertreibst grad, ne? Mr. Ja Deine angepinnte Nachricht ist weg, Bruder Aber danke dir, Stani Klar, kann dran hängen Wegen diesem Ah, Lennart Arda Wartet doch mal Gehen die Typen Ich Da ist der Warte, akzeptieren Ich will doch Gehen die Typen noch einmal kurz Wir können ja morgen Mache ich das, okay? Gegen euch Bitte seid nicht immer So saueraggressiv Oh, der cheat auch schon Mit dem OG sein Viele OneO's machst du Äh, Reese Ich mach nur noch einen Wahrscheinlich Oder vielleicht Wenn der zu Schneller geht Vielleicht mach ich den zweiten Was geht, Bro? Ah, er kann nicht reden Schade Sorry Alles gut Schreib mal kurz rein Bist du auf Twitch richtig aktiv dabei? Wie viele Abonnenten hast du auf Twitch? Wieso tanzt du diesen Tanz, Bruder? Wie alt bist du eigentlich? Wenn ich fragen darf Schreib mal im Stream, bitte Das sind so ein paar Sachen Die ich immer gerne wissen will So wie alt oder so Oder was gerade Äh, achso, 12, ne? Okay Aber bist du aktiv, okay? Ich weiß es nicht Per looten Achso, erst viel zu Okay, okay Ich bin kein guter Spieler, ne? Mr. Contact Damit du es weißt Ganz ehrlich Ich spiele es zwar seit Season, äh 2 Also Ende so Season 2 Hab ich angefangen Äh, kannst du bitte Skills-Timeouten? Er schreibt irgendwas mit IBZ Was ist IBZ? Was bedeutet das denn? Ey, Skills Hört doch mal auf damit Lass doch mal Stunny Jetzt in Internetbeziehung Skills ehrenlos Hör auf damit Ey, ich schüss dir Apo Na, Apo kriegt erstmal Ein Timeout Aber ganz ehrlich Jungs, das ist ein bisschen ehrenlos, ne? Das wisst ihr ganz genau Nein, Mr. Contact Ganz ehrlich Ich sag's dir ganz ehrlich Wenn ich wüsste, dass ich gut bin Würde ich sogar um Sachen spielen Aber ich weiß, dass ich Schrott bin Das ist wirklich so Hier, äh Die beiden Waffen halt, ne? Goldene Skar und Goldene Spaß einfach Eins, zwei Jetzt kommt bestimmt der größte Kreativ-Varior überhaupt Rund Boah, GG, Bruder Da hüpfel ich ihn genau in die Fresse rein Geil Na, wir hatten doch letztes Mal Einen Wonder Woman, weißt du noch? Stunny Bist du noch? Tschüss. Ah, mein Scheißka, Alter. Ah, die Runde hätte ich gewinnen müssen, ganz ohne Spaß. Das habe ich richtig schlecht ausgemacht. Warte. Und los. Warte. 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 Die Runde habe ich auch richtig reingekackt. Muss ich auch eigentlich gewinnen. Die G. Ohne Spaß. Komm. Muss auch mal sein. Einmal muss ich auch mal Lack haben, dass ich mal einen Treffer mehr treffe, oder? Komm rein, oder? Ich habe dich gar nicht gefragt. Wolltest du jetzt bis drei oder fünf spielen? Aber wir sind jetzt... Komm. Bis fünf. Zwei Mal. Ah, die... Sowieso wollte ich gerne länger sowieso spielen, weil... Ich muss echt sagen, irgendwo hatte ich auch... Also, es war ja nicht so, dass ich gar keine Schauen sah, ne? Ja, das ist ein bisschen scheiße jetzt. Ah, schade, dass kein Pampa noch darauf war. Please, ich read. Bruder, warte, chill. Ein, zwei... Los. Ah, der läuft wieder nicht so schnell, ne? Bei mir. Bist du, da? Bro. Ein, zwei und los. Okay. Zehner, Junge. GG, Bruder. Das war's dann wohl. Fünf, zwei. Kuss geht raus an dich. Hast gut gespielt, Alter. Schade, dass ich die... Zweimal aber, ähm, hätte ich wirklich ohne Spaß, ähm, bin ich sauer gerade. Ich bin ein bisschen sauer auf mich. Ich glaube, ich habe heute wirklich so ein One-on-One gehabt. Nicht, sowas hatte ich, glaube ich, nicht. Jetzt bin ich zum ersten Mal sauer auf mich selbst. Sonst habe ich immer gesagt, ah, ich bin schlecht, ich bin schlecht, ich bin schlecht. Aber ich muss echt sagen, also, schade. Die zwei Wins, die hätte ich noch nicht mehr kassieren müssen, ne? Echt schade. Trotzdem, GG an dich, äh, Kuss geht raus. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ciao, ciao, Bruder. Oh, Fabi, wie geht's? Darf ich auch einmal gegen dich einbauen? Jungs, ganz ehrlich, ich bin, ich bin gerade am Ende meiner Kräfte. Ich kann wirklich nicht mehr. Aber, äh, Kontakt, vielleicht kannst du ja, ähm, reinschreiben, komm, so schlecht war ich auch nun wieder nicht, oder? Also, war schon immer knapp, oder? Also, so lost war ich auch nicht. Und zwar bist du natürlich der, äh, Bessere gewesen, hier, 5-2. Da wollen wir drüber, nicht drüber streiten oder diskutieren. Aber nein, das geht raus. Äh, Hendra, wie geht's? Willkommen im Stream. War's gut, Bro. Danke, Ehre. Du auch, auf jeden Fall. Deine Aims waren geil, weißt du? Ähm, ich hatte dich so low gekriegt. Ich war mir so selbstsicher. Diese zweimal war ich mir so selbstsicher, dass ich dich hole. Aber du hast mir immer wieder so ein, äh, gefühltem 200er Pump verdrückt. Ich dachte mir so, wow, Alter. Ja, dieses Bauen ist immer so eine Geschichte für sich, ne? Races Stornet, please. Ja, komm. Bei dem, äh, danke dir, Mr. Kahn. Geh lieber ins Bett. Ja, muss ich eigentlich wirklich. Äh, kannst du reden? Komm, ich mach noch gegen dich bis 3, okay, Racy? Machen wir bis 3 und danach Stunny kommen gegen dich. Mach ich auch noch bis 3 und dann bin ich raus. Ich bin eigentlich mega müde. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. So viele Leute hier. Fabi, ähm, ich hoffe, wir können das morgen nachholen, okay? Ähm, FAB Gaming. Tut mir leid, Bruder. Sei mir bitte nicht sauer, aber ich muss morgen früh halt aufstehen und... Arda hat vorher gefahren. Na, echt jetzt? Wallah, ne? Ich wüsste ja. Ja, was soll ich machen? Guck mal, ich bin ehrenlos. Ich nehm Arda nicht immer noch live. Guck mal. Das Ding ist, ähm, ihr fragt euch, warum ich gegen Stunny und Arda zum Beispiel keinen 101 mache. Ich bin ganz ehrlich, Stunny und Arda sind tausendmal besser als ich. Es macht keinen Sinn. Wenn ich gegen Stunny oder gegen Arda 101 mache, die gewinnen eh gegen mich. Deswegen, das ist, ähm, falls die sich fragen, warum spielt er nicht gegen uns? Ähm, das ist das einzige Grund. Es ist für mich keine spannende Geschichte mehr, weil ich weiß, die holen mich so oder so. Okay, äh, FAB. Hoffe ich mal. Kuss geht raus. Also, ich meine, hoffe, dass du da bist dann. Ich auch. Bro, wo bist du? Hä? Ist er schon drin, oder? Der Typ ist schon drin, ja. Lösch dich, Epic Games macht, hat Spiele nachgemacht. Ey, Dantree, dein Ernst jetzt? Es sind drei Jahre weg und du schreibst, lösch dich, ähm, ey, dein Ernst, Junge. Junge, welcher Teufel kam denn bei dir nachts ins Bett reingeschlichen und hat dich irgendwie querschnittsgelähmt gemacht? Du, du kommst in den Stream rein, es ist morgens um 4.30 Uhr, Alter. Und dann, das ist dein erster Satz, was du hier schreiben tust? Boah, der ist, glaube ich, noch härter, ne? Der ist, glaube ich, noch härter. Der ist härter. Der ist härter. Bruder, hör auf. Ich kann abheben. GG. Ach, ein bisschen Glück natürlich dabei, ne? 200. Hat gesessen. 220. Ah, wenigstens den Ehrenwind geholt. Muss auch mal sein. Nein, Kilo, ich muss schlafen, Jungs, Alter. Eins, zwei, drei. Ja, meine, ich treffe gerade nur alles, das ist ein bisschen... Er holt die Runde. Er holt die Runde. Ach, Gott. Er ist gut, er ist gut. Ich habe zweimal gut geaimt gehabt. Das ist ein bisschen, ähm... Das war, äh, das war das Lucky-hafte. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie, dass er schlitt ist oder so. Ich finde ihn sogar, glaube ich... Er ist, glaube ich, sogar besser als Mr. Contact. Äh, ohne Spaß. Auch, wenn ich jetzt gerade die zwei Winzer habe. Nur bei Mr. Contact hatte ich wirklich, äh... Diese Phasen. Äh, was ist denn jetzt los? Achso. Das sieht aus, so was macht der, Bruder. Ah. Äh, Jungs, wie baut die, Alter? Wie baut die, Junge? Atmet die da zwischendurch oder so? Oder wie ist das? Anfang der Runde, ah, mal tief einatmen und dann hältst du dein Atmen ein, oder was? Zwischendurch ist auch Atmen auch mal erlaubt. Warte mal kurz, ja gut. Okay, komm, 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 komm. Das war ein bisschen scheiße jetzt hier alles durcheinander. Alter, er rasiert. Er rasiert. Er rasiert. Hat ihn trotzdem noch getroffen. Äh, ernst hier, oder was? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wie schafft er das? Bro, Alter. Bro, Alter. Ja, ein bisschen ehrenlos abgewartet. Er hat gepusht. Streit, zwei. Äh, eigentlich habe ich drei gesagt, aber komm, komm. Bei den anderen habe ich auch bis fünf gemacht. Nur weil du gut bist. Das war jetzt nicht so eine entscheidende Runde. Das hier machen wir bis fünf. Gott. Nee. Nein. Nein. Rasiert hat er mich. Oh mein Gott, Genty, was geht ab, oder? Nungs, Hurtop kann ich nicht. Nein, nein, Kilowar. Heute wird das nichts. Heute wird das nichts mit dem 101. Ich will sowieso offline gehen eigentlich. Ich muss. Ich glaube, ich gehe auch auf. Es ist fast fünf Uhr. Das war nur noch Spray-Modus. Ich weiß, aber was willst du machen? Und der Pump hatte ich schon geschossen. Habe ich leider nicht getroffen. Lässt sich auszahlen, ne? Wenn man der Pump nicht mehr trifft. 4, 3. Komm mal. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Gönnst du noch bis morgen. Guck mal, wie spät, Alter. Können wir morgen machen? Ich schwör's dir, wenn wir morgen reinkommen, mache ich Dreck gegen dich und Stunny. Okay, komm Stunny. Oh, ich lade ein. Ihr seid richtig ehrenlos. Wisst ihr das? Ich muss in drei Stunden wieder aufstehen. Ihr seid die ganze Zeit schon so kreativ. Scheiße, warte. Diese Einladung bringt ja nichts. Ich muss raus hier. Echt? Morgen? Oh mein Gott. Herz geht raus. Ich schwör's dir. Stunny Kuss geht raus. Danke, Mann. Echt? Ich kann wirklich nicht mehr. Es ist 4, 37. Lass das morgen machen, Alter. Komm, ich mache morgen erste Runde gegen Arda. Eins gegen eins. Und dann mache ich gegen dich, Stunny. Okay? Versprochen. Ja, ich geh auch. Reese sagt so, ich war so nervös. Du warst echt krass, Reese. Echt. GG geht raus. Ich hab drei... Also ich hab dir jetzt wirklich... Also wär das so mit Abstand, wär das so ein bisschen schlechter Spieler oder so, würde ich sagen, komm bis drei, weil ich kann wirklich nicht mehr. Ich bin so müde. Würde ich direkt offline gehen eventuell. Aber ich hab schon gemerkt, du hast es gut drauf gehabt. Du bist auch besser als ich. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Du bist besser als ich. Ja, das mit dem Bauen ist immer so eine Geschichte bei mir. Also deswegen ist es immer für mich anstrengend, überhaupt ein bisschen zu zeigen, dass ich was kann. Das ist immer das Einzige, was einen zurückhält. Naja. Jungs, Kuss geht raus an euch. Bleibt auf jeden Fall sauber. Danke, dass ihr mit dem Stream dabei wart. Ganz ehrlich. War ein schöner, nicer Stream. Ich denke sogar, der wäre ein ganz krasser Stream heute. Ich weiß nicht warum. Falls einige noch vielleicht kein Like da gelassen haben. Würde mich freuen, wenn ihr den Like da lassen würdet. Auch wenn ihr wollt, ein Abo setzen müsst ihr natürlich nicht. Ist alles freiwillig. Wäre auf jeden Fall mega nice. Kuss geht raus. Schlaft schön. Bleibt sauber. Es geht näher. Ciao, ciao. Gute Nacht, Lennart. Kuss geht raus. Wilder Zocker. Bibo. Kilua. Gentis. Stani. Piro. Ehrenmann. Arda. Dir auch. Can. Veins. Skills. Janko. Grease. Ciao, ciao, Bruder. Kuss geht raus an jeden Einzelnen.